Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen.fm, dem Podcast über Material und Energierohstoffe. Mein Name ist Martin Hillenbrand und ich begrüße euch ganz herzlich hier heute am 28.01.2023 zu einer neuen Episode von Ressourcen.fm. Ja, der eine oder andere von euch hat es gemerkt, die letzte Episode ist schon ein bisschen her. Es gab da ein paar persönliche Gründe, warum ich längere Zeit nicht aufgenommen habe. Es ist auch so, dass ich den Job gewechselt habe. Die letzte Aufnahme war am 23.01.2022, also von daher ist das jetzt ein paar Monate her. Ich habe den Job gewechselt und zwar arbeite ich seit dem 1. September 2022 an der Universität Bayreuth am Lehrstuhl für ökologische Ressourcentechnologie für oder mit Professor Dr. Christoph Helbig und forsche dort zum Thema Recycling, abiotische Sekundärrohstoffe. Und ja, ich hatte diese Entscheidung vor einiger Zeit getroffen im letzten Jahr, dass ich mich eben tiefer und weiter mit dem Thema Rohstoffen auseinandersetzen möchte. Und dann kam da eine Stellenausschreibung um die Ecke, die dann gut gepasst hat. Und deswegen habe ich dann gewechselt und hoffe, dass ich dann irgendwann einmal mich auch Doktor nennen darf. Schauen wir mal, wie das dann hinhaut. Aber das ist so ein bisschen das Ziel. Und jetzt gerade freue ich mich einfach sehr, 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 dass ich in dem Bereich, über den ich jetzt schon seit über fünf Jahren podcaste, eben auch wirklich wissenschaftlich arbeiten darf und arbeiten kann und finde das sehr, sehr schön. Für meine Arbeit darf ich auch auf verschiedenen Konferenzen sein. Das heißt, wenn ihr selber aus diesem Rohstoffbereich seid oder dort aktiv seid, es wird im, ja, dieses Jahr 2023 wird es die IRTC-Konferenz und die ISIE-Konferenz 2023 geben. Von daher, falls ihr da unterwegs seid, schreibt mir gerne, dann können wir mal einen Kaffee trinken gehen und uns unterhalten. ISIE ist eigentlich auch noch mal mehr als nur rohstoffbezogen. Und zwar ist es die Konferenz der Society for Industrial Ecology, von der ich jetzt auch seit kurzem Mitglied bin. Industrial Ecology kann ich vielleicht auch mal eine kleine Exkursepisode dazu machen. Ein sehr, sehr spannendes Thema, ein sehr spannendes Forschungsfeld, das aber insbesondere in Deutschland noch nicht wirklich sehr bekannt ist. Und außerdem, weil man hat ja sonst nichts zu tun, bin ich jetzt auch Teil von Scientists for Future in Beirut, in der Regionalkruppe und seit einem Treffen, also ganz, ganz, ganz frisch auch in der Fachgruppe Rohstoffe. Und, ja, freue mich da auf den Austausch. Da gab es auch schon früher durch die Bianca, die eben auch Teil von Scientists for Future ist und dann auch, ja, in der Fachgruppe Rohstoffe aktiv war, gab es ja auch schon ein bisschen Austausch. Und, ja, da ist auch ein bisschen die Überlegung, ob man sich gegenseitig einlädt. Von daher könnte das auch sein, dass demnächst einmal hier jemand von Scientists for Future vorbeischaut und dann eine Podcast-Episode mit mir aufnimmt oder mit uns aufnimmt. Wie ihr es auch schon gemerkt habt, Bianca ist heute nicht mit dabei. Da schauen wir einfach mal, wann sie mal wieder dabei ist. Die hat aber gerade weiterhin sehr viel Stress und viel zu tun mit Studium und Co. und Arbeit. Und deswegen ist sie da leider nicht mehr so oft mit dabei. Aber da schauen wir mal, wie das weitergeht. Ansonsten noch der kleine Disclaimer. Ich arbeite jetzt zwar an der Uni und dort auch am Lehrschiff für ökologische Ressourcentechnologie und bin auch bei Scientists for Future und Co. unterwegs. Trotzdem ist das hier im Podcast meine eigene Meinung. Also ich werde hier keine anderen Meinungen vertreten, vielleicht mal vorstellen, das dann aber auch highlighten. Und alles, was ich hier sage, ist dann auch nur von mir persönlich. Also es ist keine Äußerung von irgendeiner Uni oder von irgendeiner Gruppierung, sondern ausschließlich Ressourceneffirmen, Trademark. Naja, leider noch nicht. Genau, ansonsten, warum ich es auch länger nicht aufgenommen habe, da will ich mit euch einfach auch ehrlich und offen sein. Ich kämpfe seit mehreren Monaten an einer kleinen Depression, die enorme Auswirkungen eben auch auf mein Leben, meine Liebe und Co. hat. Corona hat das nicht ganz besser gemacht. Also ich habe das auch erst seit Corona und hatte ja 2020 meine Masterarbeit abgegeben. und da dann eh schon sehr, sehr lange, viele Monate zu Hause gesessen an der Masterarbeit geschrieben und bin dann irgendwie so raus und war so, hey, endlich Freiheit und dann kam der Lockdown. Ja, deswegen, das wollte ich einfach euch auch mal mitgeben. Finde das eigentlich auch schön, wenn man das mittlerweile ein bisschen transparenter macht, aber bin da auf einem sehr, sehr guten Weg auch schon, wenn auch noch nicht am Ziel, aber habe da sehr, sehr gute Unterstützung von verschiedenen Seiten aus und insbesondere auch der Jobwechsel und das neue Umfeld und sowas, das hat mir da sehr, sehr gut getan. Ja, und das Dritte, warum ich länger nicht mehr aufgenommen habe, bin ich ehrlich, ist mir so ein bisschen mangelnde Motivation. Ich hatte jetzt irgendwie sehr, sehr viele andere Projekte und ja, neuer Job und so, da muss man sich auch erst mal einfinden und pendeln, genau. Bei Bibi sieht es wie schon gesagt ähnlich aus und ja, die kann euch das dann auch mal in Ruhe erzählen, was sie denn gerade so treibt. Ansonsten hatte ich jetzt noch hier vorgeplant, einen kleinen Part zum Thema Lützerath mit aufzunehmen und zwar Lützerath, hat der ein oder andere von euch mitbekommen, gab es jetzt relativ große Klimaproteste. Lützerath ist ein Ort in NRW, der für den Braunkohleabbau abgerissen werden sollte und seit Oktober 2022 vollständig umgesiedelt wurde. Also RWE gönne alle Grundstücke und das soll jetzt abgebaggert werden. Ja, und das hat relativ viel Furore gesorgt von verschiedenen Positionen und ich habe da mal eine ganz eigene Meinung, aber die möchte ich eigentlich auch gar nicht hier zu groß prominent vorstellen. Deswegen schlage ich mal vor, wenn ihr möchtet, schickt mir doch einfach eine Sprachnachricht. Was denkt ihr darüber? Wird mich total interessieren, dann mit euch in den Austausch zu kommen. Weil es halt viele Positionen gibt von Lützerath, darf auf gar keinen Fall abgebaggert werden. Hinzu, naja, wir haben ja irgendwie hier den Habeck-Deal, das wir dafür anderes schützen und Co. Also fände ich sehr, sehr spannend. Ansonsten, nachdem ja Ressourcen-FM-Episoden immer wieder nicht veröffentlicht werden aktuell, habe ich eine weitere Episode für euch von einem anderen Podcast, den ich sehr, sehr schön fand. Und zwar macht die liebe Thora einen Podcast für Terra X. Und hier gibt es eine Episode zum Thema Gehen uns die Rohstoffe für den grünen Wandel aus. Ich packe den Link in die Shownotes und den fand ich sehr, sehr gut und sehr, sehr interessant. Und habe mir da auch schon gedacht, ah, da sind die ein oder anderen Experten mit dabei, die ich vielleicht mal ganz gerne hier auch einladen möchte. Ich hoffe, das ist in Ordnung, dass ich mir da die Kontakte dann in Anführungsstrichen klaue. Also da gerne mal reinhören, Thora macht das sehr, sehr gut, ist auch bekannt aus Film und Fernsehen, ich hätte es gesagt, Fernsehen und YouTube. Und macht das sehr, sehr gut, macht sehr, sehr gute Wissenschaftskommunikation. So, dann habe ich noch etwas anderes. Heute haben wir sehr, sehr viel Hausmeisterei. Und zwar am 12.01. dieses Jahr, vielleicht hat es ein oder andere mitbekommen, da ging das durch die Presse, heiße.de, SZ hatte, glaube ich, auch was dazu. So, ja, hier, wir haben jetzt seltene Erden in Schweden gefunden. Ähm, der Abbau von diesen seltenen Erdelementen in Pergeijer bei Kiruna. Ja, das soll jetzt total krass werden und da gibt es schon einen Eisenbergbau und in hier 10 bis 15 Jahren soll da jetzt dann viel, viel mehr abgebaut werden. Also es war die eigene Außerung. Also eine Million Tonnen, ähm, seltene Erden. Und ich bin bei sowas ja immer vorsichtig. Ich habe ja auch eine Episode zum Thema hier, äh, Stupid German Money und Investment in so Bergbau-Projekte gemacht. Und da war ich schon so, hm, weiß ich nicht, Digga, ja, weiß ich nicht, ob das stimmt. Ähm, dachte mir damals so, okay, hier in der SZ hat das aufgegriffen, heiße und golem auch. Also die sind ja jetzt schon nicht schlecht, ja. Manchmal ist das so ein bisschen, hm, aber ich dachte mir so, okay, das, wenn man weitergeguckt, da ist irgendwie amerikanische Presse, die dann irgendwie vertrauenswürdig war, die da irgendwie das auch berichtet hat. Naja, auch geguckt, LKAB ist ja das Unternehmen, das ist eigentlich im Staatshandel. Und da habe ich so, hm, hm, weiß ich nicht, eigentlich schon irgendwie seriös so, ja. Soll auch Phosphor abgebaut werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Na, irgendwie echt mich mal reingelesen und habe dann aber auch nichts gefunden über die genaue Zusammensetzung. Also ob es das schwere oder leichte seltene Erden sind, ja, das kann ich jetzt von außen nicht sehen. Ich vermute mal, dass es schwere sind, weil sonst macht das, also leichte seltene Erden haben wir halt irgendwie gefühlt überall, also manche davon, die meisten, ja. Und vor allem die schweren brauchen wir halt, also von daher, wenn das nicht um schwere seltene Erden geht, dann würde das, also dann wäre es überhaupt nicht relevant, das hier zu erwähnen, ja. Und vor allem kommt es auch vergesellschaftet mit eben Phosphor vor, soweit ich das verstanden habe, dann in Form des Minerals Apatit. Und von der Planung her sieht das eigentlich auch stabil aus. Also die planen einen Circular Industrial Park in Lulea, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, der 2027 dann starten soll und dann auch Processing und Weiterverarbeitung übernimmt. Insbesondere auch von den Kuppelprodukten, die da anfallen, ja. Und ich selber bin mir echt nicht sicher, ob das jetzt hier wirklich gut ist. Ich hatte als erstes ja, wie schon gesagt, an so einen Investment-Scam gedacht. Vor allen Dingen, weil hier eben keine Aussagen über die Zusammensetzung da waren und das dann halt irgendwie genauso irrelevant wäre wie 95 Prozent aller anderen Meldungen. Wenn das jetzt aber ein Staatshand ist, dann gäbe es noch eine andere Begründung. Und zwar, vielleicht hat das Ganze auch einen politischen Spin. Und zwar gibt es ja den EU-Critical Raw Materials Act oder die EU-Konflikt-Mineralverordnung, die jetzt kommt oder gekommen ist mittlerweile. Weiß ich gar nicht, ob die jetzt schon raus ist. Ich glaube, da ist der erste Entwurf raus. Und, beziehungsweise, nee, oh Gott, ich bin so durch heute. Also, EU-Konflikt-Mineralverordnung ist da, aber die wird jetzt irgendwie nochmal verschärft. Also, da gab es nochmal irgendwie was. Aber schaut da einfach selber rein. Ich bin, was EU-Regularien angeht, mittlerweile nicht mehr viel. Und da gab es auf jeden Fall am 28.12. auf deutscher Stelle nochmal eine Aussage, aber das erzähle ich euch gleich noch. Ja, auf jeden Fall könnte das halt auch sein, dass da jetzt mit den ganzen Programmen, die jetzt anlaufen, um eben Europa, was jetzt kritische Rohstoffe angeht, abzusichern, dass das da nochmal einen Spin hat. Und da dann, ja, das einfach politisch genutzt wird. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwie was abbauen, aber das wird meiner Meinung nach nicht der große, krasse Wurf sein, dass jetzt Europa da komplett unabhängig von chinesischen seltenen Ehren ist. Und halte das halt mal wieder für so ein bisschen eine aufgeblasene Story. Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, würde mich natürlich freuen. Aber ich bin dann mal sehr gespannt, wie es weitergeht. So, was ich ja gerade eben auch gesagt hatte hier, EU-Konfliktmineralienverordnung am 28.12.2022, also letztes Jahr, gab es einen Bericht der deutschen Kontrollstelle DEXOR über die mangelnde Erfüllung von Sorgfaltspflichten von dieser Verordnung. Und zwar die EU-Verordnung 2017-821, die seit Anfang 2021 auch wirksam ist, die sollte eigentlich da eingreifen, dass die Finanzierung von Konflikten und auch von der Verletzung von Menschenrechten durch den Abbau von Rohstoffen eingedämmt wird. Also da geht es insbesondere um die 3TG-Materialien, Zinnteil, Wolfram und Gold, wo ich auch schon mal eine Episode hier drüber gemacht habe. Und die DEXOR überwacht das Ganze eben für Deutschland. Also da geht es darum, dass halt Importeure da gewisse Regularien erfüllen und auch Unternehmen, die dann eben solche Materialien verwenden, nachweisen, wo das herkommt. Und die DEXOR hat hier in ihrem Bericht herausgearbeitet, dass es in Deutschland erhebliche Mängel gibt. Und zwar ist es so, dass das Bewusstsein und das Engagement bei den Importeuren noch nicht ausreichend vorhanden ist. Also nicht mal das Bewusstsein teilweise. Und 80 Prozent der 145 sorgfaltspflichtigen deutschen Importeure kommen der Offenlegungspflicht nicht nach. Trotz zweier Anschreiben der DEXOR und trotz eben da auch, dass das durch die Presse gegangen ist. Und 80 Prozent ist halt schon mal irgendwie eine Ansage, dass die das nicht erfüllen. Wundern mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Teilweise sind das sehr kleine Unternehmen. Aber trotz allem müssen die da halt einfach ihren Pflichten nachkommen. Und mangelndes Bewusstsein ist eben insbesondere bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen da. Obwohl es ja eigentlich auch schon breite und gut zugängliche Informationsangebote der DEXOR gab. Und was auch damit zusammenhängt, ist, dass die Unternehmen versuchen, diese Sorgfaltspflichten in externe und industrielle Systeme auszulagen. Also die versuchen halt diese Pflicht zu nehmen und zu sagen, ja, ja, okay, wir geben das irgendwie extern ab. Und bewerten das dadurch dann aber nicht in ihrem eigenen Risikomanagement-System und dokumentieren das dadurch auch nicht. Und zusätzlich kommt dazu, dass die das eigentlich auch gar nicht können. Weil bisher gibt es kein einziges System für dieses Risikomanagement, das von der EU-Kommission dafür eigentlich anerkannt ist. Also von daher, selbst wenn ich jetzt mich entscheide, irgendein System einzuführen, heißt das halt noch lange nicht, dass die EU-Kommission sagt, ja, das passt dafür. Und die DEXOR hat jetzt auch Empfehlungen ausgegeben. Und zwar, dass aus eigenem Interesse die Unternehmen Anstrengungen verstärken sollten, um gesetzeskonform zu werden. Und auch, also nicht nur hier Compliance, sondern eben auch krisenbedingte Versorgungsinsicherheiten zu minimieren. Und das kann man halt erst, wenn man überhaupt die Information erfasst hat und überhaupt erst mal guckt, wo kommt das denn eigentlich her und was passiert denn da eigentlich. Ja, von daher, falls ihr in so einem Unternehmen arbeitet, dann kann ich euch empfehlen, beschäftigt euch mal damit. Könnte hilfreich sein, einfach auch um Klagen und Co. abzuwenden dann in Zukunft. Und ja, Klagen und Co. abzuwenden, darum geht es jetzt nicht. Okay, aber es wird jetzt auch um kritische Rohstoffe gehen. Und zwar das Thema der heutigen Episode, in das ich jetzt nach 15 Minuten rein starten möchte, ist Deep Sea Mining. Ja, und der eine oder andere von euch hat es schon mal gehört. Deep Sea Mining oder Meeresboden Mining oder Unterwasser Mining, Seabed Mining, Underwater Mining. Deswegen, das ist ein Thema, das in den letzten Jahren immer größer geworden ist, insbesondere jetzt auch durch die Energiewende, wird das oftmals so als der heilige Kral bezeichnet. Und so hier, ja, wir schaffen es dadurch, dann endlich die Rohstoffe zu bekommen, um alles zu machen. Und dann werden unsere ganzen feuchten Träume, ja, feucht und unter Wasser, werden dann wahr, weil wir dann einfach die Rohstoffe haben und dann die Energiewende machen können. Ja, und da gibt es ja immer so Berichte von wegen, wir brauchen irgendwie das 10-fache an Lithium, 14-fache an Lithium oder was auch immer, je nachdem, was für eine Quelle man da hat. Und da wird dann auch oft gesagt, ja, Deep Sea Mining könnte ja eine der Lösungen sein, um eben hier diese Rohstoffversorgung sicherzustellen. Um die Begriffe voneinander ein bisschen abzugrennen, Deep Sea Mining gehört zum Seabed Mining bzw. Seafloor Mining, das wiederum zum Underwater Mining gehört. Und insgesamt, wie schon gesagt, geht es um Abbau von Rohstoffen im Wasser, nicht nur im Meer, sondern auch Seen können dazu. Deep Sea Mining jetzt selber im See wird halt ein bisschen schwierig, weil das halt in der Tiefsee dann ist und deswegen auch abgegrenzt von Seabed Mining, das ist einfach gesamtes Mining auf dem Seabed, also auf dem Ozeanboden oder auf dem Meeresboden heißt. Und Seafloor Mining bzw. Underwater Mining ist dann eben einfach unter Wasser. Deep Sea Mining ist das, worauf ich mich aber heute konzentrieren möchte. Und zwar gibt es auch Abbau im Flachwasserbereich, teilweise dann auch in Flüssen. Und Deep Sea Mining selber ist aktuell noch recht unrentabel bzw. begrenzt rentabel. Es gibt zur Förderung von Diamanten an der Westküste von Südafrika, aber da ist auch somit die Frage, ist das jetzt wirklich Deep Sea Mining oder ist das nur Seabed Mining? Und das ist recht interessant mit diesen Diamanten und zwar gibt es ja eigene Schiffe und sowas alles. Und es ist bekannt, dass Vorkommen von diesen Diamanten neben Eisensanden mit Titanmanganit und Kalknatron Felsspat und kobaltreichen Mengarenkrusten und Phosphoritknollen und Manganknollen und Methanhydraten, das sind alles so Sachen, die man da abbauen kann, könnte. Und davon ist bisher halt ausschließlich Diamant ein großes Thema, wo das halt im großen Ziel abgebaut wird und dann auch offensichtlich rentabel abgebaut wird. Die gesamten Lagerstätten von diesen verschiedenen Materialien, die man dann unter Wasser abbauen kann, die entstehen durch unterschiedliche komplexere Kombinationen von physikalischen, chemischen, teilweise auch biologischen oder geologischen Prozessen im Ozean, die dann zur Bildung von verschiedenen Mineralien und Lagerstätten führen. Und insbesondere in der Tiefsee ist das ganz oft, dass es an den Hydrothermalquellen liegt, wo heiße chemikalienreiche Flüssigkeiten, die aus dem Meeresboden aufsteigen, dann potenzielle wertvolle Vorkommen sind. Und dann eben hier auch eine entsprechend schön hohe Konzentration von diesen tollen Mineralien da ist, um dann das abbauen zu können. Es gibt auch einige Versuche oder gab einige Versuche, Lagerstätten auf dem Meeresboden abzubauen. Einige davon waren erfolgreich. Es ist aber schon technisch einfach sehr herausfordernd, denn wir haben hier halt einfach eine große Menge an Material, die wir dann wirklich aus der Tiefsee fördern wollen. Und wenn wir jetzt an so Erdöl- und Erdgasförderung denken, dann ist das schon relativ aufwendig. Und auf der anderen Seite ist das halt Flüssigkeit oder halt gasförmig. Das heißt, man bohrt da irgendwie ein fettes Rohr in die Lagerstätte rein und dann kommt das so mehr oder weniger von selbst raus. Und das ist ja halt bei festem Material, muss man da nochmal ganz viele andere Kniffe mit reinbringen. Und deswegen ist das ein wenig schwieriger. Im flachen Gewässer gibt es das schon, habe ich ja schon gesagt, Diamanten. Ja, das ist so alles, was bis 200 Meter geht. Da kann man gut abbauen. Und das hat dann auch schon in den 1960er Jahren angefangen. Da gibt es ein Unternehmen, das nennt sich Marine Diamond Corporation, die an der Küste Namibias fast eine Million Karat abgebaut haben an Diamanten. The Bears, also einer der größten Diamantenhändler, Verarbeiter der Welt und Förderer der Welt, die haben hier zum Beispiel einen erheblichen Teil der gesamten Diamantenproduktion vom Continental Shelf des südlichen Afrikas. Und The Bears, beziehungsweise ein Joint Venture, The Marine Namibia, also das ist so ein Joint Venture aus The Bears und Namibia, glaube ich, die haben dafür extra Schiffe bauen lassen. Unter anderem 2021 das 176 Meter lange Spezialschiff für den Abbau. Also 176 Meter ist schon mal eine Hausnummer, das ist jetzt kein kleines Schiff. Und im Juni 2017 hatten die bereits ein Erkundungsschiff, das 113 Meter lang ist. Die SS ist NuYoma übernommen und in Dienst gestellt und jetzt wurde auch noch ein weiteres Schiff 2019 in Auftrag gegeben. Und also da brummt das richtig, die haben da einige Spezialschiffe, die sie da ankaufen, beziehungsweise einsetzen. Und Abbau ist eben für Namibia auch wichtig. Namibia ist halt zu 50 Prozent an diesem Joint Venture beteiligt und ist damit auch eine der wichtigsten Staatseinnahmen für Namibia, was sehr interessant auch ist. Also die finanzieren sich zum großen Teil darüber und deswegen wird da weiter abgebaut. Insgesamt seit den 1960ern ist auch bekannt, dass es überhaupt Rohstoffe in der Tiefsee gibt. 1977 gab es dann die ersten Entdeckungen von so hydrothemalen Quellen, die von Erzlagerstätten mit den höchsten bis dahin gemessenen Konzentrationen an Mineralien umgeben waren. Die hat man damals eben entdeckt und hat dann auch direkt gesehen, oh ja, okay, super, da kann man ja abbauen. Abbau selber hat dann aber noch ein bisschen länger gedauert, bis es da erste Versuche gab. Und ja, wie ich schon gesagt habe, alles über 200 Meter ist so normale Unterwasserbergbau. Alles unter 200 Meter kann man dann als Tiefseebergbau bezeichnen. Tiefsee, alles unter 200 Meter, die Tiefsee ist sehr, sehr, sehr schlecht erkundet. Also bisher wissen wir ungefähr von 5 Prozent der Tiefsee, was da so unterwegs ist, beziehungsweise haben wir 5 Prozent nur erkundet. Beim Tiefseeboden sind es sogar 0,0001 Prozent, also ein unglaublich kleiner Teil. Ich habe mal gehört, dass wir den Mond und den Mars besser erforscht haben als den Tiefseeboden. Ich weiß nicht, ob das immer noch stimmt, aber ich kann es mir gut vorstellen. Und dementsprechend ist das natürlich auch ein bisschen kritisch, da dann Bergbau zu machen, wenn wir gar nicht wissen, was wir dort machen. Und die United Nations haben ein First World Ocean Assessment gemacht und haben 2015 dann entschieden, beziehungsweise bewertet, dass es eben eine enorme Biodiversität in der Tiefsee gibt. Und 2015, teilweise unabhängig davon, aber 2015 wurden dann auch die SDGs rausgegeben und das SDG 14 mit dem Schussziel dann auch Meere zu schützen rausgegeben. Es gibt außerdem auch die Biodiversitätskonvention, CBD, die erkennt an, dass es eben Biodiversitäts-Hotspots gibt, die dann leider in der Tiefsee oft übereinstimmend sind mit potenziellen Abbaugebieten. Also so Hydrothermalquellen zum Beispiel, da haben wir halt potenzielles Abbaugebiet, weil wir hohe Konzentrationen von Mineralien haben. Aber durch diese hydrothermalen Quellen ist das natürlich auch ein super Lebensraum für ganz viele Lebewesen. Und an diesen Schloten, die sich da bilden, ist eben auch die Biodiversität sehr, sehr hoch. Dann ist es auch so, dass es sogenannte Seeberge gibt, also das sind so Erhebungen dann in der Tiefsee. Und diese Seeberge sind eben oft auch dann so Rastfutter- und Fortpflanzungsorte für Tiefseelebewesen, zum Beispiel für Wale. Kann man sich so vorstellen wie so eine Ausfahrt, wie so ein Rastplatz. Irgendwo, wenn man da unten unterwegs ist, dann kann man da einfach eine Runde chillen. Und ja, da ist aber der Bergbau auch lohnt, weil einfach diese Seeberge ganz oft dann auch Krusten, also so Kobaltkrusten haben oder andere Rohstoffe dort dann abgelagert sind. Vor allen Dingen handelt es sich bei den in der Tiefsee vorkommenden Rohstoffen eben um die sogenannten Tiefseeknollen, also Mangan-Knollen, beziehungsweise Multimetallknollen, die dann Nickel, Kobalt und Kupfer enthalten. Also Tiefseeknollen oder dann eben diese Kobaltkrusten, die an den Tiefseebergen und in vulkanischen Gebieten vorkommen. Und dann eben die Raucher, vor allem die schwarzen Raucher, die dann auch sehr bekannt sind. Darüber hinaus gibt es noch ein paar andere Lagerstätten, beispielsweise so Erzschlämme an den Plattenrändern oder Massivsulfide bis 3000 Metern Tiefe. Das müssen dann nicht immer schwarze Raucher sein, sondern das können dann auch andere Sulfide sein. Dann gibt es noch die Schwer-Mineralseifen, vor allen Dingen in den Schelfgebieten und dann eben alles, was organische Rohstoffe angeht, Phosphoridknollen bis 500 Meter Tiefe ungefähr und dann eben auch viel Eisen, das im Küstenvorfeld dann zu finden ist. Und nicht zu vergessen natürlich auch Sand und Kies, da hatten wir ja auch schon mal in der Sand-Episode mal drüber gesprochen, wo meint man das dann eher nicht aus der Tiefsee fördern würde, sondern eher eben aus den Randgebieten ums Festland rum. Energierohstoffe, klar, werden auch gefördert, vor allen Dingen im Erdgass und Erdöl und was die letzten Jahre sehr, sehr stark im Fokus stand, auch Methanhydrate. Man kann auch dann noch sagen, Offshore-Windkraft und Wasserkraft, also Wellenkraft, Gezeiten und Strömungskraftwerke und Osmosekraftwerke und sowas, da sind natürlich auch Energierohstoffe, die dann im Meer gewonnen werden, jetzt auch nicht unbedingt in der Tiefsee. Methanhydrate dann schon eher in der Tiefsee und kann man da zusammenfassen. Und was man auch nicht vergessen darf, was so bei Rohstoffthemen gerne mal vergessen wird, es gibt auch Fischereien, da gibt es auch Tiefseefischerei, die bis zu 2000 Metern, in 2000 Metern Tiefe dann Fische fangen, was teilweise dann auch Probleme dann mit sich bringt. Teilweise sind das dann zum Beispiel Grundschleppnetze, die da dann auch eingesetzt werden, die dann da auch einfach den Grund aufwirbeln. Ja, insgesamt kriegt man da auch dann oftmals sehr interessante Funde, auch traurige Funde natürlich, weil die dann meistens tot sind, bis die dann 2000 Meter weiter oben sind. Und ein letzter Punkt, der gerne gemacht wird oder was jetzt in den letzten Jahren auch stark im Fokus stand, ist die sogenannte Bioprospektion, also die Nutzbarmachung der biologischen Ressourcen aus der Tiefsee für die Pharma- und Kosmetikindustrie. Und das darf man echt nicht unterschätzen, weil es da oftmals dann Enzyme gibt, die Lebewesen dann aus der Tiefsee mit sich bringen oder andere Mechanismen, die da entdeckt werden, die dann wirklich für Pharma- und Kosmetikindustrie verwendet werden. Dann kommen wir später nochmal drauf zurück, aber mRNA-Impfstoffe würde es, soweit ich weiß, nicht wirklich geben, zumindest nicht auf diese Art und Weise, wie wir sie heute haben, wenn wir damals nicht dort ein Lebewesen gefunden hätten, das ein bestimmtes Enzym mit sich bringt, um eben diese Impfstoffe einzusetzen. Ja, zum Bergbau, also an Land machen wir Bergbau seit Hunderten von Jahren, wenn nicht sogar Tausenden von Jahren oder beziehungsweise seit Tausenden von Jahren. Und ja, wir haben dort Lagerstätten, die bekannt sind, wir haben Reserven und Ressourcen, die sich eigentlich auch, die eigentlich auch mehr oder weniger stabil sind bei den Rohstoffen. Ja, also wir erinnern uns so, Reserven und Ressourcen vergrößern sich mit steigendem Preis und eben Fortschritt in der Technologie. Also wir haben dann mehr Lagerstätten, die abbauwürdig sind und die wir dann zu einem gewissen Preis abbauen können. Und so eine geologische Verknappung existiert noch nicht wirklich. Also bei manchen Rohstoffen, klar kann man sagen, die sind irgendwie ein bisschen kritisch, das sollte man ein bisschen gucken, aber im Großen und Ganzen haben wir die Materialien schon noch. Ja, ist immer eine Frage vom Aufwand, immer eine Frage von den Kosten, die wir bereit sind dafür eben, die wir dafür aufnehmen wollen. Und warum sollte man dann jetzt Bergbau in der Tiefsee betreiben? Weil Bergbau in der Tiefsee ist eben immer noch sehr teuer. Also wir haben teilweise aufwendigere Verfahren als jetzt an Land und ja, deswegen wird es, also irgendwann wird es den Kipppunkt geben, wo dann die Preise oder die Kosten so hoch sind, dass es sich eben lohnt, DSM zu machen, also Tiefsee Mining. Und dann wird das auch gemacht werden und wir sind jetzt gerade an so einem Kipppunkt, dass wir eben sehen, umso mehr geforscht wird, umso günstiger wird der Abbau und dadurch lohnt sich das dann halt schon nochmal. Naja, und ein großer Punkt, der da mit reinspielt, ist die sogenannte Not in my Backyard Thematik. Ja, Not in my Backyard beschreibt, kann man übrigens sehr gut zum Beispiel auch bei Windkraftanlagen sehen, ja, Not in my Backyard ist, dass viele Menschen, insbesondere in den Ländern des globalen Nordens, die gerne mal als, in Anführungsstrichen, entwickeltere Länder oder Industrienationen bezeichnet werden, ja. Dort haben wir halt einen extrem hohen Ressourcenverbrauch und hohen Bedarf an Rohstoffen und wir wollen diese Rohstoffe gerne haben, aber wir wollen den Abbau davon nicht im eigenen Land haben. Ja, so Lithiumförderung in Europa gab es zum Beispiel große, große Proteste dagegen. Wir sehen es jetzt eben auch bei der, in Anführungsstrichen, Verspargelung der Landschaft, also wir wollen alle irgendwie Energie verbrauchen und am besten irgendwo alle irgendwie eigenes Elektroauto fahren, aber viele wollen halt keine Windkraftanlagen dann in ihrer Nähe stehen haben, weil das verschandelt ja die Landschaft so. Ja, und das ist halt genau diese Not in my Backyard-Thematik, ich möchte nicht, dass in meinem Garten irgendwie was gemacht wird und dass der in Anführungsstrichen dreckig wird, ja, aber ich möchte trotzdem die Rohstoffe haben, deswegen wird es halt ausgelagert an andere Länder. Und in der Deepsea gibt es halt keine Bewohner, zumindest keine menschlichen und deswegen ist das halt eine schöne Sache, kann man schön Bergbau machen, keiner kriegt es so wirklich mit, wenn da irgendwie was vernichtet wird. Das ist jetzt auch nicht irgendwie, dass man da dann die Lebewesen sieht, die man damit vernichtet oder die da getötet werden und das ist auch recht schwierig dann für zum Beispiel Journalisten da hinzugehen, ja, wenn das irgendwo im Kongo ist oder irgendwo in Portugal, dann kann da ein Journalist einfach hinfahren. In der Deepsea wird es dann halt schon ein bisschen schwieriger, braucht man irgendwie ein Schiff, braucht man irgendwie Roboter oder ein U-Boot und deswegen wird das halt auch einen gewissen Fokus haben. So, ich habe hier auch mal eine Grafik mitgebracht zum Thema Metallvorkommen an Land und im Meer, um das mal so ein bisschen in die Größenordnung zu setzen. Hier ist zum Beispiel aufgeführt in Millionen Tonnen an Vorkommen, für Kobalt haben wir ungefähr 20,5 Millionen Tonnen an Vorkommen an Land und 94 Millionen Tonnen im Meer. Bei seltenen Erdoxiden ist es andersrum, da haben wir zum Beispiel am Land 260 Millionen Tonnen und im Meer irgendwas 31 Millionen, aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel Talium anschauen, da haben wir 0,0011 Millionen Tonnen an Land und 4,5 Millionen Tonnen im Meer. Das sind aber auch immer nur geschätzte Metallvorkommen nach Summe der geschätzten Metallgehalte in den primären Küstenzonen und der Clarion-Clipperton-Zonen. Die Clarion-Clipperton-Zonen, das werdet ihr heute öfters hören und irgendwann werde ich auch eine Abkürzung einführen, weil das einfach einer der wichtigsten Bereiche für Deepsea-Mining ist. Vor 40 Jahren haben erste Investoren versucht, Manganknollen abzubauen, also Manganknollen sind ungefähr so kartoffelgroß, große Knollen, die auf dem Meeresboden verstreut liegen und die haben damals eben versucht, die zu fördern und dann eben auch mal zu gucken, was das kostet. Und die konnten sie mit Kosten von fast einer halben Milliarde Dollar an Schürfkosten insgesamt, was dann aufgewendet wurde, ja damit war die Bemühung einfach nicht erfolgreich, das war nicht rentabel durchzuführen mit so hohen Schürfkosten. Und seitdem hat die Industrie hier eben aber fleißig an der Entwicklung von Spezialbaggern, Pumpen, Raupenfahrzeugen, Bohrern, Plattformen, Schiffen, Entkernern und Co. gearbeitet. Vieles davon ist eben robotergesteuert, beziehungsweise eigentlich fast alles und ist eben auch ausgelegt speziell für die Raumbedingungen in der Tiefsee. Und einmal dadurch, dass eben hier viel Forschung gemacht wird und einmal, dass der Preisanstieg bei vielen Rohstoffen wie Kupfer und die starke Nachfrage nach solchen Rohstoffen einfach diese Unternehmungen mittlerweile wirtschaftlich rentabler macht. Und jüngste Entdeckungen reicher Vorkommen am Meeresboden und eben der Fortschritt in der Technologie lassen auch das Interesse am Meeresbodenbergbau wieder aufleben. Insbesondere eben, hatte ich schon mal gesagt, hier so Diamanten, Eisensande, koboldreiche Mangankrusten, Phosphoritknollen und sogar Manganknollen. Die wachsende Bedeutung und zunehmende Knappheit in Anführungsstrichen der seltenen Erden verlasst auch einige dazu, dass hier überlegt wird, ob man denn diese Rohstoffe nicht aus der Tiefsee gewinnen kann, auch wenn es jetzt nicht so viele seltene Erden dort gibt. Also im Vergleich jetzt zu anderen Rohstoffen und seitdem steht das wieder im Fokus. Und ich hatte ja vorhin gesagt, Energierohstoffe sind natürlich auch wichtig und das sind eben vor allen Dingen diese Methanhydrate, die lange bekannt sind mittlerweile. Es ist so, dass zumindest nach meinem Wissen gibt es bisher keine wirklich große kommerzielle Förderung von Methanhydraten, aber es gibt eben einige Pilotprojekte. Für euch zur Info, Methanhydrat ist die größte bekannte Quelle für Kohlenwasserstoffe auf dem Planeten. Das ist schon enorm, wenn wir darüber nachdenken, dass halt eben Erdöl und Erdgas so die letzten Jahrzehnte unsere Wirtschaft am Laufen gehalten haben. Und das ist schon krass. Also auch vom Klimawandelperspektive her, so größte Quelle für Kohlenwasserstoffe, wenn wir das jetzt alles irgendwie verfeuern, dann haben wir ein Problem. Ja, also ein bisschen geilen Humor hier. Methanhydrat ist erstmal ein Feststoff und durch Druckreduzierung oder Ionenaustausch und andere Verfahren können die darin enthaltenen Gase, also das Methan, dann auch rentabel gewonnen werden. In den USA, in Kanada, Japan und Indien laufen dazu intensive Forschungsprogramme, um diese Gewinnungstechnologien zu entwickeln. Und daher ist dann auch anzunehmen, dass Methanhydrat zukünftig einen wichtigen Teil im Energiemix spielen wird, auch wenn das eben aus dieser Klimawandelperspektive heraus nicht sinnvoll ist und hoffentlich auch die Erneuerbaren trotzdem noch günstiger sind und man damit dann die Hydrate eben möglichst aus dem Markt raushalten kann. Müssen wir aber schauen, wie das eben in den nächsten Jahren läuft und wie das alles dann vorangeht. Die Gewinnung von Methan aus Hydraten, also diese Methanhydrate liegen vor allen Dingen in den marinen Sedimenten an den Kontinentalen hängen und anhöhen vor und es sind relativ große Mengen an Gashydraten potenziell verfügbar. Aus einem Kubikmeter Methanhydrat können 164 Kubikmeter Methangas gewonnen werden. Wie schon gesagt, nicht ganz unkomplex technologisch gesehen und eben auch kostenspielig, sodass dann auch die kompensielle Nutzung bisher nicht gestartet hat. Von der Schätzung der weltweiten Masse an marinen Methanhydraten reichen diese ungefähr von 550 bis 1146 Gigatonnen an enthaltenem Kohlenstoff, so als Umrechnungsfaktor. Also das ist schon mal eine Ansage. Die USGS ging 2008 davon aus, dass zwischen 25,2 und 157,8 Kubikfuß, also zwischen 0,71 und 4,47 Billionen Kubikmeter Methanhydrat vorhanden sind. Wobei die Daten natürlich auch mit Unsicherheit maftet sind. Also das ist schon mal eine Ansage, ja. Und diese Gashydratreserven sind eben in diesen Sedimenten enthalten und aber auch in Ländern mit polarem Permafrost, also mit Permafrostboden. Und schätzungsweise liegen 95 Prozent der Vorkommen am Kontinentalrand. Und ja, insgesamt gibt es auch so vier Umgebungen, in denen die Bildung und Stabilität für Methanhydraten gegeben ist. Man braucht da ganz spezielle Temperatur- und Druckbedingungen, damit das eben nicht auftaut und dass es eben stabil bleibt. Und das sind einmal Sedimente und Sedimentgesteinseinheiten unter dem arktischen Permafrost, also so russischer Permafrostboden kennt man da oft, als Begriff dafür. Dann Sedimentablagerung entlang der Kontinentalränder, Tiefwassersedimente von Binnenseen und Meeren und unter dem antarktischen Eis. Und dort gibt es eben diese Methanhydrate und bis auf die antarktischen Vorkommen befinden sich die Methanhydratansammlungen nicht wirklich tief unter der Erdoberfläche oder nicht wirklich tief. Und in den meisten Fällen befindet sich das Methanhydrat nur wenige hundert Meter unter den Sedimentoberflächen und ist damit dann auch, also einige dieser Vorkommen liegen damit eben auch im Bereich, dass sie potenziell auftauen können, wenn zum Beispiel der Permafrostboden an Land auftaut, zum Beispiel eben diese russische Tundra. Und im Wasser ist es aber auch ähnlich, also es ist jetzt nicht nur an Land, sondern es kann auch im Wasser sein. Und wenn dann diese Methanhydrate bis zu einer gewissen Temperatur auftauen, die sind eben nur bis zu einer Grenztemperatur stabil, und dann schmilzt dieses Hydrat und es kommt eben zur Emission von diesem Methan. Dabei entsteht dann auch flüssiges Wasser und das kann dann neben dieser Klimawirkung von dem Methanhydrat, kann es eben auch dafür sorgen, dass die strukturelle Integrität des Gesteins sich verändert, was dann zum Beispiel auch zu Landrutschen führt oder aber zu Einbrüchen oder einfach Veränderungen. Und das kann halt dann zum Beispiel auch für Menschen, die dann auf diesem Permafrost unterwegs sind oder auch für Equipment und Infrastruktur zum Beispiel, die das so gerade abzubauen, kann das dann eben gefährlich werden. Und 2017 hat die USGS hier an einem Paper mitgeschrieben, in dem sie sich eben mit Methanhydraten im Kontext von Klimawandel auseinandergesetzt haben. Insbesondere dann auch haben sie sich angeschaut, wie die Erwärmung der Ozeantemperaturen und die Veränderung des Meeresspiegels sich dann auf diese Methanhydrate auswirken. Und aktuell haben die herausgefunden, dass aktuell ein Teil des Methans, das am Meeresboden aus Gashydraten freigesetzt werden könnte, dass sich das eben in den flachen Meeressedimenten auflöst und dann dort durch Strömung in die Tiefsee gespült wird, wo es dann sich komplett auflöst bzw. dann auch zu Kohlendioxid oxidiert wird. Und dieses Kohlendioxid trägt dann zur Versaurung der Tiefsee bei. Und ein Teil dieses Kohlendioxid kann dann auch über mehrere hundert Jahre in die Atmosphäre gelangen, aber jetzt nicht wirklich schnell, also das blubbert nicht irgendwie hoch und dann oben raus, sondern es braucht ein bisschen, bis es dann eben an die Grenzfläche zwischen Luft und Ozean kommt. Und bei Sikkeq-Quellen im Tiefwasser, die dann mehr als hundert Meter Tiefe haben, da kann es dann halt sein, dass der größte Teil des Austretens Methans vermutlich nie die Grenzfläche zwischen Meer und Luft erreicht. Und auch, dass diese CO2-Emissionen dort daraus dann eben in den nächsten Jahren zumindest nicht an die Atmosphäre kommen. Im Gegensatz dazu kann aber ein Teil und auch ein großer Teil des Methans das eben in den Flachwasserbereichen, also alles über 101 Meter Wassertiefe, was dort emittiert wird aus den Meeresböden, auf den Kontinentalschälfen zum Beispiel, das kann recht direkt in die Atmosphäre gelangen. Und ja, das ist natürlich doof, weil wenn das in die Atmosphäre gelangt, Methan ist einfach ein sehr, sehr klimaaktives Gas. Und ja, es ist dann auch außerdem so, dass in den höheren Breitengraden dieses Gashydrat insbesondere in solchen flachen Meeresgebieten liegt und da dann eben nicht stabil ist, was dann auch bedeutet, dass der Methanaustritt auf den Kontinentalschälfen nicht mit der Gashydratdynamik verbunden ist, was dann auch bedeutet, dass es eben nicht irgendwie in die Tiefsities transportiert wird. In den höheren Breitengraden tauen auch Reste des Permafrostbodens aus dem Pleistocene auf, der sich unter einigen dieser Kontinentalschälfe eben befindet und jetzt dann durch dieses Auftauen und diese Emission von Wasser dann mit Wasser durchflutet wird. Ja, und diese Methanhydrate, die mit diesem Permafrostboden verbunden sind, können dann eben aufbrechen, also dieser Permafrost kann dadurch aufbrechen, die Methanhydrate eben auch und dadurch könnte dann eben auch Methan direkt freigesetzt werden, dass dann den Meeresboden, also es bricht unten auf, dann kommt dann Methan eben raus, dann ist es ja aber noch im Boden drin und dann schafft sich das eben durch Riss und Spalten beispielsweise seinen Weg in den Ozean. Und dann kann es eben darüber, dass das Ozean-Atmosphären-System auch erreichen und wie genau das funktioniert und ob das passiert, das ist gerade noch Gegenstand von aktiver Untersuchung. Man kann aber insgesamt zusammenfassen, wäre uncool, wenn die alle auftauen und dass alles emittiert wird, aber man muss jetzt auch nicht Panik machen, sondern muss es einfach nochmal genau untersuchen. Diese Methanemissionen aus Methanhydraten sind, die Panik da ist nur teilweise berechtigt. Und im Mehr gestaltet sich das Ganze nach aktuellem Wissensstand so, dass was bisher an Methan-Hotspots bekannt war, häufig auf Plankton zurückzuführen ist und eben nicht auf diese Methanhydrate und auch eben auch nicht auf das Einzigern von Methan in den Tiefsee vom Meeresboden aus, sondern eben eher aus so Plankton-Bereichen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn wir jetzt Methanhydrat fördern und das dann verbrennen, dann haben wir es natürlich in der Atmosphäre und dann haben wir halt eben auch wieder diese Klimawirkung. An Land sieht es eh auch anders aus, da ist das Methan aus dem Thermo-Permaphosboden immer auch direkt in der Atmosphäre, was dann eben ein Problem sein könnte. Soweit zum Methanhydraten und es soll ja eigentlich um Diebsey-Mining gehen und eigentlich fangen wir jetzt erst so richtig an. Und zwar will ich ja nicht nur über Energierohstoffe sprechen und mit den Methanhydraten ist das Thema jetzt zumindest mal durch. Es gibt aber auch noch andere Rohstoffquellen. Ich habe das ja vorhin mal so kurz zusammengefasst, irgendwie so die Hydrothermalquellen, die Kobaltkrusten und die Tiefseeknollen und diese Hydrothermalquellen, das sind dann sogenannte polymetallische Sulfide oder Massivsulfide auf Deutsch, die sich eben, also das ist massive Ablagerung eben an diesen heißen mineralreichen Tiefseekquellen. In der Regel findet man das in der Tiefe von 1000 bis 4000 Metern und vor allen Dingen dann eben in den Grenzgebieten von den Kontinentalplatten im Umfeld von unterseeischen Vulkanen. Klar, da ist es eh schon warm und dann gibt es auch unterschiedliche Arten von diesen sogenannten Rauchern. Die Sulfide sind eben in abgereichertem Wasser aus dem, also Wasser aus dem Untergrund strömt eben nach oben und diese Sulfide bilden sich dann eben, wenn die Mineralien daraus dann sich dort ablagern. Attraktivsten für die Bergbauindustrie, also von jetzt Metallen, die dort drin sind und von eben allem drum und dran, am attraktivsten für die Bergbauindustrie sind dann eben diese Hydrothermalschlote vor allen Dingen, denn die sind eben, die haben einen sehr, sehr hohen Reinheitsgrad von den Mineralien da drin. Und diese Schlote sind aber eben nicht nur für diese Mineralien bekannt, sondern auch, weil sich dort dann üppige Gemeinschaften und exotischen Leben bilden und das sorgt dann halt einfach auch für eine gewisse Interessenkonflikte, ja. Und an einem so einem schwarzen Rauch, also das ist so ein Schlot, der aus dem Boden rauskommt. Ich packe hier auch mal ein paar Videos rein auf YouTube, wo man sich das mal anschauen kann, wie das dann genau aussieht, ja. Es sieht sehr, sehr krass aus, also wirklich wie so ein, wie so ein, aus einem Alienfilm. Und an einem so einem schwarzen Raucher können bis zu 300 verschiedene einzigartige Arten vorkommen, ja. Was schon eine Ansage ist, wenn wir den jetzt halt komplett abbauen, also beim Abbau würde man den gesamten Schlot entfernen, weil der halt komplett aus diesen Mineralien besteht und würde den mitnehmen und damit wäre der dann weg und damit könnten dann auch die Arten dort eben nicht mehr leben. Diese Schlote bilden sich, indem sehr, sehr heiße, chemikalienreiche Flüssigkeit ja, diese Flüssigkeit eben aus den Quellen raus sprudelt und sickert und sich dann mit dem kalten Wasser des Ozeans trifft, also das Ozeanwasser da ist so irgendwo bei zwei Grad Celsius und durch diesen Temperaturabfall verfestigen sich dann viele der gelösen Mineralien aus der Flüssigkeit und das fällt dann auf dem Müheeresboden aus und bilden dann eben so riesige schornsteinartige Strukturen. Weil eben in diesem Schornstein steigt das heiße Wasser eben auf, trifft sich dann oben, dann lagert sich das ab und dadurch baut sich das selber auf. Und je nach chemischer Zusammensetzung der Fluide stoßen diese Schornsteine eben entweder schwarzen oder weißen Rauch aus in der Regel, ja. Schwarzer oder auch grauer Rauch, das sind meistens eisenhaltige Pyrite oder eisenhaltiges Wasser, ja, mit Pyriten drin. Weißer Rauch deutet dann auf große Mengen an Sulfaten hin, also vor allen Dingen dann Anhydriet, Gips oder aber auch Soliziumdioxid. Und insbesondere diese Schwefelverbindungen, also diese Salze von Eisen, Mangan, Kupfer und Zink sind dann eben hier in diesen Schwefelverbindungen enthalten. Und kann dann auch nochmal unterscheiden, weiße Raucher sind meistens nicht direkt durch den Vulkanismus angetrieben, sondern durch Meerwasser, das in Spalten eindringt, also normales Meerwasser springt, dringend durch Spalten in den Boden ein, wird dann dort erhitzt und löst dann dort eben auch dann, ja, Mineralien und Co. raus aus dem unterliegenden Gestein und strömt dann eben wieder in einzelnen weißen Raucher aus. Deswegen sind weiße Raucher auch meist weniger heißer als schwarze Raucher, also die haben so um die 40 bis 90 Grad Celsius. Diese weißen Raucher kommen daher dann auch in den Randzonen von so hydrothermalen Feldern, also ein hydrothermales Feld ist eben ein Feld, wo dann viele so hydrothermale Quellen vorkommen und an den Randern sind dann gerne mal die weißen Raucher und die schwarzen Raucher sind dann eher in der Nähe der Hauptaufwärtsströmungen und können dann auch Temperaturen um die 300 Grad haben. Die beiden heißesten unterseeischen schwarzen Raucher waren, die haben sehr lustige Namen und zwar hieß der eine Two Boats und der andere Sister Peaks. Die sind auf dem mittelatlantischen Rücken in einer Tiefe von ungefähr 3000 Metern und die stoßen mit einem Wasserdruck von 298 Bar schwadenweise bis zu 464 Grad Celsius heißes Wasser aus. Also das ist schon echt heiß. Und ja, enthaltene Rohstoffe können in solchen Rauchern dann eben sein, Kupfer, Gold, Blei, Silber, Zink und so weiter, ja. Da gibt es einiges, was da drin sein kann und die wichtigsten Lagerstätten, so wie sie denn heute bekannt sind, liegen dann eben vor allen Dingen bei Papua-Neu-Guinea, bei den Salomon-Inseln, Vanautu und Tonga. Es gibt aber mittlerweile auch Entdeckungen von solchen Rauchern abseits der klassischen hydrothermalfelder und auch abseits der für Vulkanismus bekannten Gebiete. Die werden dann eben aus noch größerer Tiefe gespeist und deswegen nimmt man auch an, dass viele von diesen Schloten und viele von diesen Rauchern bisher gar nicht entdeckt wurden und übersehen wurden, weil man eben, wenn man danach gesucht hat, dann schon auch geschaut hat, wo sind denn so hydrothermalfelder, ja. Viele der Sulfidablagerungen an Land sind wahrscheinlich auch auf die gleiche Weise entstanden, wurden dann später durch die Bildung von Inseln und Kontinenten im Laufe der Jahrmillionen über den Meeresspiegel angehoben. Auf der Insel von Zypern beispielsweise gibt es 30 massive Sulfidvorkommen, die für das antike Rom eine Hauptquelle für Kupfer waren, also die haben darüber dann ihre Kupfer vor allen Dingen gewonnen. Und man nimmt an, dass das damals eben auch in der Tiefsee dann so entstanden ist, diese Sulfidvorkommen. Und aus einer Reihe von Gründen konzentriert sich das Interesse der Bergbauindustrie eben auf diese Massivsulfide am Meeresboden, vor allen Dingen auf die Schlotfelder im westlichen Südpazifik. Viele der Schlotfelder befinden sich innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszonen, also diese ausschließlichen Wirtschaftszonen sind eben Gebiete, in denen die Länder mehr oder weniger machen können, was sie wollen. Und viele dieser Schlotfelder befinden sich eben in den ausschließlichen Wirtschaftszonen kleiner Inselstaaten, wodurch dann auch Komplikationen oder potenzielle Komplikationen beim Abbau des Meeresbodens entfallen. Also im internationalen Gewässern gibt es da eben relativ umfangreiche Regularien, beziehungsweise die werden gerade ausgebaut, diese Regularien. Und da muss man sich dann sehr viel mit beschäftigen. Was darf ich machen? Wie, wo, was? Und eben in diesen ausschließlichen Wirtschaftszonen können die Länder selber drüber entscheiden. Und deswegen ist es da aktuell zumindest meistens etwas einfacher. Ja, in diesen internationalen Gebieten, aber auch in den ausschließlichen Wirtschaftszonen wurden bereits mehrere hunderttausend Quadratkilometer des Meeresbodens für Explorationen gepachtet. Und ein Abbaubeginn hat es auch schon gegeben. Also es gab einige Projekte, die schon durchgeführt wurden, unter anderem vor Papua-Neuguinea. Dort hat man 2019 angefangen mit dem Abbau, hat das Projekt aber dann wieder eingestellt. Und zwar, weil es eben massiven Widerstand von internationalen NGOs gab und auch von der lokalen Bevölkerung. Weil es einfach total die Umweltschutzbedenken gab und deswegen wurde das damals dort abgebrochen. Unter anderem auch, weil das Unternehmen das Ganze angeleiert hatte, dann auch Liquiditätsprobleme hatte. Und ja, was kann man denn jetzt machen? Man will irgendwie an aktiven, hydrothermalen Quellen, wo eben ganz viele Lebewesen sind, da will man jetzt nicht unbedingt Bergbau betreiben. Das ist ja total legitim. Deswegen haben einige Bergbauunternehmen sich gedacht, naja, es gibt ja auch so inaktive Quellen, die könnte man ja dann abbauen. Und der Abbau ist da trotzdem bedenklich, denn, also der Abbau insgesamt an so hydrothermalen Quellen ist ja bedenklich, weil eben an den Rauchern große Biotope bestehen oder die ihre eigenen Biotope eben bilden. Und es dann eben Arten gibt, die in der Umgebung von diesen speziellen Rauchern aktiv sind. Die lebenden Arten dort sind oftmals auch chemotropeaktive Bakterien. Das heißt, die haben eine ganz spezielle Nahrungskette, die auf diesen Raucher eben basiert. Also chemotrope versorgen sich dann eben über die Wärme und über die Mineralien und Co., die da eben aus diesem Raucher rauskommen. Und diese Bakterien und Lebewesen leben dann eben oft von der Oxidation von Schwefelwasserstoffen und nutzen die als Energiequelle, um eben organische Verbindungen aufzubauen. Teilweise nutzen die Bakterien auch die Infrarotabstrahlung der Raucher als Energiequelle und ja, deswegen, wenn ich jetzt den Raucher dann wegmache oder da irgendwie Veränderungen reinbringe, dann kann das eben enorme Auswirkungen auf diese Lebewesen haben. Diese Tiefseequellen sind ungefähr 20 Jahre aktiv und nach dieser aktiven Phase brechen dann oftmals die Schlote zusammen oder die versiegen in irgendeiner Form. Und laut dem Bergbauunternehmen spricht danach dann eben wenig dagegen, nach dieser aktiven Phase die Schlote abzubauen. ist wahrscheinlich besser, nicht mehr aktive Schlote abzubauen als aktive Schlote. Allerdings hat man trotzdem eben da auch mittlerweile entdeckt, dass es dann auch Arten gibt, die danach, nach dieser aktiven Zeit, da trotzdem noch aktiv sind. Und deswegen ist so ein bisschen die Frage, wie soll das jetzt alles weitergehen. Die autonome Regierung der Erzorn hat übrigens 2002 beschlossen, zwei besonders bedeutende Gebiete, die Hydrotermalfelder Lucky Strike und Menesquen, als Meeresschutzgebiete unter Schutz zu stellen. Hoffentlich bleibt das auch so, ja. Und mittlerweile werden einige dieser Felder eben unter Schutz gestellt, wobei es dann auch immer so eine Unterscheidung gibt. Manche sind dann nur geschützt vor Tiefseefischerei, aber nicht vor Bergbau, was halt irgendwie auch so ein bisschen witzlos ist. Aber da müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Bei den inaktiven Quellen ist eben einer der großen Vorteile beim Abbau auch, dass es niedrige Temperaturen hat und weniger saure Umgebung. Das heißt, es ist auch nicht so anstrengend für das Equipment, das dort eingesetzt wird. Wenn man da irgendwie mit einem hohen Druck und über 400 Grad Celsius in so einer Umgebung arbeitet, dann muss der Roboter das auch abkönnen. Das ist eben bei den nicht mehr Aktiven nicht das Problem. Und man verursacht eben auch weniger Umweltschäden, zumindest nach aktuellem Wert. Wie schon gesagt, gibt es auch dort ausgeprägtes, differenziertes Mikrobiot, mikrobiotische Lebenslandschaft und eben auch Korallen, die sich dort bilden. Diese Korallen sind teilweise über 1000 Jahre alt. Die würden mit großer Wahrscheinlichkeit beim Abbau eben vernichtet werden, insbesondere weil dann beim Abbau ja auch Staub aufgewirbelt wird, der dann sich eben auf den Korallen absetzt und sie damit tötet. Dieses reiche mikrobielle Leben auf der anderen Seite ist auch sehr relevant für die CO2-Bindung. Es gibt so eine Hochrechnung, dass einige dieser Bakterien eben CO2 binden und dass das ungefähr für 10% der CO2-Bindung in der Tiefsee, also für alles, was in der Tiefsee in CO2 gebunden ist, dass davon eben ungefähr 10% auf diese Bakterien zurückfällt. Und anderes Problem ist, es sind bisher nur wenige inaktive Quellen und damit inaktive Lagerstätten bekannt, werden zwar beständig mehr, aber wenn eben diese ganzen inaktiven Vents mal abgebaut sind, dann werden die Bergbauunternehmen, die dieses Equipment sich gekauft haben oder halt angeschafft haben, die werden dann auch sagen, ja okay, wir müssen jetzt irgendwie weiterbauen, weil wir müssen rentabel sein und dann wird es vermutlich auch an die Aktiven, wenn es geht. Da gibt es eine sehr interessante Datenbank und zwar die VentsDataInterRidge.ort-Datenbank. Das ist eine Datenbank, die eben sich anschaut, wo gibt es denn welche Vents und nach aktuellem Stand, also ich habe jetzt hier im Januar 2023 das mir angeschaut, nach dem Stand gibt es 55 inaktive Vents, die gefunden wurden, und 304, die bestätigt wurden, die aktiv sind und 362, auf die geschlussfolgert wurde, die aber eben noch nicht klar bestätigt wurden. Und es gibt ein großes Gebiet, das nennt sich Lost City. Das ist ein 120.000 Jahre altes Gebiet, das eine große Menge an solchen Schloten beherbergt. Das heißt eben Lost Cities, weil das aussieht wie so eine Skyscraper-Stadt, also mit Hochhäusern, weil diese Schlote eben so hoch sind. Und 2017 hat Polen einen Tiefsee-Bergbau-Explorationsvertrag für die Erkundung von dieser Lost City eben bekommen. Also die dürfen das Gebiet eben explorieren, also sich anschauen, ob man da Bergbau betreiben kann und dürfen da auch Testbergbau machen und sowas und das eben diesbezüglich erforschen. Ja, wo man auch sagen kann, naja, so ein schönes Gebiet, aber gut, wo gefobelt wird, fallen Späne. Also irgendwo hat man das Problem ja immer bei Bergbau. Der Abbau von solchen Gebieten oder der Abbau von solchen Rohstoffen, eben von diesen Schloten, von diesen Massivsulfiden, passiert vor allen Dingen durch Roboter oder Remotely Operated Vehicles, also ROVs, die sind, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Manche arbeiten mit Bohrmeiseln, um die Schlote abzutragen. Es gibt auch die Idee, dann da große Maschinen zu nutzen, also so 300 Tonnen schwere Maschinen, die dann die Erzvorkommen vom Meeresboden abbauen und dann auch unter Wasser zerkleinern. Da gibt es auch so vertikale Bohrtechnik für den selektiven Abbau einzelner Schlote. Das ist auch eine Idee. Ist aber auch umstritten, ob das überhaupt möglich ist. Die ROVs, also diese Roboter, diese Unterwasserdrohnen, die werden vor allen Dingen aktuell für die Exploration und für Probebohrung eingesetzt. Es gab auch Überlegungen, die dann eben im größeren Stil einzusetzen, aber das ist dann auch schwieriger. Und 2017 hat Japan den ersten Large-Scale-Abbau erprobt von diesen Schloten. Die Japan Oil, Gas and Metals National Corporation, J-O-G-M-E-C, führte die Operation mit dem Forschungsschicht Hakurai durch. Und zwar an dem Schlotfeld I10er Hole Caldron innerhalb des hydrothermal-aktiven Back-Ark-Beckens, das im Okinawa-Bereich liegt. Also Okinawa-Trog, glaube ich, heißt das dann. Und laut dieser Inter-Ridge-Vend-Database gibt es dort eben 15 bestätigte Schlotfelder in ungefähr einer Tiefe von 1600 Metern. Und die Schätzungen der japanischen Regierung gehen davon aus, dass die ausgebeuteten Lagerstätten an Zink in der Größenordnung von ungefähr einem Jahresverbrauch von Japan liegen. Also dass sie dort so viel Schlot und so viel abgebaut haben, dass sie damit die Jahresversorgung für Japan komplett, was Zink angeht, für ein Jahr übernehmen können. Das war dann in 2017. Ich habe dazu dann aber keine aktuellen Informationen mehr gefunden, ob das noch weitergeht oder was da genau jetzt noch passiert ist. Also da habe ich dann nichts mehr gefunden, was in den letzten fünf Jahren passiert ist. Interessanterweise, wenn wir mal nach Deutschland schauen, dann war zwischen 1975 und 1981 das in Hannover angesiedelte Unternehmen Preussack AG von einem, also die waren da auch interessiert und engagiert in dem Bereich Tiefsee- bzw. Unterwasserbergbau. Und zwar wurden die von einem saudis-sudanesischen Konsortium beauftragt im Roten Meer, die Atlantis-Zweittiefe bezüglich unterseeischer Bergbaumöglichkeiten, also unter 2000 Metern Tiefe liegt das, sollten sie eben diese Tiefe explorieren. Und die haben damals eben auch massiv Sulfid-Vorkommen dort identifiziert und haben dann dort auch über die nächsten Jahre dann gearbeitet. Aber das wurde damals eben nicht weiterverfolgt, weil es eben nicht rentabel war. Die Diamond Fields International Limited hat 2010 dann eine Lizenz für den Abbau in einem Joint-Venture zusammen mit dem saudischen Unternehmen Manafar International erhalten. Und hier habe ich leider auch keine neuen Informationen gefunden, wie weit das Projekt jetzt vorangegangen ist oder ob da noch mal was weitergegangen ist. Das war dann aber eben diese Diamond Fields International, die dann eben aber nicht mehr mit deutscher Beteiligung gearbeitet hat, soweit ich das mitbekommen habe. Bei diesen Sulfid-Lagerstätten, es gibt ja grob drei unterschiedliche, also die inaktiven Vans, dann die schwarzen und die weißen Raucher. Und alle diese drei polymetallischen Sulfid-Lagerstätten, der Abbau davon geht eben direkt einher mit direkten Umweltimpacts. Haben halt Staubaufwicklungen beim Abbau, das hatte ich ja schon gesagt. Also Staub wird aufgewirbelt, wird dann eben über die Meeresströmungen verteilt und legt sich dann auf die umliegenden Gebiete nieder, was dann dafür sorgt, dass halt dort Korallen zum Beispiel, die jetzt nicht den Staub einfach abschütteln können, dadurch dann sterben. Das ist aber auch für Tiere eben, die da durchschwimmen müssen, problematisch. Und dieser Staub, wenn er vom Abbau ist, dann kann das eben auch metallhaltig sein, beziehungsweise kann dann auch giftige Stoffe enthalten. Aber wenn wir diese Staubaufwicklung erstmal ignorieren, dann haben wir trotzdem direkt betroffene Flächen. Flächen, das ist ungefähr 10 Quadratkilometer für vom Bergbau aktiv oder von den Bergbauaktivitäten betroffene Gebiete, also 10 Kilometer da außenrum. Um einen Schlote außenrum hat man eben eine Beeinflussung. Das sind eben 10 Quadratkilometer beim Abbau von Schloten. Für eine Größenordnung, damit ihr das einschätzen könnt, bei diesen kobaltreichen Krusten, auf die ich später nochmal eingehe, sind es ungefähr 10 bis 100 Quadratkilometer außenrum. Das ist natürlich auch nur eine Annahme nach der aktuellen Planung und nach dem aktuellen technischen Stand, was hier aber problematisch ist, weil man könnte jetzt sagen, ja, 10 Quadratkilometer, ja, mei, das ist jetzt keine große Fläche, wenn man sich den Ozean anschaut. Aber diese Schäden da unten, die heilen eben nicht so schnell. Wenn wir jetzt bei uns irgendwo ein Loch buddeln, dann ist das irgendwie nach einem Jahr überwachsen und man sieht das nicht mehr. Also zumindest, wenn es ein halbwegs großes Loch ist, aber spätestens irgendwie nach ein paar Jahrzehnten findet die Natur bei uns durch Erosion, durch Regenfall und Co., findet die Wege, um eben solche Schäden dann zu heilen. In der Tiefsee ist das leider nicht der Fall, sondern Schäden, die wir dort verursachen, bleiben über Jahrhunderte bis Jahrtausende, vielleicht sogar länger, aber das wissen wir halt nicht, weil wir halt so lange noch keine Schäden dort haben, ja. Zumindest keine menschengemachten Schäden. Aber diese Schäden bleiben einfach sehr, sehr, sehr lange dort. Und wenn die Schlote dort abgetragen werden, dann stirbt die Flora und Fauna im Umkreis der Schlote wahrscheinlich ab. Und damit geht dann auch diese Wanderung von Flora und Fauna, die bisher noch nicht nachgewiesen oder untersucht wurde, verloren. Also bisher nimmt man an, aber das ist halt auch nur eine Vermutung, dass von den Schloten zu anderen Schloten dann eben auch Flora und Fauna weiter wandert. Und wenn ich da jetzt halt welche wegnehme, dann nehme ich einfach diese Wanderspots weg, ja. Und dann habe ich halt auch insgesamt eine Senkung der Biodiversität nicht nur an dem einen Schlot, sondern eben auch darüber hinaus. Bei dem Abbau von diesen hydrothermalen Quellen können auch Staub und Abwasser erzeugt werden, das habt ihr schon erwähnt. Man nimmt an, dass für einen so einen Abbau-Roboter, dass in einem so ein Abbau-Gerät ungefähr 22.000 bis 38.000 Kubikmetern Abwasser oder ein Ausstoß pro Tag erzeugt werden. Die Kobaltreichen Krusten oder Cobalt-Rich Ferromanganese Krust, habe ich ja gerade eben auch schon mal so kurz erwähnt. Das sind eben Krusten, die Kobalt enthalten. Die kommen in ungefähr 600 bis 2.500 Metern Tiefe vor. Es gibt auch andere Quellen, die sagen in 1.000 bis 3.000 Metern Tiefe. Und da sind harte mineralische Überzüge, die über hunderttausende Jahre an den Flanken von Untersee, Unterwasservulkanen und Bergen entstanden sind. Von der Zusammensetzung her sind das steinharte metallische oder metallhaltige Beläge. Die enthalten vor allem die Rohstoffe wie Kobalt, Tellur, Nickel, Kupfer, Platin, Zirkonium, Molfran und seltene Erden. Und das sind eben so Eisen, Mangan, Schichterze. Es gibt hier zwei größere Kategorien, die man unterteilen kann. Einmal die hydrogenetische, kobaltreiche, ferromagnetische Krusten und die hydrothermalen, nicht genetisch, hydrogeologisch. Muss ich mal nachschauen. Ich schreibe es in die Schrauben dazu auf jeden Fall richtig rein. Auf jeden Fall gibt es als zweites dann noch die hydrothermalen Krusten und Verkrustungen. Und bei ersteren, die wachsen eben sehr, sehr langsam. Also so ein bis fünf Millimeter pro Million Jahre. Also nicht pro Jahr, sondern pro Millionen Jahre. Und ja, die wachsen sehr, sehr langsam, aber haben eine höhere Konzentration an den kritischen Mineralien. Also sogar eine höhere Konzentration als im Vergleich zum Manganknoll. Und diese hydrothermalen Quellen, also hydrothermale Krusten, nicht hydrothermale Quellen, muss man ja auch sauber sein, wie man das unterscheidet. Diese hydrothermalen Krusten, die wachsen durch eben hydrothermale Quellen bei ungefähr 200 Grad Celsius. Und die wachsen um die 1600 bis 1800 Millimeter pro Million Jahr. Also weitaus schneller als die anderen, aber es ist halt also 1600 Millimeter im Millionen Jahr. Das ist trotzdem noch eine lange Zeit für die, umzuwachsen. Und diese Krusten sind eben fest mit dem Untergrund verbunden. Und deswegen ist es dort nötig, dass man die abfräst oder abmeiselt. Und beinhalten eben vor allen Dingen Mangan und Eisen. Und Kobalt, Nickel und seltenerden sind normalerweise, so Pi mal Daumen, mit unter einem Prozent Gehalt eben dort enthalten. Die Lagerstätten dieser Krusten, das sind sedimentfreie Zonen normalerweise, mit sogenannten Krustenteppichen. Und 46 Prozent der entdeckten Krusten sind eben in dem ABNJ-Bereich, also Areas Beyond National Heuristication, also in der sogenannten Hohen See. Dort gelten dann nochmal andere Regeln, deswegen ist das relevant. Und also internationale Regeln, beziehungsweise dann teilweise auch keine Regeln, deswegen früher da auch die Piraten unterwegs waren. Heute, ja gut, gibt es immer noch Piraterie, aber ich glaube, es ist ein bisschen anders. Ansonsten gibt es auch noch einige Lagerstätten, also die anderen 54 Prozent dieser Lagerstätten sind dann quer über den Globus verteilt. Wichtige Lagerstätten liegen in den Ländern Mikronesien, bei den Marshall-Inseln und Kiribati. Und da sind ungefähr 1,7 Millionen Quadratkilometer an Lagerstätten bekannt. Es gibt auch diese Prime FEMN Crust Zone, PZZ, die ist im Pazifik gelegen. Und das ist eben eine der wichtigsten Lagerstätten für diese Krusten. Grob geht die von den Hawaii-Inseln bis zum Marianengraben. Und President Obama hatte damals eine Erweiterung des Pacific Remote Islands Marine National Monuments Themas, oder ich weiß nicht, ob das eine Anordnung oder was das genau war, aber es ist so eine Anordnung eben durch den Präsidenten. Und dadurch hat er große Teile dieser PZZ geschützt, eben als Marine National Monument ausgezeichnet. Und hat die dann eben dort geschützt. Es gibt auch noch so eine Karte, habe ich jetzt auch noch mal in die Show Notes reingepackt, von der NOAA, also der Ozeanbehörde der Amerikaner. Im Westpazifik hat die ISA, also die International Seabed Authority, das ist eine Einrichtung der UN. Und die haben dort verschiedenen Unternehmen und verschiedenen Staaten Lizenzen gegeben, Explorationslizenzen, um eben sich anzuschauen, wie man diese Cobalt Ridge Ferro-Manganese-Crusts abbauen kann. Unter anderem gibt es dort eine Explorationslizenz für das Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt der Russischen Föderation. Eben diese Japan Oil Gas and Metals National Corporation, J-O-G-M-E-C. Und die China Ocean Mineral Resource Research and Development Association, COMRA. Und die explorieren hier eben im Pazifischen Ozean. Diese Krusten sind die am wenigsten erforschten Lagerstätten bezüglich Bergbau. Also im Vergleich jetzt zu den Manganen oder zu den polymetallischen Knollen und eben den Schloten. Auch hier ist Umweltschutz wichtig, denn diese magnetische Signatur dieser Krusten, die verwenden manche Spezies zur Orientierung. Und wenn wir die jetzt wegmachen, dann ist eben diese magnetische Signatur weg und dann sind die vielleicht orientierungslos. Und ähnlich wie bei den aktiven hydrothermalen Quellen gibt es eben hier auch Gebiete, die dann eine hohe Biodiversität haben und die dann eben auch als VMEs, also Vulnerable Marine Ecosystems, bezeichnet werden. Und deswegen gibt es eben auch Bereiche, die dann geschützt werden, wie zum Beispiel eben auch damals durch Obama. Die ISA macht das dann, die sollte das dann eben auch machen für die hohe See bzw. für die zwischenstaatlichen Gebiete. Es gibt auch manganreiche Krusten bzw. diese kobaltreichen ferro-manganischen Krusten liegen ja im Bereich von 4000 bis 7000 Metern. Also gibt es eben auch dann unterhalb dieser 3000 Meter gibt es dann auch noch einige, aber die meisten sind eben in dem Bereich bis 3000 Meter. Abbautechnik hatte ich ja vorhin schon so kurz ein bisschen gesagt. Das ist dann ein Abschälen bzw. Zerkleinern dieser Krusten aus dem Wirtsgestein. Normal würde man da einfach, also was jetzt bisher erprobt wird und angeschaut wird, sind dann mechanisch rotierende Schneidekopffräsen, die das dann dort abtragen. Es gab mal irgendwie so einen Zeichentrickfilm, wo es dann auch irgendwie um Atlantis ging, wo man diese Dinger auch hatte. So ähnlich scheint das wohl auszusehen, also sehr wild. Und es ist dann ein sehr grobkörniger Abrieb, der dann eben dort erzeugt wird. Und dieser Abrieb wird dann natürlich nicht nur aufgesaugt und dann eben nach oben gefördert, sondern der lagert sich dann teilweise auch im Umfeld ab und kann eben auch in tiefere Wasserlagen abgleiten. Und normalerweise würde man diesen Abrieb, den man dann auffängt, an die Oberfläche bringen, eben durch sogenannte Aufschlemmung oder über hydraulische Dickstoffpumpen. Und Aufschlemmen ist eben, man gibt noch Luft mit dazu, also man hat dann wie so ein Luftbad, so Luftkissen, und dadurch wird das dann hoch geblubbert. Und dann kann man es an der Oberfläche eben weiter nutzen und dann eben auch entwässern und dann dort weiter nutzen. Ja, umwelttechnisch, umweltschadenstechnisch haben wir hier halt auch wieder, wie bei fast allem, was wir in der Tiefsee machen, eine Staubaufwirbelung. Wenn wir diese Staubaufwirbelung ignorieren, dann haben wir ein beeinflusstes Gebiet, das hatte ich auch schon gesagt, so von 10 bis 100 Quadratkilometern, nach eben aktueller Planung und Annahme des aktuellen technischen Standes. Die Schäden dort sind eben auch wieder über Jahrhunderte bis Jahrtausende möglich und dementsprechend problematisch. Und die Artenzusammensetzung, also die Biodiversität an den Seebergen ist eben auch sehr unterschiedlich, je nach Gebiet. Und deswegen ist es eben hier auch problematisch, wenn man auch in einzelnen Bereichen Abbau betreibt. Diese Staubfahnen sind beim Abbau dieser kobaltreichen Krusten auf den Seebergen, können die vergleichsweise gering sein. Also diese räumliche Ausdehnung der Kollektor-Fahnen könnte eben im Vergleich zum Beispiel Mangan-Knollengewinnung möglicherweise nicht so groß sein, weil man eben auch jetzt im Gegensatz zu den Mangan-Knollen, die man dann aus dem Sediment raussaugt, würde man hier weniger Sedimente aufwirbeln, aber halt dann diese grobkörnigen, diesen grobkörnigen Abrieb natürlich mit abgeben oder halt auch dann Sedimente, die da vielleicht doch noch rumliegen. Das könnte eben zu Problemen führen und eine neuere Studie hat gezeigt, dass die Ausbreitung der Sedimentfarm durch die Auswirkungen der Ausflockung und der Hintergrundrübungen und der internen Gezeiten erheblich verringert wird. Das kann aber total von Seeberg zu Seeberg variieren. Also je nachdem, wo man abbaut, muss man sich das nochmal anschauen. Das kann immer wieder ein bisschen unterschiedlich sein. Diese Sedimentaufwirbelungen bei Erntemaschinen, das ist ein großes Forschungsthema und da wird eben daran geforscht, wie man das reduzieren kann, damit man eben nicht zu große Auswirkungen hat. Als letzten Punkt, und das ist wahrscheinlich so das, was man auch kennt, wenn man von Deepsea Mining spricht, also von Tiefsea Bergbau, und das sind die sogenannten Mangan-Knollen bzw. polymetallischen Knollen. Das sind Kartoffel- bis Salatgroße Mineralanreicherungen, also so 4 bis 14 Zentimeter Durchmesser haben die nun mal. Und die kommen ganz oft in Tiefsee-Ebenen unterhalb von 3.500 Metern vor, meist so bei 4.000 bis 6.000 Metern. Und in den 1980er Jahren gab es eine erste Explorationsfahrt bzw. erste Explorationsfahrten, wo man dann mal geguckt hat, okay, kann man die irgendwie fördern und wie sieht das denn genau aus und was für Auswirkungen hat man da. Und damals hat man so eine Art Schleppkarren verwendet, um das eben hochzuholen. Und diese Spuren von diesen Schleppkarren, also 1980er Jahren war das, diese Spuren von diesen Schleppkarren, die sind bis heute zu sehen. Und ja, Analysen oder Forschungsfahrten, die sich das angeschaut haben, die haben gemeint, diese Schleppkarrenspuren sehen aus, als wäre da gestern erst einer drüber gefahren. Obwohl das jetzt Jahrzehnte her ist, sieht das eben genauso aus wie davor. Und das liegt eben daran, was ich auch schon gesagt habe, dass diese Tiefsee sehr lange braucht, um zu heilen, in Anführungsstrichen. Und da eben diese Schäden dann auch zu überdecken. Und das ist hier eben noch nicht passiert. Das Pilotprojekt damals wurde von den All-and-Gas-Unternehmen Shell und Rio Tinto und Sumitomo durchgeführt. Ja, macht ja auch Sinn, Shell und Rio Tinto, also Rio Tinto ist Bergbau-Konzern, aber Shell hat da eben Deep-Sea-Erfahrung mit ihren Deep-Water-Horizons und Co., also mit ihren Tiefsee-Operationen. Und dann macht das ja Sinn, dass die da mit dabei waren. Von der Zusammensetzung und der Geologie dieser Manganknollen, also Manganknollen sind so Metall-Nuggets, die brauchen ungefähr eine Million Jahre, um die 5 bis 20 Millimeter zu wachsen. Also auch sehr, sehr langsam wachsen die. Und gut, Manganknollen ist irgendwie klar, was da drin ist, vor allen Dingen Mangan. Bei den Polymetallknollen ist das eben dann auch vor allen Dingen Mangan, aber auch Kobalt, Kupfer, Nickel, Kupfer habe ich doppelt drin. Schön in meiner Liste. Also Kupfer, Nickel, Molybdem, Lithium, Ytrium, aber auch andere seltenen Erden können da drin dann vorkommen. Diese Manganknollen bestehen in der Regel aus bis zu 27% Mangan. Und dann Kupfer, Kobalt, Zink und Nickel, so mit 0,2 bis 1%. Und der Eisenanteil ist meistens so bei irgendwas um die 15%. Das unterscheidet sich aber auch je nachdem, wo diese Knollen vorkommen. Und eines der Probleme ist auch, dass diese Daten über die Zusammensetzung oftmals von den Unternehmen, die dort Exploration machen, insbesondere in von der ISA ausgegebenen Gebieten, auf die ISA komme ich später nochmal zurück, dass dort die Zusammensetzung eben nicht weitergegeben wird beziehungsweise nicht veröffentlicht wird, weil die natürlich ja auch das schützen wollen, was sie da erforschen. Also nicht erforschen, aber halt für die Exploration, was sie dort explorieren. Und das sind jetzt so Daten, die man gefunden hat, die zusammengetragen wurden, die schon ganz gut passen dürfen. Diese polymetallischen Knollen finden sich vor allen Dingen auf abysalen Ebenen, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, in der Tiefe von eben 3.000 bis 6.500 Metern. Also diese Angaben von Tiefen, das ist immer ein bisschen schwierig, weil die sich sehr, sehr stark unterscheiden. Aber so von der Größenordnung her dürfte das passen. Und diese Ebenen beziehungsweise diese Vorkommen von diesen polymetallischen Knollen ist ungefähr auf einer globalen Fläche zu finden von 38 Millionen Quadratkilometern. Also vor allen Dingen auch im Pazifik, aber eben auch global. Und jetzt 38 Millionen Quadratkilometer, das ist schon ein bisschen was. Zur Relation dazu, der weltweite landgestützte Bergbau hat einen Umfang von, wenn ich mich nicht täusche, irgendwas unter 76.000 Quadratkilometer. Also das ist das, was auf der Welt aktuell global vom Bergbau betroffen ist. Und da sind halt 38 Millionen Quadratkilometer potenziell bergbaurelemente Fläche halt schon nochmal was anderes. Und ja, der Abbau von diesen Manganknollen oder von diesen polymetallischen Knollen, da gibt es Bergbauexplorationsverträge, also Bergbauexplorationsverträge sind jetzt noch keine Abbaugenehmigung, sondern das sind eben Genehmigungen, um dort überhaupt mal zu erforschen, vielleicht einen Probeabbau zu machen und eben zu gucken, okay, was ist denn da eigentlich, wie viel ist denn da eigentlich so Lagerstättenerkundung, ja. Und in der Clarion Clipperton Zone, in der CC Set, dort gibt es eben sehr viele dieser Knollen und das ist so gerade der Hotspot von allen Deepsea-Mining-interessierten Unternehmen, die dort eben sich vor allen Dingen dann um Explorationsverträge beworben haben. Also das ist eben in der Hohen See, also nicht mehr in den nationalen Juristikationen oder in den nationalen Gebieten, sondern eben internationale Gebiete. Und außerhalb von dieser CC Set gibt es eben auch die Becken des Zentralindischen Ozeans, also CIOB und eben im Westpazifik selber dann auch nochmal, dort gibt es dann eben auch Explorationsverträge für Gebiete. In der CC Set ist der Kenntnisstand über, was ist denn dort, was gibt es dort auch an Biodiversität und so, das ist wahrscheinlich einer der Bereiche der Tiefsee, der am besten erforscht ist, weil es eben dort umfangreiche Probennamen für fast alle bewertbaren Kategorien gab. Trotzdem muss man einfach sagen, trotz dieser umfangreichen Probennamen für fast alle bewerteten Kategorien, ist es so, dass trotzdem nicht viel bekannt ist. Also es ist sehr, sehr weit vorgeschritten, insbesondere im Vergleich zu der CIOB oder zum Westpazifik im Allgemeinen. Und eben aus der einschlägigen Literatur kann man rausnehmen, dass trotzdem weitere Probenfahrten erforderlich sind, um eben all diese Knollenregionen dann auch nochmal weiter zu erforschen und überhaupt genügend Basisinformationen zu bekommen, um eben dort dann auch ein Umweltmanagement oder ein evidenzbasiertes Management einzuführen. Also es ist so, man versucht jetzt gerade Regeln zu erlassen, was muss man beim Bergbau machen, worauf muss man denn überhaupt achten. Und wir haben gar nicht genügend Basisinformationen, um überhaupt eine Abschätzung vornehmen zu können, was passiert, wenn wir uns dort unten einmischen. Also wir sind nicht mehr dort, dass wir überhaupt in irgendeiner Form abschätzen können, wie hoch ist denn unser Einfluss. Klar, man versucht das und man hat da auch schon ganz gute Ideen und das geht auch alles voran, aber trotzdem fehlt da einfach noch viel an Grundwissen über die Tiefsee und insbesondere eben auch diese Gebiete. Und das, obwohl hier diese Tiefsee-Sets seit mehreren Jahren, wenn nicht sogar mal Jahrzehnten, bevor es steht. Die Kucke-Inseln verfügen über die viertgrößten Lagerstätten an Knollen, eben im Bereich South Penrain, im South Penrain-Bassin, bei Manihiki-Plateau. Ich liebe einfach diesen Podcast. Ich habe die ganze Zeit irgendwelche Wörter, die ich nicht aussprechen kann. Also bei diesem Manihiki-Plateau eben bei den Kucke-Inseln gibt es eben große Lagerstätten dann auch mal für diese Knollen, wo dann eben auch mit den Kucke-Inseln drüber geredet wird, ob dann Abbau stattfinden kann. Vom Abbau her, von der Technik her, ist eigentlich relativ simpel. Diese Knollen liegen eben am Meeresboden und man sammelt die dann auf und transportiert die dann im Ganzen oder zerkleinert an die Oberfläche. Ja, im Endeffekt sind das wie so große Kartoffelerntemaschinen, die man dann unter Wasser verwendet. Dieser Abbau ist mit am weitesten entwickelt von den Abbautechnologien, weil eben diese Lagerstätten auch am längsten bekannt sind. Seit den 70er Jahren gibt es hier erste Prototypen für den Abbau. Damals eben mit diesem Schleppkarren, der über den Boden gezogen wurde. Heute macht man das eben dann mit bis zu 250 Tonnen schweren Erntemaschinen, wie die Kartoffelernte, die dann über den Boden fahren. Also die sind mit so Ketten, wie so Pistenraupen oder wie so Panzer und fahren dann eben über den Boden. Und es gibt aber auch Überlegungen, da Anlagen, die auf Stelzen laufen, aufzubauen, damit die dann eben nicht so viel Sedimente aufwirbeln. Und diese Knollen werden dann eben über Schläuche hochgepumpt. Und im Grunde ist das dann auch wie ein Staubsauger, der über Unterdruck dann Sedimente und Knollen eben ansaugt. Dann gibt es einen Kollektor, der die Knollen von dem Sedimenten trennt und die Sedimente dann wieder ausstößt. Das ist dann auch so das Problem, was Staub angeht. Teilweise wird das dann auch mit Knollen und Sedimenten nach oben gepumpt. Die Sedimente werden dann von oben wieder nach unten gepumpt oder im Worst Case eben oben an der Oberfläche rausgelassen. Und hier verwendet man eben wieder dieses Lufthebeverfahren und die Dickstoffpumpen, um eben das alles nach oben zu fördern. Zur Förderplattform meistens ist das ein Förderschiff. Dort werden diese Knollen dann entwässert und dann eben auch verladen. Und die restlichen Sedimente, die dann oben anfallen, auch wenn man unten in dem Kollektor diese Trennung von Sedimenten und Knollen macht, hat man meistens doch nochmal irgendwie was mit dabei. Und das wird dann im besten Fall eben auch nach unten gepumpt. Es gibt auch solche Schaufeldurchlaufsysteme, also Continuous Line Bucket Systems, SCLBs. Mir selber ist nicht ganz klar, wo die Vorteile davon sind. Es gab aber einige Quellen, die sagten, dass es aktuell wohl bevorzugt wird. Mir wäre jetzt aber auch kein Projekt bekannt, dass das wirklich drauf setzt. Im Endeffekt wäre das dann wie so ein Förderband vom Boden bis an die Wasseroberfläche, wobei ich mir halt auch vorstelle, so good luck mit einem 6000 Meter langen Förderband. Ich habe so den Eindruck, dass das mal irgendwie eine Idee war und auch ist und das vielleicht ein bisschen low-tech ist, so im Vergleich. Aber ich habe schon den Eindruck, dass diese Kollektormaschinen da aktuell das ist, was bevorzugt wird. Weil es eben auch die Abbaumethode ist mit diesen polymetallischen Knollen, die am ältesten ist, gibt es hier auch einige Aktivitäten. Die Cook-Inseln haben 2019 zum Beispiel zwei Gesetzesvorlagen zum Tiefseebergbau in ihrer allgemeinen Wirtschaftszone verabschiedet. Das ist einmal das Gesetz über Meeresbodenmineralien, das SBM. Und hier steht eben drin, eine effektive und verantwortungsvolle Bewirtschaftung der Meeresbodenmineralien der Cook-Inseln in einer Weise zu ermöglichen, die darauf abzielt, den Nutzen der Meeresbodenmineralien für die gegenwärtige und die zukünftigen Generationen der Cook-Inseln zu maximieren. Das wurde dann 2020 und 2021 aktualisiert und ergänzt. Und es gibt dann auch noch das Gesetz über Meeresbodenmineralien-Exploration und das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Meeresbodenmineralien. Also das waren diese beiden Ergänzungen. Und die wurden dann eben 2020 und 2021 verabschiedet. Und in dem Bereich der AWZ, also dieser allgemeinen Wirtschaftszone der Cook-Inseln, sind bis zu 12 Milliarden Tonnen dieser polymetallischen Knollen schätzungsweise verteilt. Und die Knollen dort, also die, die dort gefunden wurden, die enthalten eben Kobalt, Nickel, Mangan, Titan und seltener. Es gibt dann auch phosphorhaltige Knollen. Die stehen mittlerweile auch wieder im Fokus für die Versorgung mit Phosphordüngemitteln, wobei ich mir vorstelle, dass jetzt die Förderung von phosphorhaltigen Knollen aus der Tiefsee nicht wirklich rentabel ist, solange eben Phosphor noch so vergleichsweise günstig ist und Düngemittel so vergleichsweise, also in Anführungsstrichen vergleichsweise günstig sind, ja. Aber potenziell ist es natürlich trotzdem gut zu wissen, dass man hier diese Rohstoffe hat. Von den Umweltschäden her kann man sagen, dass es 14 bis 30 sessile Tiere pro 100 Quadratmeter gibt. Das ist einiges, ja. Also früher hat man immer gedacht, die Tiefsee ist tot und leer, aber dann weiß man mittlerweile eben, es gibt Bereiche, die dann eher leer sind, aber es gibt auch Bereiche, wo es eben einiges an Biodiversität gibt. 60 bis 90 Prozent dieser Tiere sind dann sogenannte Anthozoi, also, ja, Anthozoi. Danach dann vor allen Dingen Schwämme. Und vor allen Dingen diese Schwämme sind auch durch diese Stauaufwirbelung eben betroffen. Wenn wir aber diese Staubaufwirbelung mal kurz ignorieren, dann haben wir pro Bergbauaktivität einen Bereich von 6.000 bis 15.000 Quadratkilometern, der eben durch diese Bergbauaktivitäten für den Abbau der Knollen beeinflusst wird. Also das ist auch eine relativ große Spannweite, 6.000 Quadratkilometer bis 15.000 Quadratkilometern, je nachdem, wo, wie und was das genau stattfindet. Und das ist natürlich auch wieder eine Annahme aktueller Planung und aktuellen technischen Stand. Und diese Schäden dort sind eben auch wieder über Jahrhunderte bis Jahrtausende möglich. Insbesondere bei den Knollen sogar eher Millionen von Jahren, weil dieser Regrow, also das Wiederwachsen der Knollen, sehr, sehr langsam stattfindet. Eben 250 Millimeter pro Million Jahren. Und wenn man da mit so einer Kartoffelernte durchpflügt und die Knollen da raussammelt, ja, dann ist da halt einfach alles tot, wo man drüber gefahren ist. Also Flora und Fauna sind dann einfach wirklich im Umfeld dieser Knollen tot. Und also die brauchen halt sehr, sehr lange, um wieder zu wachsen. Und an den Knollen selber bildet sich halt, ist halt viel mikrobielles Leben. Und diese Schwämme verankern sich zum Beispiel auch an den Knollen. Also von daher ist das schon blöd, wenn die weg sind. Je nach Quelle gibt es dann auch Aussagen, dass die Knollen nicht mit 250 Millimetern pro Million Jahren wachsen, sondern mit 1 bis 15 Millimeter über Millionen Jahren. Ist immer von Knollenart zu Knollenart ein bisschen unterschiedlich. Diese Harvester genannten Maschinen saugen eben das Gestein auf und zerstören dabei dann auch die Organismen und die Lebensräume, die im Weg sind. Die Knollen selber und eben an den Knollen außen dran sind, eben Organismen drauf. Und dadurch, dass die Knollen eben Millionen Jahre brauchen, um sich zu bilden, ist das halt für diese Schwämme, Seesterne und Seegurken blöd, wenn dann das weg ist. Zum Beispiel, also die sind dann auch in den Nahrungsketten und in den Tiefsees sehr vieles miteinander verknüpft. Und deswegen hat das dann auch Auswirkungen auf die größeren Tiefseebewohner, zum Beispiel die Kasparkrake, die laicht an den Schwämmen, die eben vor allem an diesen Manganknullen vorkommen. Und wenn diese Schwämme jetzt wegfallen, dann kann die Kasparkrake auch nicht mehr so gut laichen. Und dadurch könnte diese Population dann auch zurückgehen. Und das ist jetzt eine einzige Auswirkung, die wir halt entdeckt haben. Und wenn wir uns vor Augen führen, dass wir halt 0,0001 Prozent des Tiefseebodens erforscht haben, dann gibt es da garantiert noch andere Verwicklungen, die wir heute noch gar nicht abschätzen können. Und das ist jetzt auch mal nur die direkte Auswirkung, wenn wir da mit den Erntemaschinen drüberfahren. Diese Staubfahnen von diesen Erntemaschinen können eben enormen Abfluss erzeugen. Also diese Erntemaschinen können enormen Abfluss erzeugen, der dann wieder Staubfahnen erzeugt. Die Einleitung von Abfluss in einem Zeitraum von 30 Jahren liegt ungefähr bei 500 Millionen Kubikmetern. Also so Pi mal Daumen ist jetzt eine Schätzung gewesen. Und diese Sedimentwolken, die sich dort bilden, die zerstören dann eben Koralle und Schwämme und andere Meereslebenwesen, weil sie sich dort eben ablegen. Und es wird auch vermutet, dass es einen enormen Einfluss auf die aquatische Nahrungskette gibt, also dadurch dann auch direkt auf den Fischfang. Und Neuseeland verweigerte 2015 deshalb beispielsweise den Abbau, um eben dann auch andere Wirtschaftszweige und auch die Umwelt eben zu schützen. Es ist auch so, dass vermutet wird, dass der Abbau oder diese Staubfahnen dann Einfluss auf die Regulierung des Klimas haben. Denn die Tiefsee ist eben eine Kohlenstoffsenke. Und was dort sedimentiert wird, ist erstmal dann eben im Boden drin. Und wenn wir das jetzt aufwirbeln, dann haben wir eine Störung, die wir reinbringen. Und das kann halt unvorhersehbare Wirkungen haben von irgendwelchen chemischen Reaktionen, die stattfinden, von irgendwie Freisitzung von CO2, über irgendwelche Abbaureaktionen, über Absterben von den Organismen, die für die Kohlenstoffdeponierung verantwortlich sind und Co. Also da gibt es vieles, was dann passieren könnte, wo man sich einfach noch nicht ganz klar ist, was passiert, könnte auch sein, dass da gar nichts passiert oder das weniger schlimm ist. Aber so Vorsichtsprinzip wäre halt, solange wir es nicht wissen, machen wir es nicht. Oder solange wir es nicht wissen, sind wir halt sehr, sehr vorsichtig. Und teilweise sind wir das gerade ja auch, aber ich komme später nochmal auch darauf zurück, was denn da aktuell eigentlich gerade auch passiert und warum denn hier so ein großer Fokus drauf liegt. Und damit kommen wir jetzt zum Thema kommerzieller Abbau und wirtschaftliches Potenzial. Und wir sehen eben, dass viele Länder ein großes Interesse daran haben, Deep Sea Mining voranzutreiben. Und vor allen Dingen eben wird hier immer wieder dieses Green Climate Transition genannt. Also für Electric Car Batteries, für Windmills, Solar Panels, Consumer Goods, also EV, also elektrische Autos, Windkraftanlagen, PV-Anlagen und Konsumgüter, brauchen wir diese Metalle und Materialien. Ja, und vom Flächenverbrauch her sind so Schätzungen, dass wir 42.000 Fußballfäler jährlich an Meeresboden eben abbauen müssten, um eben diesen geschätzten zukünftigen Bedarf abzudecken. Ja, man wird auch angenommen, dass diese Blue Economy, also der ganze Bereich im Meer wird eben als Blue Economy bezeichnet, dass der um die 700 Milliarden Dollar umfasst. Das ist so eine Schätzung von der Europäischen Kommission. Auch witzig, dass die den Dollar gemacht haben und nicht den Euro, aber okay. Und diese 42.000 Fußballfäler, die jährlich abgebaut werden, das wäre das größte Bergbauprojekt der Menschheitsgeschichte. Ja, also das wäre enorm, weil wir halt einen enormen Einfluss dann auch hätten, also weitaus größer als alles, was wir an landgestützten Bergbau gerade machen, weil wir eben hier große Flächen dann insbesondere auch über diese Staub fahren beeinflussen. Ohne, dass wir die Auswirkungen davon jetzt auch so genau kennen. Von den Kosten her, so ein Schiff und so eine Operation, um so einen Abbau am Laufen zu halten, das sind ungefähr 600 Millionen bis 1,1 Milliarden US-Dollar, kann man so mal sagen. Das sind dann vor allen Dingen Schiffs- und Weiterverarbeitungsinfrastruktur, die da aufgebaut werden muss und betrieben werden muss. Dann auch Steuern an die Sponsorenstaaten, wenn eben der Abbau in so einem ISA-Gebiet stattfindet, also die internationale Sebit Authority, also diese Behörde, die sammelt dann auch Steuern ein von den Staaten und eben auch von den Unternehmen, die diesen Bergbau machen. Und es gibt dann auch sogenannte Ausgleichszahlungen an die ISA, die sich darüber dann finanzieren und dann eben auch die Mitgliedstaaten und dann sogenannte Royalties hier auch ausgeschüttet werden. Diese Kosten und Gewinnschätzungen sind jetzt Schätzungen vom MIT mit einem Basispreis der Rohstoffe von 2019. Und die schätzen eben diese Kosten von 600 Millionen bis 1,1 Milliarden US-Dollar ein. Und dafür würde man auf der anderen Seite einen Ertrag von 2,3 Milliarden US-Dollar pro Jahr für den Abbau von ungefähr 3 Millionen Tonnen Manganknollen erwirtschaften. Also so ein Gewinn von 1,2 bis 1,7 Milliarden US-Dollar ist dann zu erwarten, was natürlich schon enorm ist. Und auch wenn man das jetzt mal auf die Kosten runterrechnet, dann ist das schon eine ganz gute Abschätzung. Natürlich ist es halt hoch riskant, weil halt der Abbau auch aus unterschiedlichsten Gründen immer wieder dann doch nicht stattfinden kann. Ich fand die Kostenausstellung von denen ganz gut. Hab die hier auch mal in die Show Notes mit reingepackt. Das kann man sich dann auch noch mal anschauen. Muss man natürlich alles wie immer mit einem Grain of Salt nehmen, wie das in der Tiefsee so der Fall ist. Naja, also man muss es natürlich auch ein bisschen schauen. Die haben versucht, da irgendwie eine Schätzung zu machen mit den Daten, die halt da sind. Und das ist schon nicht ganz einfach bei so einem eher ... Ja, bisher hat man halt nur begrenzte Daten dafür. Ich hab das vorhin ja schon so ein bisschen gesagt. Also Japan hat ja zu Large-Scale-Operation schon mal durchgeführt. In 2017, 2018 bei Papua-Neu-Guinea. Das hatte ich auch schon mal so kurz erwähnt. Und da möchte ich jetzt noch mal reingehen, weil das eine sehr, sehr interessante Geschichte ist, die auch bezeichnend für den gesamten Tiefsee-Bergbau aktuell ist. Und zwar hat am 30.03.2018 Nautilus Minerals Inc. aus Toronto, also aus Kanada, die haben ein Tiefseeförderschiff gekauft. Ja, beziehungsweise das ist vom Stapel gelaufen damals. Und zwar die Nautilus New Era in der Marwai-Werft in China. Ist auch nicht ohne Grund, dass das in China vom Stapel gelaufen ist, weil die Chinesen eben sehr, sehr viel Infrastruktur aufbauen und eben unter anderem da auch Technik entwerfen, um eben Deepsea Mining zu betreiben. Klar, die sind aktuell, was landgestützten Bergbau angeht, bei vielen Rohstoffen quasi Monopolisten und möchten das natürlich dann auch im Tiefsee-Bergbaubereich weiterhin erreichen, wollen natürlich eben dort den Fokus nicht verlieren, ja. Und natürlich auch diese Monopolstellung nicht verlieren. Auf jeden Fall hat diese Nautilus Minerals Inc., die haben einen Partner, und zwar die sogenannte Ida Copa Solava Limited. Und dieser Partner war, also die sind beide darauf spezialisiert gewesen oder darauf ausgewiesen, Abbau von Gold und Kupfer am Standort des Projekts Solava Solvara 1 in der Bismarcksee bei Papua Neuginea in Betrieb zu nehmen. Die Idee war eben dort mit einer Reihe von Unterwasserrobotern, also die haben drei, Nautilus hat drei Unterwasserroboter entwickelt und erfolgreich getestet. Und die Idee war damit dann diese erloschenen Hydro-Termalen-Schluter im Meeresboden abzubauen. Es war das damals weltweit erste Produktionsunterstützungs-Schiff für den Tiefsee-Bergbau, das vom Stapel gelaufen ist. Und die Marine Assets Corporation aus Dubai wollte das Schiff für fünf Jahre chartern und dann einsetzen, ja. Warum war das Schiff so besonders? Also das hat ein dynamisches Positionierungssystem. Das ist eben eine stabile Plattform für den Tiefsee-Bergbau. Das gleicht dann Wind- und Wellenbedingungen aus, was halt auch wichtig ist, wenn man da irgendwie einen sechs Kilometer langen Rüssel unter sich mit herschleppt, dann will man oben jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit Wellen- und Windschwankungen haben. Und unten drunter war dann so ein genannter Monopol. Das ist so eine Unterwasser-Slurry-and-Lift-Pumpe, SSLP. Und das ein Steigrohrsystem, das eingesetzt werden konnte. Und im Endeffekt hat man damit dann eben Schlamm von Unterwasser an Deck gepumpt. Dort wurde dann der Schlamm entwässert und das feste Material im Rumpf dieses Produktions-Support-Wessels zwischengelagert, bevor es dann eben auf einem Transportschiff, das längsseits verteut wurde, dann entladen wird und umgeladen wird. Und das gefilterte Meerwasser mit eben dann mit den ganzen Sedimenten, die man nicht benutzen kann, das wurde dann über Steighore zurück zum Meeresboden gepumpt und dort dann eben rausgelassen. Das Schiff war 227 Meter lang, 40 Meter breit. Bis zu 180 Personen waren er ungefähr an Bord und hat 31 Megawatt an Stromerzeugung mitgeführt. Das Schiff sollte dann am 31. März 2019 ausgeliefert werden und sollte dann Abbau in 1600 Metern Wassertiefe sollte voraussichtlich Ende 2019 starten. Und die erste Produktion im Solarware 1-Gebiet war für das dritte Quartal 2019 geplant. Und jetzt ist so ein kleines Problem. Und zwar ist Nautilus dann Mitte oder seit September 2019 pleite. Die hatten nicht genügend Liquidität beziehungsweise nicht genügend Cash für die Erschließung. Klar, es ist halt ein Unternehmen, das Pioniercharakter hatte. Und es gab eben diesen starken lokalen und internationalen Widerstand von NGOs. Und der hat eben auch Investoren abgeschreckt, weil die natürlich das Projekt dann auch als unsicher eingeschätzt haben. Und Hintergrund dort ist, dass Nautilus zwar eine Abbaulizenz von Papua Neuginea hatte, aber keine Einigung mit den lokalen Communities hatte, die dort eben dann zum Beispiel auch Fischfangen betrieben haben in den Küstengebieten. Und das hat dann eben total zu Problemen geführt. Und der Guardian hat dann auch berichtet, dass der Präsident der Fidschi-Inseln nach dem Zusammenbruch des Unternehmens erst mal ein zehnjähriges Moratorium für den Tiefseebergbau im Pazifik gefordert hat. Das dann auch von dem Prime Minister von PNG und Vanuatu unterstützt wurde. Also da gab es dann auch Überlegungen, eben erst mal ein Moratorium zu machen. Also erst mal eine zehnjährige Sperre für den Tiefseebergbau im Pazifik. Das ist aber nicht so wirklich gekommen. Also bisher gibt es da auch andere Projekte, die eben versuchen, da voranzugehen. Und im Dezember 2020 wurde zum Beispiel bekannt, dass es eben Bestrebungen von den Unternehmen DEME, Deep Green und Lockheed Martin gibt, Zugriff auf die Rohstoffe der Tiefsee zu bekommen. Und zwar muss man dazu wissen, dass die ISA, also diese International Seatbed Authority, die vergibt diese Explorationslizenzen und auch Abbaulizenzen, also aktuell nur Explorationslizenzen. Und um eben Fairness herzustellen, weil halt dieser Abbau in der Tiefsee vor allen Dingen von Industrieländern machbar ist und das halt ein hochtechnologisierter Abbau ist. Deswegen hat die ISA Regeln erlassen, dass jemand, der Explorationslizenzen beantragt, der muss eben praktisch zwei solche Claims beforschen. Und eines dieser Claims wird dann für Entwicklungsländer zurückgelegt. Also es gibt, oder was heißt Entwicklungsländer? Der Entwicklungsländer ist ja immer so ein total doofer Begriff, der eigentlich nicht stimmt. Weil was heißt denn jetzt schon unterentwickelt, überentwickelt? Das ist natürlich immer eine Perspektivenfrage und halt sehr, sehr, sehr stark abschätzt. Aber es gibt da eben Claims, die zurückgelegt werden für Länder des globalen Südens, die jetzt vielleicht noch nicht auf dem technischen Entwicklungsstand sind, um Deep Sea Mining betreiben zu können. Aber eben um denen auch einen gewissen Anteil an diesen Rohstoffen zu sichern, gibt es eben hier diese Lizenzen, die dann zurückgelegt werden und für die eben dann zur Verfügung stehen. Und jetzt diese DMI, Deep Green und Lockheed Martin, die haben eben versucht, mit diesen Ländern zusammenzuarbeiten, um dann eben den Abbau in diesen Gebieten, die für diese Länder eben zurückgelegt sind, voranzutreiben und dann eben mit denen praktisch einen Deal zu machen, dass sie für diese Länder die Rohstoffe abbauen und dann da halt einen Teil der Profite an die Länder gibt. Es ist so, dass der Abbau selber noch nicht starten kann, weil es eben noch keine globalen Umweltregeln für den Tiefseebergbau gibt. Also so ein genannter Mining-Code daran arbeitet, die ISA gerade. Und die Länder Nauru, Tonga und die Cook Islands haben aber da auch in der Vergangenheit oftmals Druck gemacht, dass das eben alles vorangeht, weil eben auch diese Unternehmen, DMI, Lockheed Martin und Deep Green, da Druck gemacht haben, um eben den Abbau möglichst schnell in Angriff nehmen zu können. Diese Unternehmen bieten den Ländern Nauru, Tonga, Cook Island vor allen Dingen dann eben Hilfe bei der Beantragung von Forschungslizenzen an. Und das geht sogar so weit, dass diese Unternehmen dann teilweise Repräsentanten der Regierung stellen, beziehungsweise dann im Namen dieser Länder auftreten. Deep Green hat zum Beispiel die Regierung von Nauru bei Gesprächen mit der ISA vertreten und diese Gespräche dann auch geführt. Und insgesamt drängen die Firmen eben auf eine rasche Förderung, obwohl diese Umweltregeln noch nicht wirklich abgeschlossen sind, also diese Regelsetzung noch nicht da ist. Und laut den Firmen sind die aktuellen Umweltstandards bereits sehr hoch. Und die Unterstützung der Länder, die oft über keine oder unzureichende Kompetenzen in diesem Gebiet führen, das ist halt auch fragwürdig, inwieweit das dann nicht eigentlich so eine gewisse Form von Ausbeutung dann auch wieder ist. Aber gut, auf der anderen Seite müssen die Länder das auch irgendwo selber wissen. Wobei ich halt auch sage, so naja, was die da machen, ist teilweise schon sehr stark, sagen wir mal Lobbyarbeit. Also das hat schon ein sehr, sehr starkes Geschmäck. Also von daher, vielleicht sind die Länder, ja, vielleicht muss ich das korrigieren. Also nur weil jetzt da manche Machthaber irgendwie Entscheidungen treffen, heißt das noch lange nicht, dass das gesamte Land das so will. Aber andere Geschichte. Nauru kennt ihr übrigens aus einer anderen Episode von mir. Und zwar habe ich da schon mal drüber gesprochen, als es um den Abbau von Phospholagerstätten ging. Und damals war Nauru eben auch ein großes Thema. Also von daher, die haben bereits Erfahrungen mit der Ausbeutung von Umweltrohstoffen. Und könnt ihr gerne mal reinhören in die Phosphol-Episode. Fand ich auch eine sehr, sehr gute Episode. So, um aber mal ein bisschen in der, also 2020 ist jetzt auch schon wieder drei Jahre fast her. Also Dezember jetzt vielleicht nicht, das sind zwei Jahre her. Aber um mal ein bisschen in der Realität zu bleiben und in der heutigen Zeit. Am 14.11.2022, also vor gar nicht so langer Zeit, gab es eine Bekanntmachung von, N-O-R-I, also N-O-R-I. Und zwar hat N-O-R-I 2022 den Pilotbetrieb in der C-C-Z, also in der Clarion-Clipperton-Zone, aufgenommen. Die haben dort 4.500 Tonnen polymetallische Knollen abgebaut. 3.000 davon haben sie über ein 4,3 Kilometer langes Steigrohrsystem zu einem Förderschiff transportiert. 1.500 wurden zu Versuchszwecken dort erstmal zurückgelassen. Und die haben damals eben 80 Kilometer Seeboden abgearbeitet. Dabei hatten sie eben eine Peak-Production von 86,4 Tonnen pro Stunde. Ziel ist es später mal, die 200 Tonnen pro Stunde zu erreichen. Und diesen Abbau haben sie jetzt erstmal vorgenommen. Und jetzt ist eben das Ziel, in den nächsten Monaten und Jahren diese Umweltauswirkungen mithilfe von ROVs, also Remotely Operated Vehicles, und AOVs, also Autonomous Operated Vehicles, zu machen. Also da eben sich anzuschauen, was für Umweltauswirkungen hat man jetzt, was ist dort genau passiert, wie verhalten sich dann die Sedimentwolken. Und interessant hier bei diesem Pilotbetrieb ist auch, dass sie das Abwasser in einer Höhe von 1200 Metern abgelassen haben. Und hier ist eben komplett unklar, welche Auswirkungen das genau hatte. Also die haben es nicht am Boden abgelassen, sondern irgendwo in der Mitte. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ob das besser oder schlechter dann auch ist und was da genau die Auswirkung davon ist. Allgemein kann man sagen, was bisher an Explorationen gelaufen ist, ist eher unproblematisch. Also da ging es vor allen Dingen um Erforschung und eben um Lagerstättenerkundung. Der Abbau selber ist aber vermutlich sehr problematisch. Abbau ist hochtechnologisiert dadurch, dann eben vor allen Dingen durch Industrieländer, das habe ich schon gesagt. Und um wirtschaftlich zu arbeiten, muss eben hier eine große Erzmenge gefördert werden. So insgesamt geht man von 5000 Tonnen Manganknollen nass pro Tag, also nassen Manganknollen pro Tag aus und pro Arbeitsabbau-Einheit. Und das bedeutet ungefähr einen Quadratkilometer an Meeresboden, der abgearbeitet werden müsste. Je nach Konzentration der Manganknollen kann das immer hoch oder runter gehen. Gewinnung dabei wäre dann vor allen Dingen eben Rohstoffe wie Platin, Gold, Silber, Kobalt, Mangan, Lithium, seltene Erden, insbesondere hier Neodym, Blei, Eisen, Germanium, Indium, Kobalt, Kupfer, Molybden, Nickel, Selen, Tolur und Zink. Und ich hoffe, dass ich nicht hier wieder irgendwie was doppelt drin habe. Das sind so Listen, die ich eben selber mal zusammengestellt habe aus Quellen, die ich eben gefunden habe. Von der ISA gibt es bisher eben keine Abbaulizenz, aber eben in den exklusiven Wirtschaftszonen der Länder gibt es bereits Aktivitäten. Eben, wie schon gesagt, vor der Küste von Okinawa 2017 in 1600 Meter Tiefe. Und dann gibt es eben auch Small-Scale-Mining vor Papua-Neuguinea, wohl da mit Robotersystemen. Das ist aber auch nicht ganz sichtlich gesichert, diese Angaben. Und dann ist es auch so, dass China eben ein sehr, sehr starkes Interesse am Abbau hat, um eben seinen Rohstoffhunger zu decken. Und die arbeiten teilweise auch mit Japan zusammen, mit Indien zusammen. Japan selber hat auch ein starkes Interesse daran, weil es natürlich ein rohstoffarmes Land ist. Die haben ein starkes Interesse daran, Abbau hier auch voranzutreiben. Und zwischen, also so, um mal die Tendenz zu sehen, zwischen 1984 und 2011 gab es sechs Explorationserlaubnisse durch die ISA. Seit 2011 wurden dann 21 Erlaubnisse erteilt, Explorationserlaubnisse, Explorationslizenzen. Und das sind über 100.000 Quadratkilometern, die dadurch umschlossen sind. Zwischen 1960 und 1984 wurden wohl um die 650 Millionen Dollar investiert, wobei damals eigentlich keine Nennenswerten, also vielleicht irgendwie kleinere Einnahmen generiert wurden aus Testabbau. Aber das hat damals nicht wirklich viel gebracht. Und ja, aktuell schaut es so aus, wenn das alles so weitergeht, dass wir eben 2026 vermutlich dann Abbau im großen Stil haben werden, der dann beginnt. Dazu komme ich aber später noch mal darauf zurück. Und es gibt jetzt eine relativ lange Liste mit Unternehmen, die eben in dem Bereich tätig sind. Ich packe die mal in die Show Notes rein, möchte hier aber ein paar dieser Unternehmen rausgreifen, weil die einfach sehr, sehr interessant sind. Und zwar eines der wichtigsten Unternehmen ist das D-Metals Company. Das ist ein Unternehmen, auch abgekürzt als TMC, das aus Deep Green 2021 gebildet wurde. Also Deep Green wurde mehr oder weniger in TMC umfilmiert und wurde dann im Sommer 2021 an die Börse gebracht. Damals wurden dann Investitionen von 330 Millionen US-Dollar eingesammelt, unter anderem eben von dem Dienstleister Allsees. Also Allsees bietet Dienstleistungen für Deep Sea Mining an. Also die betreiben das selber nicht, sondern stellen da in Geschiffe und Material und sowas zur Verfügung. Dann von Myers Supply Systems und Glencore. Und die haben da eben vor allen Dingen in TMC investiert. Und das Ganze hat so ein bisschen den Geschmäckle. Und zwar hat Deep Green, das wurde von Gerard Barron gegründet. Und Gerard Barron hat 2001, gehörte der damals schon zu den führenden Investoren von Nautilus, also Nautilus hat der vorhin schon erwähnt, die eben mit diesem Solvara-Projekt angefangen hatten. Und zwar hat der damals 226.000 US-Dollar in dieses Unternehmen investiert und hat dann hier extremste Gewinne rausgefahren. Und zwar ist er mit 31 Millionen US-Dollar wieder rausgegangen. Und auch der Ex-CEO von Nautilus, David Hayden, hatte 2008 dann Nautilus verlassen. Und der hat hier wohl auch relativ viel verdient, bevor dann eben das Unternehmen pleite ging. Also die haben da beide relativ viel Geld rausgetragen, haben halt rechtzeitig den Absprung von Nautilus geschafft. Da muss man auch ergänzen, dass Papua Neuginea 125 Millionen US-Dollar an Steuergeldern mit diesem Nautilus-Projekt verloren hat. Also die haben da ordentlich drauf gezahlt. Die beiden, also der Ex-CEO und einer der Investoren, die sind rausgegangen. Und Gerard Barron hat dann mit diesem Geld Deep Green gegründet, also mit diesen 31 Millionen oder einem Teil davon. Und Deep Green wurde dann eben in Team C, also ist dann in Team C aufgegangen. Und Team C ist an die Börse gegangen. Und dort hat man dann wohl auch relativ hohe Sprünge, was den Preis angeht, mitgemacht. The Metals Company war in den letzten Jahren sehr aktiv, insbesondere auch in der Presse. Und jetzt hatten die vor Weihnachten 2022 so ein bisschen Probleme mit dem Aktienkurs. Könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn das interessiert. Also mich interessieren so Aktienkurse ja immer total. By the way, alles, was ich hier sage, ist natürlich keinerlei Investment-Empfehlung, sondern eher, also egal, ob ihr handelt oder nicht handelt, basierend auf diesen Informationen, das ist keinerlei Empfehlung pro oder kontra irgendeines Unternehmenskunden. Alles, was ihr macht, ist eure eigene Verantwortung. Aber diese The Metals Company, wenn man sich den Aktienkurs da anschaut, dann ist das schon recht wild. Und zwar haben vor Weihnachten 2022 die Gründer, haben da Anteile verkauft, um eben Geld mittelfrei zu machen. Im September 2021 beispielsweise war die Bewertung von TMC bei 2,9 Milliarden US-Dollar. Im November 2022 waren es nur noch 200 Millionen US-Dollar. Und Problem hier ist, dass einer der Pipe-Investoren wohl nicht gezahlt hat. Also es gibt so diese Specs und 90 Prozent dieser Specs-Investoren haben, eben weil einer dieser Pipe-Investoren nicht gezahlt hat, haben die eben angekündigt, dass sie ihre Anteile verkaufen wollen. Und das hat dann dazu geführt, dass eben der Aktienkurs stark abgerutscht ist, weil normalerweise will man nicht, dass diese Investoren abspringen, weil das halt die größten Investoren in der Regel sind. Und das ist schon echt blöd, dass wenn die abspringen. Und deswegen hatte man dann versucht, bei TMC im August 2022 durch erneute Aktienausgabe nochmal Geld einzusammeln. Da hat man nochmal 30 Millionen US-Dollar eingesammelt. Und dann eben dadurch, dass die Gründer Anteile verkauft haben, hat man eben auch nochmal versucht, Liquidität freizumachen, um dann den Betrieb voranzutreiben. So ein bisschen Geschmäckle hat das Ganze, weil TMC beziehungsweise die Nori organisiert, also die Nori steht für Now Ocean Resource Inc. Und das ist ein Teil von TMC. Und das ist eben praktisch so die Organisation, die in der CCSET diese aktive Pilotförderung vorantreibt. Und Nori hat stellvertretend für Nauru einen Antrag gestellt, beziehungsweise hat angemerkt, dass sie eben bei der ISA eine gewisse Regel triggern. Und zwar haben die gesagt, okay, wir möchten mit dem Abbau beginnen. Und da gibt es so eine richtig doofe Regelung, die werde ich später nochmal erklären, so eine Zwei-Jahres-Regel bei der ISA. Wenn ein Land ankündigt oder ein Sponsor ankündigt, dass er Abbau machen möchte, dann hat die ISA zwei Jahre Zeit, um die Mining Codes fertigzustellen. Ansonsten hat dieses Unternehmen oder dieses Land oder dieser Sponsor automatisch eine Genehmigung, zu den aktuell geltenden Regeln in Abbau zu beginnen. Und nachdem wir halt aktuell noch nicht wirklich Regeln haben, weil sich halt die internationale Gemeinschaft da noch nicht drauf geeinigt hat, würde das halt bedeuten, dass die halt mit so provisorischen Regeln schon mal anfangen können. Was natürlich uncool ist. Und interessanterweise, und ich möchte denen natürlich nichts unterstellen, ihr kennt mich, hat Nori diese Regel kurz vor dem Team C-Aktien-Börsengang getriggert, was natürlich halt schon auch darauf hindeutet, hey, wir sind mittlerweile so weit, wir können das rentabel machen. Zumindest könnte man das da rauslesen als Investor. Und da gibt es eben den Verdacht, dass hier dann schon gezielt positive Informationen so aufgebaut wurden und strukturiert wurden, dass das halt positiv ist für das Unternehmen. Neben Nori, die eben Teil von The Metals Company sind, gibt es auch die Ongar Offshore Mining Limited, T-O-M-L, sind eben auch Teil von The Metals Company. Insgesamt gibt es da recht viele Verknüpfungen zwischen den einzelnen Unternehmen. Zum Beispiel gibt es eben dieses UK Seabed Resources, das gehört offiziell zu Lockheed Martin. Und das ist relativ spannend, weil die USA und Lockheed Martin, das in den USA sitzt, die können sich bei der ISA eigentlich gar nicht bewerben. Die können ja gar nicht Sponsor sein, weil die USA verschiedene Abkommen über die Hose eben nicht abgeschlossen haben. Also dieses UNCOLS, glaube ich, komme später auch nochmal drauf zurück, beim Kapitel Internationale Abkommen, könnt ihr auch mit Kapitelmarke reinspringen, euch das anhören, ja. Also die sind da gar nicht Teil von diesem internationalen Prozess eigentlich. Aber dadurch, dass eben Lockheed Martin mit UK zusammenarbeitet, konnten die dann eben doch über diese UK Seabed Resources dann da sich engagieren. Jetzt auch noch die Ocean Mineral Singapur, die gehört zur Kepler Corp. Und das Spannende ist, dass hier über diese Kepler Corp und diese Ocean Mineral Singapur, die haben jetzt diese Ausgleichslizenzen für Länder des globalen Südens, also für eigentlich Länder, die jetzt technologisch noch nicht so hochentwickelt sind oder zumindest in diesem Bereich, die Psi Mining noch nicht hochentwickelt sind, haben die diese Ausgleichslizenzen erstellt. Und Singapur, das ja eigentlich ein krass hochentwickeltes Industrieland ist, die haben hier so eine Ausgleichslizenz dann bekommen und über die Kepler Corp wurde dann eben das jetzt dann auch weiterverfolgt. Die Kepler Corp ist eben auch nicht aus Singapur. Also das ist alles so ein bisschen miteinander verknüpft, insbesondere auch, um diese Lizenzen auszunutzen. Es gibt da noch diese, die sogenannte Global Sea Mineral Resources, GSMR, und die gehört zur belgischen Demo-Konzerngruppe. Und die UKC, Bad Resources, UKSR, OMS und GSMR, also die OMS ist diese Ocean Mineral Singapur und die GSMR, die Global Sea Mineral Resources, die arbeiten relativ eng zusammen und teilen Equipment und Wissen und Co. Also das ist da auch sehr enge Zusammenarbeit. Es gibt dann noch die sogenannte GTAC Sea Minerals Resources, von denen habe ich aber selber nicht so wirklich viel über die gefunden. Dann eben diese ganzen Unternehmen, die zur The Metals Company gehören. Da eben dann auch Nautilus, was ja mittlerweile pleite ist, was aber so ein bisschen der Vorgänger von Team Sea, beziehungsweise so ein Deep Green war. By the way, Deep Green wurde dann für 2,6 Milliarden eben mehr oder weniger von Team Sea gekauft und ist dann an die Börse gegangen. Also würde mich da auch mal interessieren, wer dann das Geld bekommen hat. Also kann man jetzt auch komisch finden, ja. Ansonsten, wen gibt es noch, der wichtig ist? Marava Research and Exploration Limited. Das ist ein stattliches Unternehmen, das in Partnerschaft mit Deep Green und The Metals Company steht. Also gehört auch wieder zu diesem Complex mit dazu. und dann eben die, was ich vorhin auch schon genannt habe, Japan Oil Gas and Minerals Metals National Corporation, die eben im Okinawa-Kram da die ersten Abbauversuche von Massivsulfidvorkommen vorgenommen haben. Gibt es dann auch so in Blue Minerals Jamaica und dann ganz viele unterschiedliche Unternehmen, die dann irgendwelche Diamanten abbauen oder Phosphorschürfverträge haben, Eisen, Erz, Sandabbau, ganz viel und Massivsulfidvorkommenabbau, hier nochmal irgendwie Phosphor und Co. Also da gerne mal reingucken. Ich habe die da alle mit oder versucht, alle, die mir bekannt waren, aufzunehmen. Vor allen Dingen von Greenpeace gab es dann eine sehr umfangreiche Liste, die sich dann mit den einzelnen Unternehmen beschäftigt haben. Fand ich sehr, sehr interessant, dass die da so eine große, so eine große Kampagne gemacht haben. Ja, damit hätte ich erstmal diesen Punkt abgeschlossen zu den Unternehmen und damit würde ich dann gerne auch nochmal highlighten, warum hat das Ganze denn jetzt auch so ein großes Interesse bekommen in den letzten Jahren oder auch in den letzten Monaten. Und zwar gibt es eben sehr große geostrategische Interessen. Es geht hier um schätzungsweise Abbau von Millionen von Tonnen an Ressourcen und das, also wenn die jetzt noch nicht wirtschaftlich Abbau binden, dann werden sie irgendwann vermutlich wirtschaftlich Abbau werden. und ich habe hier auch mal eine Karte oder zwei Karten mitgebracht, die hier mal auflisten, global, wo gibt es denn diese Manganknollenfelder, wo gibt es denn Kobaltkrusten und wo gibt es solche Hydrothermalquellen. Dann sieht man, die sind eben komplett über den Globus verteilt, sind aber eben vor allen Dingen in diesen Bereichen, die dann zur Hohen See gehören. und dadurch gibt es dann eben strategisches Interesse daran, sich hiervon möglichst viel zu sichern, weil man eben auch sagt, ja okay, das ist jetzt keine nationale Wirtschaftszone, das heißt, das bleibt dort nicht liegen, wenn ich es nicht abbaue, weil niemand anderes es abbauen darf, weil ich als Land die Hand drauf habe, sondern im Zweifelsfall kommt dann jemand anderes und sichert sich die Lizenzen. Und damit das alles geordnet abläuft und in irgendeiner Form geregelt abläuft, habe ich ja schon erwähnt, gibt es die ASA, diese internationale Meeresbodenbehörde, die sitzt in Kingston in Jamaika. Aktuell gibt es hier 167 Vollmitglieder, die dort mit organisiert sind und das Ziel ist, das internationale Seerecht, also die Aktivitäten in der Hohen See, die sollen ja eigentlich dem Wohl der gesamten Menschheit dienen und die ASA versucht das eben, dann dieses internationale Seerecht auf der Hohen See dann eben für den Meeresboden zu organisieren. und unter Staaten oder Nationen, die eben an der ASA beteiligt sein wollen beziehungsweise mitarbeiten wollen, die müssen die UNCOL unterzeichnet haben, also dieses Abkommen zur Hohen See und die ASA vergibt dann an Nationen, die in diesem UNCOL organisiert sind oder die das unterzeichnet haben, vergibt die dann Lizenzen zum Abbau beziehungsweise zur Exploration von Rohstoffen am Meeresgrund eben in diesen Hohen Seegebieten und ungefähr 50% des Meeresbodens sind in die Area, also in Anführungsstrichen die Area, also außerhalb nationaler Hoheitsgebiete. Explorationsregulierung, also wie diese Explorationsverträge und Lizenzen aussehen, das hat 2010 angefangen, da wurden damals die ersten Explorationsregulierungen für polymetallische Sulfide rausgegeben, 2012 dann für Kobaltkrusten, 2013 dann für Manganknollen und seit 2014 arbeitet die ISA an Mining Codes, die dann den Abbau regulieren sollen und damit dann auch den Abbau ermöglichen sollen. 2019 gab es dann, also das ist recht interessant, das hat jetzt dann mit der ISA selber nicht direkt was zu tun, aber 2019 wurde diese sogenannte Deep Data Datenbank ins Leben gerufen und zwar ist das eine Datenbank für eben alle Unternehmen, die über die ISA organisiert sind, dass die eben Informationen weitergeben sollen, zum Beispiel zu Konzentrationen, was sie dort gefunden haben, zu Umweltinformationen und Co. Viele dieser Infos darin haben aber eine 18-jährige Sperrfrist, weil man halt sagt, okay, die explorieren hier und die müssen das irgendwie sichern, was halt stark kritisiert wird, weil ich meine, die haben dort halt eine Explorationslizenz von der ISA bekommen und vielleicht auch eine Abbaulizenz in diesen Gebieten, wo die sind, kann niemand anderes abbauen. Zumindest nicht legal und deswegen ist das halt schon irgendwie ein bisschen fragwürdig, warum hier diese Informationen zurückgehalten werden. Umweltinformationen sind aber zumindest öffentlich und da sieht man auch schon, ja, naja, also was die sammeln, ich habe es jetzt selber nicht bewertet, aber so die Wissenschaftler, die sich das angeschaut haben, die meinten so, naja, teilweise sind diese Probennahmen von den Unternehmen, von diesen Konsortien, die dort tätig sind, die sind teilweise entweder wissenschaftlich nicht nutzbar oder aber halt zu gering und halt in der Aussagekraft auch schwer zu interpretieren, also das scheint wohl so zu sein, dass die Daten, die dort gesammelt werden, wohl ein bisschen schwierig sind, ja. Gut, kann man auch verstehen, ich meine, Abbauunternehmen hat jetzt, die sind nicht darum, jetzt irgendwie umweltwissenschaftliche Forschung zu betreiben, sondern die wollen halt irgendwie Abbau machen und deswegen liegt der Fokus da halt irgendwann anders. Zu diesen Abbaulizenzen, also man beantragt eine Abbaulizenz, so ein sogenanntes Claim und so eine Explorationslizenz, also Unterscheidung, Explorationslizenz, Abbaulizenz, Exploration ist nur so Forschung und so, so eine Explorationslizenz für einen Claim, die gilt 15 Jahre und kostet 500.000 Euro. Es ist auch so, dass hier das Vorsorgeprinzip gilt oder gelten soll, daher es soll kein ernsthafter Schaden durch die Exploration an der marinen Umwelt erzeugt werden. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, was ist ernsthafter Schaden? Also wenn man irgendwo ein Loch reinbaut und eine Probe nimmt, dann wäre das wahrscheinlich kein ernsthafter Schaden, wenn man das einmal alles umpflügt und platt macht, dann wäre es wahrscheinlich ein ernsthafter Schaden, aber so die Abgrenzung ist auch ein bisschen schwierig und die Idee ist, dass dort Forschung nicht kommerzieller Nutzung vonstatten geht und nach den 15 Jahren gibt es so eine Use-it-or-Lose-it-Klausel aus dem Abkommen und aus dem Umsetzungsabkommen von 1994 von der ISA und darin ist dann vorgesehen, nach den 15 Jahren kann man einen Abbauantrag stellen oder aber einen Verlängerungsantrag für die Exploration für weitere fünf Jahre. Und die Idee ist, dieser Verlängerungsantrag, den kann man eben stellen, wenn man sagt, okay, hey, wir können noch nicht abbauen zum Beispiel, weil die Mining-Codes noch nicht fertig sind oder wir können noch nicht abbauen, weil wir noch mehr erforschen müssen, weil wir noch nicht genügend Informationen haben. Wenn man das aber nicht klar belegen kann, warum man so eine Verlängerung braucht, dann müsste man einen Abbauvertrag oder einen Abbauantrag stellen, ansonsten würde man diese Lizenz verlieren und damit könnte es dann an andere Kontraktoren übergeben werden. Alle Kontraktoren haben bisher eine Verlängerung beantragt, da eben die Mining-Codes und Abbauregularien noch nicht vorhanden sind. Die erste Verlängerung wurde 2016 eingereicht, Deutschland hat dann 2021, also Deutschland hat da auch Felder oder hat auch ein Claim und die haben dann 2021 die Verlängerung beantragt und die meisten dieser Lizenzen werden 2030 auslaufen. Und kritisch daran ist, diese Lizenzen richten sich eben komplett nur danach, nach Abbau. Also entweder man kann das Ganze erforschen oder man kann das Ganze abbauen. Und es gibt zum Beispiel keine Möglichkeit für ein Land zu sagen, okay, ich möchte hier einen Claim haben und ich möchte diese Lizenz nutzen, aber zum Schutz der Meeresumwelt oder erforschen ohne die Abbauabsicht. Also wenn ich jetzt hingehe als Deutschland und sage, okay, ja, hier, ich möchte meinen Claim gerne bei euch bestellen, aber ich möchte das gar nicht abbauen und ich möchte das erforschen, ohne dass ich die Absicht habe, da Abbau zu betreiben, einfach nur aus Umweltschutzgründen. Das geht gerade noch gar nicht nach ISA-Richtlinien, sondern irgendwann würde man diese Lizenz dann verlieren und dann würde eben ein anderer Kontraktor kommen und könnte das dann dort abbauen. Stand Mai 2022 gibt es insgesamt 131 Explorationslizenzen, die durch die ISA abgeschlossen wurden. Ein großer Teil davon ist, wie gesagt, in der CC-Set, also in dieser Clarington-Clipperton-Zone. Andere sind dann im Pazifik, im Atlantik oder im Indischen Ozean. Und gleichzeitig zum Klimagipfel der Vereinten Nationen 2022 in Ägypten gab es ein ISA-Treffen in Jamaika und das haben die meisten von euch wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Aber das war sehr, sehr relevant und sehr interessant, denn Nauri hat hier, oder Nauru, Nauri hat dann für Nauru ein Schnellverfahren angestoßen, um eben Vorschriften zu verabschieden, die den Abbau von Metallen in den Tiefsee-Ökosystemen bereits ab 2024 erlauben würden. Das wurde von vielen Staaten kritisiert, unter anderem auch von Deutschland. Und das Problem daran ist, also die haben diese Verfahren angestoßen und wenn bis Mitte 2023 jetzt keine Regelung gefunden wird über diese Mining Codes, also wenn die nicht abgeschlossen werden, dann könnte der Abbau relativ schnell und eher inreguliert stattfinden, weil eben diese Trigger-Rule hier vorhanden ist, die ich ja vorhin auch schon mal kurz erklärt hatte. Also wenn ein Staat einen Explorationsvertrag für einen Kontraktarbeiter ISA anfragt, also wenn die einen Abbauvertrag anfragen, dann hat die ISA zwei Jahre Zeit, alle relevanten Regularien zu schaffen, damit die Bewerbung weitergehen kann. Und für Exploration gibt es eben diese Regularien schon für den Abbau eben noch nicht. Und wenn die Regulierung dann eben noch nicht fertig ist, dann wird eben eine provisorische Lizenz erlassen und damit kann der Kontraktar dann erstmal mit diesen provisorisch geltenden Regeln den Abbau beginnen. Bisher wurden 1,5 Millionen Quadratkilometer, also ungefähr die Größe der Mongolei, für den Bergbau ausgezeichnet, also für die Exploration ausgezeichnet und dann langfristig eben auch für den Abbau. Und diese Abbauregeln, diese Mining Codes, da geht es zum großen Teil um den Abbau von Manganknollen. Da ist dann auch vorgesehen, dass Teile, also Teile sind ganz klar für den Abbau vorgesehen, aber es sollen auch Teile des Meeresbodens für den Schutz ausgespart werden. Und das ist eigentlich das erste Mal in der Geschichte, dass Regeln für die Verteilung von Rohstoffen und für den Schutz erlassen werden, bevor mit dem Abbau eigentlich begonnen wird. Und zumindest gelten diese Regeln dann in internationalen Reguliertenbereichen, eben vor allen Dingen in dieser CC-Set, in den ausschließenden Wirtschaftszonen, insbesondere eben bei Tonga, Papua-Neuguinea und Co., ja, die sind halt an diese Regeln nicht gebunden. Auch wenn wahrscheinlich einige davon diese Regeln dann übernehmen werden, aber die sind daran nicht gebunden. Und Problem daran ist eben, dass hier die Umweltschäden und die wirtschaftlichen Schäden gegen den Einnahmen aus Lizenzen und der Gewinnbeteiligung dann hier auch stehen. Und das Ganze kann halt auch Auswirkungen auf Fischerei, Tourismus und die allgemeine Verschmutzung der Meere haben, deswegen ist das so ein bisschen die Frage, was da am Ende rauskommt. Ja, und der vierte Entwurf zu diesen Abbauregeln, der wurde jetzt 2019 in die Verhandlungen übergeben. Und ja, wird jetzt halt spannend, wie das weitergeht mit dieser Zwei-Jahres-Regel. Die Zwei-Jahres-Regel ist übrigens aus dem Umsetzungsübereinkommen von 1994 noch. Und eben Nauru hat hier 2021 den Antrag gestellt. Und deswegen muss eben bis Juli 2023 über diese Mining Codes entschieden werden, außer eben Nauru zieht den Antrag zurück. Und wie schon gesagt, hat das so ein bisschen das Geschmäckle, weil eben The Metals Company, die Mutter von Nori, also von dem Unternehmen, das eben für Nauru da arbeitet, die hatten eben 2021 im Börsengang. 2021 wurde auch dieser Antrag bei der ISA gestellt. Und Team C sagt, dass sie 2024 mit dem Abbau beginnen könnten. 2026 ist vermutlich relativ realistisch. Aber müssen wir jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Es gibt jetzt einige Staaten, die ein Moratorium fordern. Das hat es dadurch dann auch 2022 auf die Agenda der ISA geschafft. Und dieses Moratorium würde zum Beispiel dafür sorgen, dass ohne Zeitdruck und ordentlich verhandelt werden kann. Und dass eben auch die Forschung die Zeit erhält, die sie braucht, um eben hier zu schauen, was für Auswirkungen hat denn der Abbau. Wenn ich sage Auswirkungen, dann kommt dem Juristen unter euch vielleicht der Begriff Haftung in den Kopf. Also diese Kontraktoren, die dort Explorations- oder Abbaulizenzen beantragen, die haften natürlich auch für Schäden beim Abbau. Wie genau das aussieht, ist jetzt auch noch nicht ganz klar. Aber es ist im Endeffekt so, dass die Kontraktoren erstmal da für Schäden haften. Und wenn die Kontraktoren zum Beispiel ausfallen, weil sie pleite sind oder warum auch immer, dann müssen die Sponsorenländer einspringen. Und das ist natürlich bei so Kleinstinselstaaten wie Nauru, Tonga und Kiribati höchst fragwürdig, ob die das überhaupt finanzieren können. Also Papua-Neuguinea ist damals eben aus diesen rohen Kosten sitzen geblieben für das Abbauunternehmen Nautilus. Und jetzt ist halt die Frage, ob Nauru, Tonga oder Kiribati überhaupt in der Lage sind, das zu finanzieren, wenn jetzt eben hier da solche Haftungsansprüche gelten gemacht werden. Und es ist auch noch die Frage, wer die dann überhaupt gelten macht. Und es ist auch so, dass die Verantwortlichen dieser Unternehmen, die sitzen oder die leben gar nicht in Nauru, Tonga und Co., sondern die sind eben in anderen Ländern. Und dann ist halt auch die Frage, na ja, wie wollen diese Länder denn jetzt dann auch Haftungsansprüche durchsetzen? Also wie wollen sie denn die Leute haftbar machen, wenn die gar nicht dort sitzen? Und es ist auch fragwürdig, ob die Länder überhaupt in der Lage sind, eine Überwachung der Unternehmen vorzunehmen, um überhaupt zu überwachen, ob die denn sich an die Regeln halten, was sie dann eigentlich machen würden, weil sie Sponsorenländer sind. Und deswegen ist das alles so ein bisschen schwierig. Also muss man mal schauen, wie das weitergeht. Wie schon gesagt, bisher sind es 31 Lizenzen, die erlassen wurden. 19 dafür sind für die PMN, also für die Knollenabbau, sieben für die PMS, also für Sulfidabbau und fünf für CFC, also für diese Kobaltkrusten. Es gibt insgesamt 22 Kontraktoren. Kontraktor kann eben ein privates Unternehmen sein oder ein staatliches Unternehmen oder auch eine staatliche Behörde, wie zum Beispiel im Fall von Deutschland, da ist es die BGR. Es gibt 18 Mitgliedstaaten beziehungsweise Sponsorenstaaten. 18 dieser 31 Lizenzen sind eben aus der Hand von sieben dieser Länder. Das sind eben China, Frankreich, Deutschland, Indien, Japan, Russland und Südkorea. Und sieben dieser 31 Lizenzen werden de facto von privaten Firmen verwaltet, also wie eben jetzt hier im Fall von Nauro. Warum hat man dieses ganze Konstrukt mit ISA und Co. aufgebaut? Und zwar war es hier der Versuch, eine gewisse Fairness über dieses UN-CLO, also über diese Regulierung zu bringen. Und die Idee war halt, Reservierungen von Claims für Entwicklungsländer beziehungsweise Länder des globalen Südens hier zu haben. Und die ISA wollte hier eben das Nicht-Industriestaaten auch davon profitieren und dass eben auch für den Meeresumweltschutz sich eingesetzt wird. Es ist jetzt so, ich hatte es vorhin schon mal kurz umrissen, ich mache es jetzt nochmal genauer, und zwar Kontraktoren aus Industrienationen bekommen doppelt so große Lizenzgebiete und müssen hier forschen. Und danach wird das eben in zwei gleich große Gebiete geteilt, aber nicht nach Fläche, sondern nach ökonomischem Wert. Und eins davon wird von der ISA für Nicht-Industrienationen zurückgehalten. Und dieses NORI, also Nauro Ocean Resource Inc. aus Nauro hat dann eben 2011 so eine Explorationslizenz für ein reserviertes Gebiet bekommen. Und dieses reservierte Gebiet wurde aus Gebieten, die von Deutschland, Russland und einer Gruppe osteuropäischer Staaten bereitgestellt wurden, wurde das dann eben zusammengestückelt. Und Tonga Offshore Mining Limited als TMOL aus Tonga hat eben auch so ein Gebiet erhalten, das dann vor allen Dingen aus den Lizenzgebieten von Deutschland, Japan, Korea und Frankreich zusammengestellt wurde. Und hier gibt es halt auch die Kritik, dass diese reservierten Claims für Länder des globalen Südens eigentlich nicht genug sind und dass eben diese Länder davon nicht genug profitieren und eigentlich ja Rohstoffe der Hohen See für alle Menschen zur Verfügung stehen sollen. Deswegen gab es auch die Überlegung, so einen Kompensationsmechanismus einzuführen. Zwar ist es ja so, dass Sponsorenstaaten oder Kontraktoren eben Geld an die ISA zahlen, aber bekommen natürlich auch Gewinne aus dem Bergbau. Und ärmere Länder, die sich keinen eigenen Abbau finanzieren können, die sollten eben auch am Abbau profitieren und zwar, und das ist auch eines der zentralen Argumente von den Befürwortern für den Abbau, und zwar sollten da eben so eine Art Steuer erlassen werden und damit dann eben auch eine Beteiligung von diesen ärmeren Ländern stattfinden. Bisher ist aber komplett unklar, wie das funktionieren soll, also zum Beispiel, welcher Wert wird angesetzt, wie geht man eben mit Preisfruktationen um, wie wird dafür denn gesorgt, dass diese DSM-Einnahmen auch, also wie sorgen wir denn auch dafür, dass diese ärmeren Länder, die ganz oft dann auch von Landbergbauprojekten profitieren, also ärmere Länder gibt es ja oftmals dann auch Bergbau, so not in my backyard-Thematik, macht man das ja gerne dann zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent oder halt auch in Südamerika. Und wie sorgen wir jetzt dadurch, dass das Deep Sea Mining dann eigentlich diese Einnahmen von diesen Ländern nicht auch nach unten drückt, weil wenn wir jetzt auf einmal eine höhere Versorgung oder bessere Versorgung mit Rohstoffen über DSM haben, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf den Preis auf dem Weltmarkt und damit dann auch wieder direkt auf den Bergbau in diesen ärmeren Ländern. Und da wird jetzt lange an einer gerechten Aufteilungsformel zwischen Sponsorenstaaten, Kontraktoren, ISA und den kompensationsbegünstigten Ländern gearbeitet. Und dann ist auch die Frage so ein bisschen, wie sollen denn jetzt zum Beispiel Schäden an der Umwelt eingerechnet werden und wenn ja, wie? Und das MIT hat hier verschiedene Vorschläge mal geprüft, einen davon auch von der BGR. Und da kann man gerne auch mal reingucken, sich das gerne mal überlegen, das ist vielleicht auch ein interessantes Thema für eine Bachelorarbeit oder Masterarbeit oder so, da das einfach mal nachzuvollziehen und mal durchzurechnen. Und wegen diesen ganzen Fragen, die noch offen sind und auch wegen, also es gibt einiges in Kritik an der ISA, komme ich später auch nochmal drauf zurück, aber die ISA versucht dann auch dagegen vorzugehen und zwar haben sie 2017 bekräftigt, dass sie eben zu den SDGs stehen, also den Sustainable Development Goals, insbesondere zum SDG Nummer 14, Schutz der Meere. und die versuchen jetzt auch afrikanische Staaten mehr einzubünden, zum Beispiel durch das African Deep Sea Bad Resource Project und die Überlegung hier ist eben, oder die Kritik von afrikanischen Staaten war eben, dass sie an diesen Royalties und Kompensationsmechanismus, dass da zu wenig Auszahlung gibt und dass sie eben zu wenig beteiligt werden daran. Und das sieht man zum Beispiel auch daran, dass es bisher keinen Sponsorenstaat aus Afrika gibt und dieses ADSRP sollte eben hier dafür sorgen, dass es dann Sponsorenstaaten oder nochmal mehr Projekte gibt eben, die dann auch aus Afrika kommen. Und der Vorwurf hier ist ja ganz klar, dass es ein Greenwashing oder ein Socialwashing durch die ISA ist, um eben hier zu sagen, ja wir sind doch total nachhaltig und so. Und aus dem gleichen Bereich kann man dann auch sagen, es gab so die Überlegung einen Nachhaltigkeitsfonds einzurichten und dass ein Teil der Einnahmen in diesen Nachhaltigkeitsfonds eben eingezahlt werden. Was damit dann genau passieren soll, ist auch noch nicht ganz klar. Ich selber und auch viele Experten sehen hier eben große Gefahren und zwar durch so einen Fonds kann eben es passieren, dass Umweltzerstörung legitimiert wird. Also auch wieder Greenwashing, also ich zahle da ja, so ähnlich wie jetzt bei den CO2-Zertifikaten-Themen gibt es ja auch diesen Vorwurf, ich zahle doch ja Geld und ich kaufe mir diese Zertifikate und deswegen darf ich Umweltzerstörung betreiben. Und das ist halt falsch, weil erstmal sollte man Umweltzerstörung minimieren und dann kann man halt zum Beispiel sagen, okay, wir kompensieren in irgendeiner Form. Aber hier geht es jetzt sogar noch mal weiter, weil Kompensation ist ja auch gar nicht möglich. Man vernichtet da Biodiversität, die man nicht wieder herstellen kann. Tonne CO2, die ich emittiere, kann ich irgendwie wieder einfangen, aber das geht hier halt eigentlich gar nicht. Und es gibt hier halt durch diesen Nachhaltigkeitsfonds auch die Gefahr, dass diese Definition durch den UN-CLO, diese Definition von gemeinsamen Erbe dadurch aufgehoben wird. Und dann die Argumentation ist, ja, wir erhalten ja das Erbe, wir halten das Erbe aber eben in Form von diesem Nachhaltigkeitsfonds. Und das ist dann auch wieder so diese Definitionsfrage schwacher Nachhaltigkeit. Das hatten wir in der ersten Episode oder in der zweiten glaube ich erklärt, so diese Überlegung, okay, behalte ich jetzt eine Naturkapitalie, muss die in sich nachhaltig sein und sich selber erhalten, oder aber kann ich das in anderes Kapital überführen, zum Beispiel im Finanzkapital, und gilt das dann immer noch als nachhaltig. Und das wäre hier jetzt halt eine starke fragwürdige Geschichte, weil wir eben bei vielen, also wir tun uns ja schon schwer an Land in irgendeiner Form, Ökosystemdienstleistungen mit einem Preisschild zu versehen und das ist auch immer die moralische und ethische und philosophische Frage, kann man denn zum Beispiel den Wert eines Baums in Euro überhaupt ausdrücken? Und in der Tiefsee ist das halt noch viel schwieriger, weil wir die Auswirkungen da halt gar nicht so gut kennen. Und jetzt hatte ich ja schon gesagt, dass es sehr viel Kritik am Vorgehen der ISA gibt und unter anderem eben zum Beispiel, weil diese Vergabe von Lizenzen recht intransparent ist, also die Vergabe geschieht ganz oft geheim, es wird auch nicht dokumentiert, wie die Leute abstimmen dann in den Gremien, die darüber entscheiden. Es ist dann auch so, dass viele Verträge und Berichte nicht öffentlich sind. Es sind hier auch sehr viele Wirtschaftsministerien eingebunden und recht wenige Umweltministerien und es ist auch so, dass diese Umweltstandards erst zehn Jahre nach den ersten Forschungslizenzen überhaupt mal thematisiert wurden und bis dahin war das komplett irrelevant und es ist auch so, dass bisher keine einzige Forschungslizenz oder Explorationslizenz abgelehnt wurde und hier gibt es eben eine Vermutung unter anderem der Tiefseeschutzkoalition, was übrigens eine geniale Koalition ist, könnt ihr gerne mal draufschauen, die haben super viele News und Informationen zum Thema Deepsea Mining und diese Tiefseeschutzkoalition, Link in den Shownotes, ja, die vermuten eben, dass das Gleiche dann bei Abbaulizenzen gelten wird. Also wenn die jetzt schon keine Explorationslizenzen ablehnen, dann werden sie auch jede Abbaulizenz, egal was sie genau sagt, werden sie dann vermutlich stattgehen. Und das ist auch so, dass wenn so ein Vertrag geschlossen wird, dann haben die Staaten, dann hat die ISN und haben auch die Sponsorenstaaten eigentlich wenig Einfluss auf die Entscheidungen über diese Lizenzgebiete und was dort genau passiert. Und wenn der Abbau wirtschaftlich rentabel wird, aber die Claims sind zeitlich begrenzt, dann wird es wahrscheinlich auch eine Subvention von Staaten geben, um die Abbaurechte nicht zu verlieren. Also wenn jetzt mit dem Abbau begonnen wird und er ist mehr oder weniger wirtschaftlich rentabel, dann werden die Staaten auch, dann haben die ein Interesse daran, weil sie Claims nicht verlieren wollen. Dann haben die ein Interesse daran, eben Unternehmen dabei der Stange zu halten und dann kann es halt auch sein, dass es eine Anreizsetzung gibt von den Staaten, um den Abbau dann sogar noch zu subventionieren, um die Claims nicht zu verlieren, was dann natürlich halt auch wieder Druck aufbaut, ja, und wo man dann vielleicht auch mal ein Auge zudrückt, was jetzt Umweltschäden angeht. Und vor allen Dingen ist es ja eigentlich auch nicht der Sinn davon, dass wir jetzt irgendwie den Abbau subventionieren, sondern das soll wenn, dann schon bitteschön der Markt regeln und am besten kriegen die Staaten dann noch ein bisschen Steuern raus. Also so kann man es ja auch sehen. Es ist jetzt auch so, dass die Unternehmen und eben manche Staaten auch sehr stark darauf drängen, dass der Abbau endlich beginnen kann und das setzt natürlich auch die Forschenden massiv unter Druck, möglichst schnell, möglichst viel über die Tiefsee herauszufinden, um eben potenzielle Schäden abzuschätzen. Das sorgt aber auch für einen Druck, der halt eigentlich nicht sinnvoll ist bei so einer Forschung. Und um mal zu highlighten, was wir eigentlich alles noch nicht entdeckt haben, 2017 wurde zum Beispiel der Briefmarken große Schweißeschwamm Plenaster Kregi entdeckt und der wurde eben auf polymetallischen Knollen entdeckt und der gehört zu einer komplett neuen Gattung, die als ja aquatischer Kanarienvogel dann auch dienen könnte. Also Kanarienvögel hat man ja früher Kohleminen eingesetzt, um so Gasbildung zu entdecken und diese Schwämme könnte man für so eine Art aquatischen Kanarienvogel verwenden. Ja, aber das Problem dran ist, diese Gattung war halt 2017 noch nicht mal bekannt und es gibt garantiert dann noch weitere, zahlreiche weitere Tiere und Gattungen und Spezies, die wir noch nicht kennen. Und dann ist hier halt auch die Anreizsetzung der ASA ganz klar, also die haben ein systematisches Interesse daran, den Bergbau durchzuführen um davon halt zu profitieren, weil die ja davon Gelder bekommen und die Idee ist ja auch, dass die ASA sich irgendwann nicht mehr über Sponsorengelder finanziert von den Sponsorenstaaten, sondern eben über Abgaben, die aus dem Bergbau dann an die ASA fließen. Und die ASA hat eigentlich nicht nur das Ziel, die Rohstoffe der Tiefsee nutzbar zu machen, sondern nach dem ULCLOS 145 haben sie eigentlich auch den Auftrag, die Tiefsee zu schützen und letzteres, also dieses Ziel ist halt krass nach, oder stark nachgelagert und die Anreizstruktur ist ja ganz klar anders aufgebaut, also sie haben eigentlich ein Interesse dran, die Rohstoffe möglichst zu nutzen und dieser Schutz, das wäre nett, aber systematisch gibt es eigentlich keinen Anreiz dafür. Dann ist die ASA eben auch relativ undemokratisch und kompliziert aufgebaut, zum Beispiel gibt es ein undemokratisches Expertengremium, das sogenannte Legal and Technical Commission, LTC, und die haben einen enorm großen Einfluss. Diese LTC-Mitglieder sind dann teilweise auch in doppelter Funktion da, also zusätzlich als Abgeordneter von dem Sponsorenstaat sind sie dann eben auch in diesem Rat mit drin und nachdem im Rat und in diesem Sponsorenstaatengremium da gibt es eben unterschiedliche Informationen, die dort geteilt werden dürfen, weil halt alles natürlich auch ganz geheim ist und alles irgendwie mit irgendwelchen Verträgen gesichert ist, ja, und dadurch haben diese einzelnen, diese Leute haben dann natürlich einen Informationsvorteil, was dann halt auch wieder einfach diesen undemokratischen Prozess befeuert und ja, es ist dann auch so, dass es kein wissenschaftliches Komitee für Umweltfragen gibt, obwohl das eigentlich gefordert wurde, das heißt, dass eben auch die Leute, die hier teilweise einen Anreiz haben, Bergbau zu befördern, dann auch darüber entscheiden, ob der, ja, ob der nach Umweltgesichtspunkten sinnvoll ist, also auch klarer Interessenskonflikt und es ist dann auch so, dass dieses Abstimmenprozedere dafür sorgt, dass im Zweifelsfall nur zwei Mitgliedsstaaten für die Zulassung eines Kontraktors zum Abbau stimmen müssen und das dann damit genehmigt wird und für eine Ablehnung bräuchte man eine Zweidrittelmehrheit, also es ist genau andersrum, so wie man sich das jetzt denken könnte, dass man eine einheitliche Zustimmung braucht, eine Mehrheit für die Zustimmung und hier ist genau andersrum, also man muss mit einer Zweidrittelmehrheit dafür stimmen, dass es abgelehnt wird zum Antrag und dann eben, was ich schon gesagt hatte, dass Unternehmensvertreter als Abgeordnete für Länder dahin gehen, das ist natürlich auch nicht so eigentlich im Sinne des Erzeugers, zum Beispiel Gerhard Barron war eben von Nauru als Vertreter auf der Februar 2019 Sitzung der ISA Versammlung und NGOs sind gleichzeitig nur als Beobachter dabei, ohne Einfluss, also man hat hier dann einfach Unternehmensvertreter, die auf einmal dann über Sachen entscheiden, während NGOs komplett neben dran stehen, also die Gesellschaft wird hier im großen Ganzen ausgeschlossen und dann gibt es auch Kritik an Personen der ISA, zum Beispiel an Michael Lodge, der ist eben, also der führt die ISA aktuell und verschiedene Vertreter, kritische Vertreter der Zivilgesellschaft und der Presse haben dann eben auch, die wurden öffentlich verhöhnt über ISA-Kanäle auch und der tritt insgesamt gegen Reformen der ISA für mehr Transparenz und fachliche Diversität auf und das sorgt halt einfach hier auch für Probleme. So, jetzt möchte ich nochmal kurz auf das Thema der Abbaugebiete eingehen, ich weiß, ich bin jetzt mittlerweile bei zweieinhalb Stunden, aber das wird einfach jetzt eine längere Episode, ihr könnt ja weiterhin durchskippen. Und zwar von den Abbaugebieten her ist eben vor allem diese Clarion-Clipperton-Zone relevant, da hatte ich auch schon mal drüber gesprochen vorher und das ist eben ein Tiefsee-Areal von der Größe Europas zwischen Hawaii und Mexiko, in dem sich eben ausgedehnte Manganknollenfelder mit einer geschätzten Masse von 21 Trilliarden Tonnen befinden. Zahlreiche Staaten haben eben bereits Explorationsgebiete reserviert. habe ich hier auch ein paar Karten mitgebracht, wo das nochmal schön gezeigt wird, wo dann auch die Schutzzonen eingezeichnet sind und dieses Gebiet dort ist eben das Gebiet mit den meisten Forschungslizenzen weltweit, die durch die ISA ausgestellt wurden, wobei es eben weiterhin keine Fördererlaubnis gibt zum aktuellen Stand. Ich habe hier auch nochmal eine Grafik mitgebracht, da hat nämlich Team Siemer zusammengefasst, welche Rohstoffe in der Clarion-Clipperton-Zone drin sind, zumindest in ihren Gebieten und auch mit welchen Anteilen und wer denn der Sponsoring-State ist und Team Sie ist hier eben bei Nori beteiligt, TORML und Marava und insgesamt ist die genaue Zusammensetzung eigentlich geheim, weil die Unternehmen das eben als Geschäftsgeheimnis betrachten. So insgesamt hatte ich vorhin auch schon mal gesagt, das ist 27% Mangan, 1,3% Nickel, 0,25% Kobalt, 1,2% Kupfer und dann irgendwie noch ein Haufen andere Materialien. Die Clarion-Clipperton-Zone ist mit Abstand die größte Region mitten im Pazifik und ist in einer Bruchzone und ja, unter anderem hat hier zum Beispiel Deutschland einen Claim und der deutsche Meeresboden-Claim ist zum Beispiel bei Hawaii und ist ungefähr so groß wie Bayern. Belgien und Südkorea haben Claims, die ein paar Schiffsstunden von dort nordwestlich entfernt sind. Weiter im Westen liegen dann Frankreich und Russland mit ihren Claims und China hat fünf der Claims zum Beispiel für sich gesichert und damit auch mehr als alle anderen Nationen. Und China hat hier eben den Drang dann auch zur See den Bergbau zu dominieren. Und gibt hier eben ein großes Interesse daran Kapazitäten aufzubauen, zum Beispiel eben was Schiffbau angeht, aber auch was Forschung und Entwicklung angeht oder Mineralienverarbeitung und China finanziert hier halt sehr, sehr stark über den Staat das ganze Thema und die Stufen eben Deepsea Mining als Sicherheits- und Wirtschaftspriorität ein. Und haben damit dadurch einen großen Fokus drauf. Aber zur CC Set zurück, seit 35 Jahren wird das Gebiet dort beforscht und ist damit eines der am besten untersuchten Gebiete in der Tiefsee und trotzdem werden jedes Jahr neue Spezies entdeckt. Ein Lizenzgebiet dort umfasst ungefähr 75.000 Quadratkilometer und so 2 bis 3 Millionen Tonnen Abbau, also 200 bis 400 Quadratkilometer pro Jahr müsste man abbauen, um eben profitablen Abbau zu haben. Und es wird dann geschätzt, dass innerhalb von 30 Jahren eben eine Fläche von 48.000 Quadratkilometern ungefähr beeinträchtigt sein könnte. Insgesamt hat die ISA Lizenzflächen von 1,5 Millionen Quadratkilometer freigegeben und hier jetzt auch nochmal die genaue Zahl. 57. 277 Quadratkilometer werden von dem Landbergbau aktuell genutzt, also es ist ein bisschen weniger als das, was ich mit 75.000 vorhin gesagt habe, ich hatte einfach einen Zahlendreher drin. Es sind 57. 277 Quadratkilometer. Ein anderes Gebiet, jetzt nicht mehr die Clare und Clipperton Zone, ist zum Beispiel Moons Ridge, das ist im Nordatlantik zwischen Island und Svalbard und hier hat eben Norwegen den Abbau forciert. Was die genau machen, weiß ich aber auch nicht so genau, aber da gibt es eben auch dann in Atlantik Bereiche. Andere Zonen wären aber zum Beispiel auch im Indischen Ozean gibt es große Gebiete, zum Beispiel beim Mittelindischen Basin oder entlang des Mittelindischen Rückens, des Südöstlichen und Südwestlichen Indischen Rückens und im Mittelatlantischen Seerücken und da sind halt kleinere, die aber auch stärker verteilt sind, vor der Küste von Argentinien zum Beispiel in der Rio Grande Erhebung bezüglich im Südatlantischen Ozean gibt es eben auch nochmal kleinere Gebiete. Dafür gibt es eine super Karte, über die man sich das mal anschauen kann und zwar diese Karte wird von der ISA erstellt, da kann man dann auch ganz viel mit so Checkboxen sich anschauen, was will ich denn anschauen, will ich jetzt irgendwie Contract Status All Actives All Accented All anschauen und da gerne mal durchklicken, falls ihr Interesse dran habt. Und ich bin ja jetzt schon öfters mal auf das Thema Umweltprobleme eingegangen und möchte hier auch nochmal ein kleines Kapitel machen zum Thema ja wie schaut es denn aus wie schaut es denn aus mit den Gefahren für Meeresökosystem im Allgemeinen und wie wir von Deepwater Horizon wissen das ist dem einen oder anderen vielleicht noch ein Begriff also wir haben hier das Problem in tiefen Wasserschichten dass wir halt Schädigungen an dem maritimen Ökosystem wir wissen oft gar nicht was da genau passiert und dann haben wir halt auch das Problem dadurch dass das so tief ist können wir nicht einfach einen Taucher einschicken der da irgendwie ein Loch zu macht oder irgendwie was repariert sondern wir haben eben das Problem dass wir dann dort in einem Bereich agieren der jetzt erstmal eingeschränkt zugänglich ist es gibt einen Blog der sich übrigens auch mit dem Thema Deepsea Mining ein bisschen auseinandersetzt und der hat dann auch manchmal so also der zeigt immer wieder auch so Unglücke die auf der See passieren und der nennt sich G-Captain habe ich glaube ich hier schon mal erwähnt das ist ein Blog für maritime News schaut da gerne mal rein dann habe ich damals noch aus meiner Praktikumszeit bei einmal ein Diesel und Turbo haben die mir den vorgeschlagen weil man da auch sehr sehr gut sehen kann so was passiert denn wo gerade wo ist wieder ein Schiff abgebrannt wo ist wieder ein Schiff havariert wo wurden irgendwelche Geisterschiffe entdeckt also es ist Wahnsinn das kriegt man ja sonst so gar nicht mit aber gefühlt im Wochentakt bringen die hier News zu havarierten Schiffen und Co und das was halt hier über Wasser stattfindet das ist halt erwartbar dass es auch unter Wasser in irgendeiner von stattfindet da wird es immer wieder Probleme geben und da wird es immer wieder Schäden geben und jetzt mal auf Deepsea Mining selber geblickt pro 5000 Tonnen Manganknollen die gefördert werden muss mindestens ein Quadratkilometer an Meeresboden abgebaut werden was dann eben mechanische Zerstörung des Bodens bedeutet oder eben diese Trübungswolken die dann da sich absetzen oder auch die Störung des biologischen Gleichgewitz durch eben Mineralentzug weil wir jetzt dann natürlich auf einmal dann auch Mineralien rausnehmen und fördern und die dann an anderer Stelle wieder fehlen könnten es gibt hier verschiedene Forschungsprojekte das Thema wurde zum Beispiel vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 2015 in die G7 Gespräche der Wissenschaftsminister eingebracht und auf Grundlage der Forschungsergebnisse soll entschieden wer dort ist zu entscheiden ob und wie Tiefseebergbau stattfinden kann Voraussetzungen hier sind eben auch das internationale Standards die höchsten Ansprüche stellen wie man die marinen Ressourcen ökologisch verantwortlich erschließen kann es gibt viele die kritisieren dass es aktuell nicht der Fall ist und es gibt einen Ozeanografen der Universität Hawaii Craig Smith der sagt dass der Meeresboden Bergbau wahrscheinlich der größte Fußabdruck jeder einzelnen menschenländischen Aktivität auf dem Planeten ist sogar mehr als dann also das ergänze ich jetzt aber sogar mehr als das Thema Klimawandel und das ist schon eine heftige Aussage die meiner vielleicht ein bisschen überspitzt ist aber ich kann mir schon vorstellen dass es sehr große Auswirkungen hat müssen wir mal schauen ich meine wie immer Robo wird fallen Späne und irgendwo muss man halt seine Rohstoffe auch herbekommen auf der anderen Seite ist halt echt die Frage ob das hier ob das den Schaden wirklich rechtfertigt vor allen Dingen wenn das jetzt nicht irgendwie wirklich nötige Sachen sind von Konsum Elektronik das finde ich dann schon fragwürdig oder halt irgendwie nur damit wir jeder mit seinem Elektroauto fahren kann und wir dann nicht die Verkehrswende anderweitigen kriegen aber das ist nochmal eine andere Geschichte wie schon gesagt die direkten Umweltschäden sind eben vor allen Dingen dann die großflächige Zerstörung des Meeresbodens wenn wir dann mit Gerät drüberfahren und das halt umgraben dann gibt es auch kaskadenartiges übergreifende Schäden auf andere Ökosysteme die sind erwartet aber auch überhaupt nicht abschätzbar es ist auch kaum abschätzbar weil es eben wenig wissenschaftliches Wissen gibt es könnten dann zum Beispiel sowas wie Nahrungsketten sein wenn da irgendwelche toxischen Stoffe aufgenommen werden dann können die ja über die Nahrungskette wandern das ist dann auch die Einbringung von Kontaminationen und toxischen Substanzen also chemische Stoffe werden eben freigesetzt einschließlich der Metalle die gefördert werden und die verbreiten sich ja über das Wasser auch und können dann eben die gesamte Zielumgebung beeinflussen und können dann eben auch transportiert werden durch Strömungen und Co und insbesondere beim Abbau von diesen Sulfidvorkommen kann das hohe Oxidationspotenzial von Sulfidmineralien und das große Potenzial für also das hat dann ein großes Potenzial für Metalltoxizität und mit potenziell eben tödlicher Auswirkung dann eben durch die Aufnahme durch pelagische und venitische Organismen und diese Bewertung der Toxizität und die Auswirkungen für die TFC-Arten ist eine technologische Herausforderung weil also diese Auswirkungen von diesen Toxinen auf die TFC-Fauna sind einfach nur wenig bekannt und es wird eben erwartet dass diese höhere Metallkonzentration auch in der Wassersäule insgesamt Auswirkungen auf die Umwelt hat zum Beispiel dann eben Verjährungen des verfügbaren Sauerstoffs in der Umwelt und Bioakkumulation in kommerziell wichtigen Fischarten was dann auch wieder soziale Auswirkungen hat und eben auch wieder Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit und wir kennen halt ganz viele Arten noch nicht deswegen können wir die Auswirkungen auch gar nicht bewerten und haben haben hier eine potenzielle Verunreinigung über die gesamte Nahrungskette wenn eben Tiefseebergbau so richtig losgeht dann haben wir bei diesen Geräten die da unten arbeiten natürlich auch Lärm und Vibrationen und Lichteintragung diese Maschinen und Versorgungsschiffe über Wasser aber auch unter Wasser bringen eben hier massive Unruhe rein und das ist insbesondere gravierend weil eben Meereslebewesen wie Wale und Delfine deren Lebensräume sind ja schon stark beeinträchtig die ziehen sich dann teilweise in diese Gebiete zurück und selbst da dringen wir dann ein und haben sie gar keine Rückzugsgebiete mehr und dann ist eben auch es ist wenig bekannt darüber über diese Auswirkungen von dem Lärm im Tiefseebereich insbesondere im Sofa-Kanal und auch über die Vibrationen und das Licht vor allen Dingen in den tiefen Streuschichten da hat man ja kein Licht und deswegen ist dann auch die Frage was für Auswirkungen das hat also wer sich so an diese Laternenanglerfische erinnert die haben so eine Biolust so eine Leuchte vor ihrem Maul und kommunizieren darüber und locken darüber Beute an und viele nutzen das auch zur Fortpflanzung und wenn wir da jetzt einfach Licht reinbringen dann könnte das halt dafür sorgen dass wir da unten alles komplett durcheinander bringen weil das halt nicht vorgesehen ist dass da unten nicht in großen Mengen unterwegs ist und vor allen Dingen der Schall könnte dann eben krasse Auswirkungen haben zum Beispiel gilt Schall bei manchen Tieren wie zum Beispiel den Flachwasserkorallen oder bei Tieren die in Flachwasserkorallen unterwegs sind gilt das als Ansiedlungshinweis weil die Wellen da halt dagegen schlagen und deswegen könnte das dann passieren dass sie auf einmal so einen Ansiedlungsanreiz bekommen und dann an die Maschinen rangehen und deswegen ja ist das halt blöd ja und auch das Abwerfen vom Bohrklein während den Bergbauprozessen könnte die natürliche Geräuschkulisse hier eben komplett überdecken und alle Arten die in irgendeiner Form auf sich über Gehör da orientieren was halt schon viele sind weil es halt über Seen nicht geht die werden dadurch dann potenziell beeinflusst und Sonar nochmal auch das hat ja auch nochmal einen enormen Einfluss bereits heute und ist in der Tiefsee eben wahrscheinlich noch schlimmer und genau dann dieses Staubfahren also beim Einsatz von Kettenfahrzeugen oder durch das Zurückpumpen des Abraumsediments werden solche Wolken freigesetzt die sich dann über die Meeresströmung ausbreiten und diese enthaltenen Schadstoffe dann auch über die gesamte Nahrungskette bis hin zum Menschen potenziell verbreiten unter anderem auch dann Belastungen mit Schwermetallen die dadurch hochgehen könnte es gab hier so kleinere Experimente und Modelle in kleineren Maßstab in den Knollenregionen und die deuten eben darauf hin dass das Abwasser aus den Bergbausedimente auch wieder aufschwemmt und die Wassersäule dann für einen langen Zeitraum trüben kann was sich dann auch eben auf die Fauna auswirkt und die sich dadurch dann ja abstirbt und das geht halt zu schnell diese Verwirbelung und diese Beeinträchtigung und deswegen ist die Fauna auch nicht in der Lage sich an anderer Stelle wieder anzusiedeln und hat dann eben dadurch Auswirkungen die Freisetzungstiefe der Entwässerungsfahne ist nach wie vor unbekannt also das hat die ja vorhin auch schon gesagt die haben das irgendwie jetzt mal erprobt bei 1200 Metern das rauszulassen und deswegen ist es auch recht schwierig die vertikalen und horizontalen Ausbreitungen dieser Entwässerungsfahnen vorherzusagen und was da genau passiert und wie die sich bewegen und die Auswirkungen auf diese phylagischen und benetischen Ökosysteme innerhalb und außerhalb des Vertragsgebiets das muss erstmal bestimmt werden und ja hier gab es eine Studie die halt mal eine Modellierung und diese Eigenschaften und diese Ausmaße vorgenommen hat für einige Stunden und die sind darauf gekommen dass eben für einige Stunden bis zu einige Kilometer nach der Einleitung dass das vorher gesagt werden kann aber es zeigt auch dass diese erhöhte Sedimentkonzentration im Vergleich zu den Hintergrundwerten von den Abgasfahren durch die turbulente Divusivität also durch diese Durchmischung und die Menge des eingeleiteten Sediments beeinflusst wird wobei diese Ausfluckung als nicht wesentlicher Faktor angesehen wird wobei man da halt auch gucken muss wenn das eingereiht ist dann kann das sein aber wenn das mehrere sind dann hat man ja auch eine kumulative Wirkung und für einen einzigen Bergbaubetrieb in der Clarion-Clipperton-Zone wird geschätzt dass es 1 bis 2 Quadratkilometer pro Tag eben abgebaut werden und dabei dann 30.000 bis 80.000 Kubikmeter Sediment gebrochenes Mineral und Meerwasser freigesetzt werden also ungefähr 8 Kilogramm pro Kubikmeter Feststoff die da dann eben an Meerwasser freigesetzt werden und das dann zu einer Störung des Meeresboden kommen könnte aufgrund dieser Trübung und Resedimentation aus den Sammlerfahnen und ja aus diesen schwebenden Bergbaufeldern ja und das könnte dann 2 bis 4 mal größer sein als der direkte Abbau da gibt es aber auch unterschiedliche Angaben und das hatte ich ja vorhin schon gesagt das hat vor allen Dingen dann auch einen Einfluss auf diese CO2 fressenden Bakterien diese Bakterien wurden eben entdeckt und es wird angenommen dass 200 Millionen Tonnen CO2 dadurch jedes Jahr verstoffwechselt werden was dann ungefähr 10% der gesamten CO2-Aufnahme durch den Ozean ausmacht ja und durch diese Bergbauaktivitäten in der CCC könnte CZ-Set könnte diese Ökosystem empfindlich gestört werden und damit dann auch die Aufnahme von CO2 in der Tiefsee und damit im gesamten Ozean reduziert werden Bioluminszenz hatte ich schon erwähnt was auch noch eine Auswirkung hat ist jetzt nicht nur auf die Bewohner der Tiefsee sondern auch auf migrierende Arten wie Wale oder Delfine oder Schildkröten die könnten natürlich auch durch hier diese Staubfahnen massiv beeinflusst werden und insgesamt haben wir eben ein Problem in der Biodiversität weil wir eben Habitate zerstören und hier Meeresboden im großen Stil abtragen und umbrechen ja und ja damit sind diese Lebensräume halt auf Dauer bedroht ja und wir sehen halt hier eigentlich dass es keinerlei Möglichkeit gibt diese verlorene Artenvielfalt zu kompensieren oder auch durch Schutzvorhaben an anderen Orten zu kompensieren weil eben hier eine enorme Einzigartigkeit zu sehen ist und das halt nicht so gut geht dass man halt irgendwie sagt okay wir schützen hier ein Gebiet und dort bauen wir ab weil da halt im Zweifelsfall unterschiedliche Arten in diesen Gebieten leben allein in der CC-Set die ja sehr sehr gut erforscht seit 35 Jahren sind eben 70 bis 90 Prozent der gesamten Spezies bisher nicht bekannt vermutlich sind 25 bis 75 Prozent weitere Spezies noch nicht entdeckt worden ja und für die CIOB und Westpazifik sind noch viel weniger Informationen vorhanden zur Verdeutlichung es sind 28.000 Tiefseespezies ungefähr bekannt und circa 2,2 Millionen weitere werden noch vermutet die noch identifiziert die noch nicht identifiziert wurden und viele davon könnten ausstammen bevor wir sie überhaupt identifizieren oder überhaupt mal sehen und das ist halt ein Problem und hier gibt es auch nochmal eine schöne Grafik von der IUCN die da auch nochmal die verschiedenen Auswirkungen eben visualisiert und weil es ja immer auch so heißt oder weil es oftmals früher hieß so ja der Tiefsee und am Boden das ist alles tot und da lebt nichts ist es gibt so DNA Samplings die zeigen dass auf dem Meeresboden dreimal so viele Lebewesen wie in den höheren Wasserschichten unterwegs sind und viele dieser Samples haben zum Beispiel auch abgestorbene Organismen die bisher noch gar nicht identifiziert sind und auch neue Spezies ja also das ist man entdeckt das dann auch eben hier in den Sedimenten und die Mehrheit der Arten in genommenen Proben ist in der Regel unbekannt und das hat halt natürlich auch die Auswirkung dass die Forschung daran interessiert ist aber dass es halt unglaublich aufwendig ist die dann überhaupt zu identifizieren und nachzuweisen und eben einzuordnen ja das ist ein riesengroßes Feld und das ist halt eine enorme Fleißarbeit und neben dem Biodiversitätsproblem und dem Staub und Co gibt es auch so kumulative Impacts es hat hier dann Versuche gegen konzeptionelle Versuche gegeben diese kumulativen Auswirkungen qualitativ zu modellieren und bei den derzeitigen quantitativen Analysen werden die Auswirkungen des Bergbaus nur in einzelnen Vertragsgebieten berücksichtigt zum Beispiel wenn er halt Modelle durchgeführt aber diese gesamten potenziellen additiven Auswirkungen mehrerer Bergbaubetriebe Betriebe in einer gesamten Region also diese Summe davon das wurde eben bisher noch nicht wirklich simuliert oder auch analysiert weil eben diese Summe der ähnlichen Betriebe auch in einem größeren räumlichen Skala dann Auswirkungen haben kann andere anthropogene Auswirkungen die nicht auf den Bergbau zurückzuführen sind können ebenfalls additiv oder synergetisch mit Bergbauaktivitäten interagieren und damit dann die biologische Vielfalt und damit die verbundenen Ökosystem Funktion auch verändern denke jetzt an Mikroplastik oder sowas was ja auch dann in der Tiefsee früher oder später dazu kommt und dann auch wieder Stress auf die Lebewesen dort ausweckt und um diese Wechselwirkungen in allen Umgebungen zu verstehen ist eigentlich eine systematische Erfassung bestehender nicht bergbauliche anthropogene Einflüsse einschließlich der Fischerei insbesondere auf den Seebergen oder aber auch Umweltverschmutzung oder auch Klimawandel das wäre eigentlich erforderlich dass wir halt da umfassende Aussagen auch zur Resilienz auf direkten und indirekten Stress sind bisher eigentlich mit der Datengrundlage nicht möglich und ja es wird auch angenommen dass diese Resilienz gegenüber Stress niedrig ist wobei die Situation eben beim Abbau von Knollen und Krusten vielleicht noch weniger resilient ist als jetzt bei hydrothermalen Quellen also dass bei hydrothermalen Quellen es da vielleicht Möglichkeiten gibt das halt so zu machen dass das halbwegs verträglich ist wobei also immer wieder so eine Frage Klimaauswirkung hatte ich schon gehighlighted also irgendwie dieses Thema mit den CO2 fressenden Bakterien dann auch dieses Thema Methan verstoffwechselnde Bakterien also diese Methan Emissionen werden teilweise eben auch verstoffwechselt wenn das wegfällt wäre halt auch blöd und ja was ich noch spannend fand und zwar ist ja jetzt nicht nur Rohstoffabbau sondern auch die Tiefseefischerei und diese Tiefseefischerei und Grundschleppnetz fischerei hat nach aktueller Forschung ungefähr einen Beitrag von einer Gigatonne CO2 jährlich und das ist zum Beispiel mehr also nur als Vergleichsgröße kann man immer nicht gegeneinander aufrechnen aber es ist mehr als die weltweite Luftfahrt zusammen so das fand ich mal irgendwie eine krasse Aussage weil das halt dann auch wieder zeigt was für einen enormen Einfluss sowas Simples wie Fischerei haben kann und wie geht man damit jetzt um aktuell gibt es hier verschiedene Schutz Überlegungen eins davon ist eben die Einrichtung von Schutzgebieten also sogenannten VMEs hatte ich vorhin schon mal auch kurz erwähnt Vulnerable Marine Ecosystems die können von den Vereinten Nationen für besonders empfindliche und schützenswerte Ökosysteme festgelegt werden zum Beispiel gibt es Schutzzonen für Korallenriffe vor Neowegen Irland und Schottland sowie eben für bestimmte Seeberge und schwarze Raucher bei den Azoren und Tiefseeschwämme am mittelatlantischen Rücken Hydrothermalfelde und Seeberge sollten daher halt möglichst auch geschützt werden wo das sinnvoll ist weil hier einfach die Biodiversität so hoch ist es gibt dann auch Management Systeme die eben hier die ich damit beschäftige wie kann man denn bei einem Bergbauaktivitäten die Gebiete schützen das sind dann sogenannte Regional Environmental Management Plans also REMP und die richten dann zum Beispiel APIEIs ein APIEI steht für Areas of Protective Areas of Protected Environmental Interest und da gibt es zum Beispiel in der Claren-Clipperton Zone einige die Überlegung ist hier eben ökologisch ähnlich zu den benachtbarten Bergbauregionen aufgebautes Zonen zu schützen und insgesamt das gesamte Spektrum der Lebensräume der biologischen Vielfalt eine Ökosystemfunktion und Dienstleistung in der Region abzudecken und das in so einer APIEI zu haben und die dann eben dort zu schützen und Kritik da ist aber dass diese APEIs bisher nur begrenzt abdecken also dass das nicht alles abbildet was eben in den Bergbauregionen dann vernichtet wird und weil diese Bergbauregionen eben insbesondere in Gebieten mit hoher Knollenkonzentration sind und da dann dadurch halt auch die Biodiversität höher ist und diese APEIs dann eben in Gebieten angelegt werden mit geringerer Knollenkonzentration klar man will halt das wo am meisten Knollen drin sind für den Bergbau nehmen und das ist halt so eine Kritik daran und es gibt jetzt aktuell neun unterschiedliche biogeografische Regionen und diese APEIs werden ausschließlich basierend auf abiotischen Gegebenheiten ausgewählt das übernimmt die ISA für die gesamte Region wie die angelegt werden und da gibt es halt auch Kritik daran dass sie halt eigentlich nicht ausreichend viele Gebiete und ausreichend gut das Ganze auch dann aufgebaut haben und die Idee ist eigentlich auch dass die Unternehmen sogenannte Environmental Monitoring and Management Plans also EMMPs erlassen und dann ein Environmental Impact Assessment und ein Statement also EIAs und EIS machen für beides gibt es aber noch keine klaren Vorgaben und die wissenschaftliche Basis ist hier eigentlich auch nicht vollständig also man kann das nicht so ganz machen und es wird dann auch erwartet von den einzelnen Bergwerken und von den Auftragnehmern wird erwartet dass sie gemäß den Explorations- und Abbauregelungen Referenzzonen für die Auswirkungen anlegen also Gebiete die voraussichtlich durch den Tiefseebergbau beeinträcht werden und dann eben Referenzzonen für die Erhaltung also Gebiete die nicht von den Auswirkungen des Tiefseebergbaus betroffen sind und dann kann man soll man halt hier vergleichen können okay wie sind denn die Auswirkungen gewesen wie war jetzt der Unterschied zwischen dieser Impact Reference Zone und der Preservation Reference Zone und ja hier gibt es halt auch noch keinerlei oder nur wenige Anhaltspunkte wie groß oder welche Größe und welche Quantität und welche Resentativität hier erforderlich ist um sicherzustellen dass diese Zonen für die Überwachung der Auswirkung auch sauber genutzt werden können und ja das muss eigentlich zwischen Auftragnehmer und ISA vereinbart werden aber bisher ja bisher ist das halt schwierig und da muss man auch dazu sagen diese API Netzwerke das gibt es bisher auch nur in der Clarion Clipperton Zone also obwohl die jetzt schon fragwürdig sind und obwohl die nicht ausreichend sind gibt es die halt trotzdem nur in der Clarion Clipperton Zone und die anderen Bereiche sind da gar nicht davon die sind noch gar nicht so weit ja und es gibt noch eine andere Thematik das ist so die Serious Harm Thematik im Sustainable Finance Bereich wo ihr früher gearbeitet habt war das immer wieder ein Begriff und immer wieder auch ein Thema do no serious or significant harm also keine gravierenden Schäden erzeugen und darauf hat man dann Unternehmen ausgewählt die eben keine signifikanten Schäden zum Beispiel erzeugen aber ein bisschen Definitionsfrage was sind denn das gravierende Schäden ja und eigentlich ist hier auch die Idee gravierende Schäden durch DSM vermeiden ja aber wie definiert man das denn jetzt wann ist denn der Schaden gravierend durch den DSM und eigentlich fordert auch UNC-Loss also dieses Abkommen fordert außerdem eigentlich dass die ISA die Meeresumwelt effektiv vor schädlichen Einflüssen insgesamt schützt und also no harm da ist ja schädliche Einflüsse also no harm und dieses dieses no serious or no significant harm ist davon dann eigentlich schon wieder eine Abschwächung die eigentlich wenn man es ganz genau nimmt gar nicht zulässig ist meiner Meinung nach es gibt dann auch verschiedene Ideen wie man diesen Schäden begegnen kann zum Beispiel durch künstliche Knollen als Habitate Problem daran ist aber halt dass selbst mit künstlichen Knollen die wieder Ansiedlung der dortigen Arten 100 bis 1000 Jahre vermutlich dauern wird und das halt einfach lang ist und dann bei großen Abbauflächen das zusätzlich schwierig wird und nicht nur bei großen Abbauflächen sondern bei großen Flächen die dann betroffen sind und dann dauert das halt sehr sehr lange bis sich dort die Arten wieder ansehen die wissenschaftliche Grundlage ist ja auch komplett unklar also würden solche künstlichen Knollen zum Beispiel angenommen werden es gibt hier keine erfolgreichen Skalierbaren Formen der Restauration bisher und auch für die Wassersäule gibt es nicht mal Modelle die das abbilden können wie man hier das wiederherstellen könnte also von daher hoch freiwürdig ob man Restauration überhaupt machen kann und das waren jetzt vor allen Dingen ökologische Probleme es gibt natürlich auch Widerstand und soziale Faktoren zum Beispiel starken nationalen aber auch internationalen Widerstand gegen Deep Sea Mining seit 2008 gibt es zum Beispiel den Protest tausender Bewohnerinnen und Bewohner auf Papua-Neu-Guinea und anderen Südseeinseln das Ganze dort wird durch internationale zivilgesellschaftliche Organisationen wie zum Beispiel StoppTiefseebergbau.de oder Deep Sea Conversation Coalition unterstützt und das Ziel ist die Errichtung einer globalen und eines dauerhaften Moratoriums zum Schutz der Tiefseegewässer diese Deep Sea Conservation Coalition wurde zum Beispiel 2004 in Amsterdam oder mit Sitz in Amsterdam gegründet haben aber bisher keinen Erfolg bei der NUN Generalversammlung gehabt aber engagieren sich dafür und die Idee ist eben hier Deep Sea Mining erstmal global zu unterbinden bis man eben Möglichkeiten gefunden hat das auf eine Art und Weise zu machen die eben weniger schädlich ist für die Tiefsee wer sich dann auch nochmal für die einzelnen Länder interessiert die dort aktiv sind es gibt eine komplette Auflistung verschiedener Länder und Infos zu den Ländern was sie genau in Bezug auf Deep Sea Mining machen in der Veröffentlichung oder in dem PDF Argument gegen Tiefseebergbau ab Seite 83 ich packe das hier auch in die Shownotes rein und das ist insbesondere interessant weil diese ISA und UN-COL Regeln ja nicht für die allgemeine für die ausschließlichen Wirtschaftszonen gelten und deswegen da dann auch teilweise nochmal andere Aktivitäten los sind Deutschland hat ja eine BGR Erkundungslizenz für Manganeknollen in der CC-Set seit 2006 2021 wurde die dann verlängert und 2015 kam noch eine Explorationslizenz für Massivsulfide dazu Deutschland hat ja auch einen Sitz im Isarad das ist Carsten Rühlmann von der BGR der eben in dem LTC Leitungsgremium auch mit drin sitzt und er hat eben vor allen Dingen Fokus auf Umweltschutz seit Oktober 2022 setzt sich Deutschland auch für einen Precautionary Pause ein also dass erstmal keine Anträge auf kommerziellen Abbau durch Deutschland unterstützt werden solange eben keine wirksamen Umweltschutzrichtlinien vorhanden sind China hatte ich schon gesagt hatte irgendwie fünf Claims und die haben hier einen großen Fokus drauf mit ihnen Staatsunternehmen auch die da sehr stark unterwegs sind und China ist das erste Land mit einem permanenten Vertreter bei der Isar also die haben hier auch frühen großen politischen Fokus und diplomatischen Fokus drauf gesetzt die EU im Allgemeinen unterstützt die Entwicklung von Tiefseebergbau Lizenzen von Inselstaaten im Pazifik auch mit Geld Idee dahinter ist eben die Inselstaaten auch aufzuschlauen worum geht es da jetzt eigentlich und ja wollen hier einfach auch beim Aufbau von besserem Management unterstützen insbesondere bezüglich internationalem Rechts in Standards und auch dem Meeresumweltschutz das ist auch eine Reaktion auf die Anfrage von Nauru weil hier einfach ja so ein bisschen der Verdacht auch im Raum steht dass Nauru da eigentlich über den Tisch gezogen wurde also nicht über den Tisch gezogen wurde aber dass da halt dann Unternehmensvertreter für Nauru sprechen das ist halt schon fragwürdig und da will die EU auch unterstützen dass eben wirklich dann auch Vertreter von den Inselstaaten und Gesellschaftsvertretung durch von den Insulanern dann dort stattfindet ja trotzdem gibt es daran auch Kritik weil natürlich die EU ein starkes Interesse hat sich mit Metallen unter anderem und insbesondere aus Siebseemining zu versorgen und damit eben auch versucht einen Gegenpol zu der Rohstoffversorgung aus China zu setzen die Cookinseln die ich auch schon mal erwähnt hatte da gibt es mittlerweile Marinas beziehungsweise Schutzparks mit 2 Millionen Quadratkilometern die Marai Moana und hier sollte dieses Gebiet eigentlich vorrangig vor Tiefseebergbau haben es gibt aber trotzdem drei Gesellschaften die dort trotzdem wohl aktiv werden oder aktiv sind Tuvalu die der ein oder andere vielleicht kennt wegen einer Domainendung Tuvalu hatte eigentlich auch vor Deepsea Mining zu machen hatte dann aber 2022 eine komplette Kehrtwende gemacht und akzeptiert keine Lizenzen mehr für den Abbau in der eigenen Exclusive Economic Zone also ausschließlichen Wirtschaftszone und ja es gibt da auch noch eine Beantragung von 2021 bei der Isar die wurde von Tuvalu unterstützt und die ist eben noch offen genau das ist halt noch offen aber da ist auch mal die Frage wie das weitergeht und zwar von Secular Metals Tuvalu Papua Neugenia die sind ja sehr stark auf die Nase gefallen mit dem Solvara 1 Projekt das war eben dieses große Projekt das er auch schon erwähnt hat und da hatten die Aliens of Solvara Warriors ja hatten da eben sehr stark gegen für die Verschiebung und für die Beendigung des Projekts campaigned und der Staat war eben in dem Projekt mit 15% beteiligt und hat dann eben hier sehr viele Millionen an US-Dollar zahlen müssen beziehungsweise dann verloren als das Projekt dann pleite gegangen ist Tonga unterstützt in der Regel auch ISA-Anträge und ja hat hier eben eigentlich auch mittlerweile Inselvertretungen also alle Inselvertreter einzelnen Inseln von Tonga haben 2022 einstimmig gegen Diebsi Mining gestimmt trotzdem unterstützt das Land weiterhin bisher ISA-Anträge und warum sind die ganzen Insulaner oder warum sind die alle so dagegen oder warum ist das so ein Problem und zwar haben ja viele von denen sind angewiesen auf das Meer als primäre Nahrungsquelle 3 Milliarden Menschen global sind eben auf das Meer als Indirekt über das Meer vor allen Dingen eben im globalen Süden und dort ist Überfischung bereits heute ein Problem weil eben 35% der kommerziell genutzten Arten überfischt sind und 57% maximal genutzt 2022 war zum Beispiel der End of Fish Day am 11.03. müssen wir mal dieses Jahr gucken dann dürfte jetzt dann auch bald in einem Monat oder so wieder sein und diese metallischen toxischen Verschmutzungen die dann eben durch Deepsea Mining in der Wassersäule sich verteilen könnten die könnten eben eine Verunreinigung potenziell über die gesamte Nahrungskette bringen was dann halt auch diese Menschen sehr stark beeinflusst sogar noch mal mehr als jetzt irgendwie Menschen Industrienationen die dann keine Ahnung Fische aus Fischfarm aus der Nordsee haben oder so wobei das auch auf uns Einfluss haben könnte weil diese Fische in den Fischfarm ja oft mit Fischmehl gefüttert werden das ist schon alles nicht so witzig es gibt auch interessanterweise Widerstand aus der Privatwirtschaft wo es definitiv nicht erwartet hat BMW und VW und Volvo und Scania haben sich zum Beispiel gegen Deepsea Mining ausgesprochen Google die Trio das Bank bei der Trio das Bank habe ich es jetzt erwartet bei Patagonia auch bei Philips und Samsung SDI vielleicht nicht unbedingt die haben März 2021 eine öffentliche Erklärung eine Moratoriums Forderung unterzeichnet die sie selbst verpflichtet keine Rohstoffe aus der tief sie einzusetzen und das ist spannend weil das habe ich definitiv nicht erwartet ich dachte jetzt insbesondere die deutschen Automobilhersteller sind eigentlich ziemlich heiß drauf da Rohstoffe aus Deepsea Mining zu bekommen um sich eben abzusichern was die Versorgungssicherheit angeht fand ich aber cool also Tätig und da gibt es auch einige Banken die sich gegen Deepsea Mining beziehungsweise die Finanzierung davon ausgesprochen haben unter anderem die Credit Swiss ABN Amro Royal Bank of Scotland und die Lloyds Bank Group da auch die Einladung an alle aus der Finanzindustrie falls ihr in irgendeiner Form das noch nicht habt dann überlegt euch mal ob ihr euch dagegen aussprecht und da vielleicht auch Regularien dazu erlasst und auch das World Economic Forum warnt vor Risiken vor allen Dingen vor Reputationsrisiken bei der Produktion mit Metallen aus dem DSM sag ich so naja Reputationsrisiken klar die sind definitiv da ja aber es sollte ja eigentlich auch eher um Umweltschutz gehen aber wenn der Hebel dafür halt die Reputationsrisiken sind dann nehme ich das halt gerne mit also Reputationsrisiko heißt halt dass zum Beispiel eine Marke sehr sehr schlechte ja einen Schaden davon tragen kann wenn eben bekannt wird ihr ihr baut hier eure Autos und dafür lasst ihr halt Wale sterben das ist halt schon uncool ja und ich habe jetzt auch über die letzten Stunden immer wieder das Thema Forschung erwähnt bisher politische und finanzielle Unterstützung von Diebsi Mining Forschungsprojekten auch durch die Bundesregierung allerdings eben mittlerweile dann eine doch kritischere Positionierung der BRD insbesondere auch in der ISA ich habe hier auch nochmal eine Grafik mitgebracht von gao.gov die hier ganz gut sich anschaut was denn wo wie beeinflusst ist und wo es in Scientific Gaps gibt ja insgesamt ist es auch so dass es einige Forschungsprojekte gibt zum Beispiel auch vom Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung in Kiel dem Alfred-Wegner-Institut des Marum und des Senckenberg Forschungsinstituts die hier dann verschiedene Fahrten auch organisieren zum Beispiel mit dem Forschungshilf Sonne und hier dann eben auch sich anschauen wie haben sich denn bisherige Lebensgemeinschaften in Regionen wo Monganknollen entfernt wurden entwickelt und wie es hier die Artenzusammensetzung und kommen da halt eigentlich auch zu den Ergebnissen die Artenzusammensetzung sich halt verändert hat es gibt dann hier auch einen Brief von 2021 in dem 350 Meeresforscher und Beschäftigte aus verwandten Wissenschaftszweigen auf ein sofortiges Moratorium aller unterseeischen Bergbauvorhaben drängen und hier eben davor warnen dass irreversible Biodiversitätseinbußen hier in Kauf genommen werden der AK Meeresboden hat hier auch Forderungen aufgestellt die packe ich jetzt hier auch nochmal in die in die Shownotes rein und auf UN-Ebene gibt es den sogenannten BNJ Prozess das ist ein UN-Verhandlungsprozess zur maritimen biologischen Vielfalt in Gebieten außerhalb nationaler Hoheitsgewässer eigentlich ist da außer die Idee dass das halt alles mal ein bisschen geschützt wird aber so ganz kommt das halt auch nicht so krass voran in der Clarion Cliperton Zone wurde zum Beispiel auch Forschungsgerät mal verloren also das vielleicht noch so ein kleiner Schwank an der Seite am 20.4. 2021 hat Global Sea Minerals Resources GSR die haben angekündigt oder haben gesagt okay wir haben hier einen 25 Tonnen schweren Abbau Roboter Patania 2 in einer Tiefe von 4 Kilometern verloren und die haben den zwar wieder geborgen aber sieht man auch naja die haben das auch nicht alles so unter Kontrolle ja und dann ist es auch so dass das hier mittlerweile auch dann angeschaut wurde was ist denn hier genau passiert oder wie hat sich das negative Auswirkungen auf das Gebiet gehabt es gab hier aber zum Beispiel von GSR keine Angaben auf der Webseite hat es jetzt hier ökologische Auswirkungen gehabt es gibt zu den Forschungsprojekten von der NOAA also den Ocean Exploration and Research Abteilung in den USA gibt es eben eine Karte wo dann auch auf diesem Atlas dann eingezeichnet wird wo welche Forschungsprojekte laufen und ein letztes Forschungsprojekt möchte ich dir noch vorstellen und zwar seit 1989 läuft im DISCOL Projekt die Untersuchung der Auswirkungen von Deepsea Mining damals eben diese Durchflügung des Bodens mit einem Schleppkarren was ich vorhin schon erwähnt hatte das war im Peru Becken und da wurden ungefähr 11 Quadratkilometer umgepflügt und in dem großen Mangan Knullengebiet und jetzt gab es hier eine Untersuchung im JPIO also Mining Impact Project und die haben sich dort eben angeschaut wie hat sich das verändert und haben jetzt 26 Jahre später sind die runtergetaucht haben sich das angeguckt und da waren die Spuren eben immer noch deutlich sichtbar und das mikrobielle Leben und die benitischen Arten unter anderem diese CO2 fressenden Bakterien haben sich hier eben nicht wieder erholt also das ist 26 Jahre her und seitdem hat es dort keine Erholung gegeben was dann halt auch eine Indikation dafür ist wie das dann aussieht wenn wir weiter die Psy-Meining großen Ziel betreiben oder wenn wir das anfangen und jetzt möchte noch mal zu dem Thema internationale Abkommen kommen insgesamt ist ja die Situation schwierig also wir haben internationale Abkommen Länder können innerhalb ihrer Exclusive Economic Zone Bergbau betreiben wie sie wollen das geht ungefähr bis 200 Meilen ins Meer hinein danach gibt es dann noch so souveräne Rechte auf dem Festlandsockel die den Ländern dann auch gewisse Rechte geben und auch noch mal Gesetze in einem gewissen Rahmen gelten ab 350 Meilen beginnt dann die Hohe See in der keine nationalen Gesetze mehr gelten dort gilt dann das Seerechts Übereinkommen von 1982 das dann 1994 mit dem UNCLOS in Kraft getreten ist und UNCLOS Artikel 136 definiert eben das gemeinsame Erbe der Menschheit das Gebiet und seine Ressourcen sind das gemeinsame Erbe der Menschheit das soll auch die Regel für die ISA sein und darauf basierend wurden dann Regeln ausgearbeitet um dann eben die Gebiete zu schützen und Rohstoffe und den Schutz des Marienökosystems in Eingang zu bringen dazu gibt es dann eben diesen BPNJ Prozess diese UN Verhandlung zum Maritimer Biologischer Vielfalt was da dann ein bisschen unabhängig davon vielleicht auch entwickelt wurde seit 2018 ist das Ganze auch in Verhandlung eigentlich sollte 2022 hier auch einen Abschluss der Verhandlung stattfinden und eigentlich ist auch das Deepsea Mining im Widerspruch zur Biodiversitätskonvention von 2022 ja also was was hier CBD verabschiedet wurde und eigentlich ist DSM auch im Widerspruch zum Leaders Pledge in dem sich 79 Nationen zur Umkehr des Biodiversitätsverlusts bis 2030 verpflichtet haben ja aber so wirklich dran halten tut sich halt keiner also irgendwie oder viele pushen das Thema DSM halt trotzdem und es reichen halt auch schon wenige Nationen die es machen ja das ist halt so ein bisschen das Problem was ich vorhin gesagt hatte hier kann ich jetzt auch nochmal genauer ausführen und zwar gab es eine Tiefseemikrobe die an hydrothermalen Quellen vorkam und die produziert ein Enzym oder basierend auf einem Enzym von dieser Tiefseemikrobe werden Corona Virus Tests SARS Tests und HIV Tests aufgebaut und hätten wir die damals nicht entdeckt hätte das vielleicht Probleme gebracht ja deswegen macht das Sinn hier zu schützen und aktuell so ein Ziel das immer wieder ausgerufen wird ist eben der Schutz von 30% der Hoch- und Tiefsee komplett unter Naturschutz und in allen anderen Gebieten soll eben die kumulierte Umweltbelastung berücksichtigt werden zum Beispiel auch wenn irgendwo Tiefseekabel verlegt werden dann sollte dort nicht gleichzeitig Rohstoffförderung stattfinden oder nur wenn das Ganze eben unbedenklich ist für die Umwelt oder wenn irgendwo Tiefseefischerei betrieben wird und dann gleichzeitig Tiefseebergbau das sollte halt alles an kumulierten Umweltbelastungen berücksichtigt werden die ISA hat aber Interesse oder kein Interesse an diesem oder ich unterstelle denen das jetzt dass sie da kein großes Interesse am Umweltschutz haben weil sie eben großes Interesse daran haben dass das Thema Bodenschatzgewinnung vom Meeresboden aus bei ihnen verbleibt und sie da eben auch weiterhin sich darüber finanzieren können und eben auch weil die Personen dort halt stark eingebunden sind dann in das Thema Diebseemining gut klar kann man ja auch verstehen man würde in so einer Behörde wahrscheinlich nicht anfangen wenn man dafür nicht in irgendeiner Form brennen würde die Forderung nach unabhängigen Autoritäten bleibt aber meiner Meinung auch bestehen um eben diese kumulierten Umweltbelastungen neutral zu bewerten und nicht wie bisher von den Befürwortern von Diebseemining die dann vielleicht auch mal ein Auge zu drücken also ist eine Unterstellung von mir zum Thema internationale Abkommen also wie gesagt da tut sich sehr sehr viel das ist auch teilweise ein bisschen chaotisch hab das hier aber auch nochmal alles runtergeschrieben in den Shownotes wenn ihr da nochmal genauer irgendwie was nachschlagen wollt es gibt auch noch einen Spezialfall den hatte ich vorhin so mal kurz erwähnt und zwar die USA die USA haben 1982 eigentlich an dieser UN Convention of Law of the Seas teilgenommen bei der Verhandlung davon haben das ganze Ding aber nie unterschrieben und damit sind sie eigentlich auch nicht an die Konvention gebunden und damit auch nicht der ISA unterworfen die USA haben aber einige bilaterale Abkommen mit anderen Nationen geschlossen die dann bei ihnen dieses Thema Higher Seas oder Hochsee Regeln und können eben aber nicht an der ISA teilnehmen und dann damit sind sie eigentlich auch nicht an diese Gebiete gebunden also das ist so ein bisschen Wild West da dann und die UNCLOS verlangt eigentlich auch dass Deepsea Mining Unternehmen ihren Sitz in einem Mitgliedsstaat haben was aber bedeutet dass USA Unternehmen keinen Zugang zu den ISA Tiefsee Bergbau Verträgen haben und deswegen hat die USA ein eigenes Gesetz zum Meeresboden Bergbau erlassen die NOAA kann jetzt Explorationslizenzen für internationale Deepsea Mining vergeben ist aber trotzdem schwierig weil die Unternehmen nicht auf die internationale Anerkennung dieser Entscheidung der NOAA vertrauen und deswegen gab es halt diesen Move mit Lockheed Martin die dann irgendwie über Großbritannien dann doch unter die ISA Aufsicht gekommen sind so und damit das Ganze jetzt nicht noch ewig weiter geht hier von einer Podcast Episode und ich hoffe es macht euch bisher Spaß ich fand es total spannend mich damit zu beschäftigen und es ist einiges an Rechercheaufwand auch eingelaufen schauen wir uns doch mal die Zukunft an was soll denn in der nächsten Zeit passieren und zwar hat Team C angekündigt im zweiten Halbjahr 2023 2023 ein larger global starten auch ich finde das sehr optimistisch aber mal gucken Team C ist relativ gut finanziell ausgestattet und wenn es irgendeiner schafft dann sind wahrscheinlich die weil die halt einfach sau viel Kohle gerade haben wobei die totale Liquiditätsprobleme haben und die Investoren abspringen und dass alles so ein bisschen shady ist, finde ich zumindest. In der EU gibt es ein Projekt, das nennt sich Blue Harvesting und das wird zum Beispiel vom IHT Raw Materials finanziert und ist seit dem 1. April 2019 aktiv, so ein neuer europäischer Partner. Unter anderem ist dabei die TU Delft, IHC Mining, die RWTH Aachen, hier aus Deutschland, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, wahrscheinlich Spanien, Aarhus Universität, die Royal Netherland Institute for Sea Research, die Jakobs Universität Bremen und die Universitat Polytechnica Cataluna and Seascape Consultants. Also einige dabei, die haben Testfahrten bei Malaga mit ihrem Apollo 2 Staubsauger unternommen und haben dann nach eigenen Aussagen geringere Staubfahnen erreicht und haben das Ganze dadurch dann auch schon optimiert. 2023 wird jetzt auch vom 20.02., also eigentlich sollte das jetzt schon gerade laufen, findet die fünfte Konferenz der UN Convention of the Law of Seas statt. Ich habe jetzt selber gerade nicht nochmal geguckt, ob es schon erste Ergebnisse gibt, aber könnt ihr gerne dann, wenn ihr das angehört habt, am 3.3. mal schauen, ob es da irgendwie nochmal Neuigkeiten gibt von dieser Konferenz. Und die ISA will bis Juli 2023, also Juli diesen Jahres, dann auch Regularien zum Abbau rausgeben. Und bis dahin haben die Länder eben noch Zeit, sich da einzubringen. Und danach könnte dabei auch stattfinden, ohne ein Abkommen, wenn wir uns bis dahin nicht geeinigt haben. Und daher ist es eben auch wichtig, dass dieses Abkommen zustande kommt. Und auf der anderen Seite auch, dass wir dieses Abkommen eben sauber verhandeln und da jetzt nicht irgendwie da Kompromisse eingehen, die nicht sein müssten. Also 2023 ist insgesamt ein Entscheidungsjahr für Deepsea Mining. Und daher ist es auch die erste Episode hier in 2023. Und weil ich vorhin auch nochmal zum Thema Wissenschaft und wissenschaftliche Lücken mich beschäftigt habe, ich habe hier eine recht gute Quelle gefunden zum Thema, wie geht man mit wissenschaftlichen Lücken um? Und lade jeden, der sich wissenschaftlich damit beschäftigen möchte oder beschäftigt ein, sich das mal anzuschauen und durchzulesen, weil ich fand das sehr, sehr spannend, welche Möglichkeiten es denn da gibt, um diese Lücken zu schließen. Insgesamt, wenn ihr zum Thema Deepsea Mining auf dem Laufenden bleiben wollt, dann kann ich euch drei Links empfehlen, drei, also neben die Captain, was eh immer sehr interessant ist, aber vor allen Dingen zu Deepsea Mining gibt es eben einmal savethehighseas.org, deepseaminingwatch.msi.ucsb.edu, habe ich auch in die Show-Notes gepackt, müsst ihr jetzt nicht abtippen, und dann oceanminingintel.com. Und die drei fand ich eigentlich recht interessant, weil die da auch immer wieder neue News, ja, neue News, genau, weil die ja immer wieder News mitbringen. Es gibt dann auch noch die Möglichkeit, sich einzubringen, und zwar die IUCN, also die International Union for Conservation of Nature, also die offiziell International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, also Internationale Union zur Bewahrung der Natur, hat 2021 ein Moratorium für Deepsea Mining gefordert und genauso wie das in ähnlicher oder noch strikterer Form von anderen Organisationen auch gefordert wurde. Und die IUCN fordert, dass eben dieses Moratorium so lange bestehen bleibt, bis das Risiko des Bergbaus umfassend bekannt ist und ein wirksamer Schutz gewährleistet werden kann. Strenge und transparente Folgeabschätzungen werden auch auf umfassender Grundlagenstudien durchgeführt. Das Vorsorgeprinzip und das Verursacherprinzip sollen umgesetzt werden. Die Strategie, die die Grundsätze der Kreislaufwirtschaft zur Wiederverwendung und zum Recycling von Mineralien berücksichtigen wurden entwickelt und umgesetzt. Das finde ich jetzt fragwürdig, aber habe ich noch mal eine andere Meinung dazu, können wir an anderer Stelle mal drüber reden. Und die Öffentlichkeit wird bei der Entscheidungsfindung konsultiert, was bisher nicht stattfindet, was aber total wichtig ist, finde ich. Und die Verwaltung des Tiefseebergbaus ist transparent, rechenschaftspflichtig, integrativ, effizient und umfeldverträglich. Und das fordern die, und da kann man sich natürlich auch einbringen jetzt, um solche Forderungen zum Beispiel dann über Anfragen an Abgeordnete hier in Deutschland zu stellen. Da vielleicht dann auch welche, die sich vor allen Dingen mit internationaler Politik beschäftigen. Und einfach insgesamt mit Leuten drüber zu sprechen, um dann einfach auch dafür zu sorgen, dass noch mehr Unternehmen da zumindest sich Gedanken darüber machen, kaufen wir Rohstoffe aus Tiefsee-Mining ein oder nicht? Oder wenn ja, warum? Und wenn nein, warum? Und das Ganze einfach ein bisschen differenzierter zu betrachten und einfach da auch ein bisschen Öffentlichkeit drauf zu bringen. Was ich euch auch noch mitgeben möchte, Investments in Tiefsee-Mining-Projekte. Ich kenne ja einige von euch, ich weiß ja, dass ihr da immer so ein bisschen gerne mal dann Ideen habt. Oh ja, da kann man irgendwie einen Schnapper machen, da kann man irgendwie Aktien kaufen oder so. Diese Projekte sind bisher eher pleite gegangen. Eher pleite gegangen, als dass sie etwas verdient haben, klar. Das heißt nicht, dass es in Zukunft auch so ist. Trotz einiger Investoren, die hier hohe Gewinne mit Spekulationen gemacht haben, also eher Spekulanten dann, ja. Oder halt, weil sie rechtzeitig rausgegangen sind und dann die Kurse abgestützt sind, also wie man das immer nennen möchte, stelle ich jetzt mal dahin, ja. Sollten die Mining-Codes verabschiedet werden, dann erwarten hier auch einige hohe Spekulationsgewinne, ja. Es ist auch die Frage, ob das vielleicht schon eingepreist ist im Markt, ja. Auf jeden Fall, wenn diese Mining-Codes nicht verabschiedet, oder je nachdem, es ist total wild, was hier dann ist. Ich kann es nicht vorhersagen, was genau passiert. Wenn die Mining-Codes verabschiedet werden, kann es sein, dass das Verluste eingefahren werden oder Gewinne. Und wenn sie nicht verabschiedet werden, genauso. Weil halt die Auswirkungen davon fragwürdig sind. Und insbesondere wegen der Rohstoffkrise wird aktuell halt immer wieder dann auch das Thema DSM gepusht. Und hier gibt es halt auch immer wieder Pressemeldungen. Und ich erwarte auch für 2023, für die Mitte 2023, erwarte ich eigentlich, dass es jetzt auch viele Pressemeldungen geben wird zum Thema Deepsea-Mining. Und das wird dann auch das Thema Investments in DSM pushen. Und ich bin mir fast sicher, dass da wieder der ein oder andere, oder das ein oder andere schwarze Schaft mit dabei sein wird. Also von daher guckt es euch genau an, was da passiert. Und bin mal sehr gespannt, ob meine Prophezeiung eintritt oder nicht. Oder ob das ganze Thema halt weiterhin eher nicht im öffentlichen Diskurs stattfindet, ja. Und einen kleinen Fun-Fact, den ich echt geil fand, als ich das gefunden habe, den will ich hier euch kurz vorstellen. Und zwar das erste DSM-Projekt, war das sogenannte Project Asorian. Und das hat die CIA finanziert. Und das ist jetzt echt kein Scherz. Also die CIA hat das erste große DSM-Projekt finanziert. Und zwar war das eine Atan-Operation, um das Atom-U-Boot K-129 der Sowjets zu bergen, das nordwestlich von Hawaii gesunken ist. Und dann hat man sich gedacht so, also das ist 1968 gesunken, und dann hat man sich so gedacht, boah, ey, wir wollen das irgendwie heben, wir wollen die Technologie der Sowjets bekommen. Und dann haben die ein riesengroßes Tarn-Projekt angeleiert, weil das natürlich halt auch schwierig war, das aus der Tiefe dann zu bergen, ohne dass man das mitbekommt. Und die haben dann 1974 dieses U-Boot gefunden und teilweise geborgen. Und da waren dann irgendwie auch Harald Jütsch, also da waren einige sehr, sehr bekannte Leute mit dabei. Und das wurde damals halt sehr stark aufgebauscht, um da eben eine glaubwürdige Legende für diese Tarn-Operation zu haben. Und da wurde eben auch so ein Förderschiff gebaut und alles drum und dran. Und die haben dann eben, wie gesagt, einen Teil des U-Boot gehoben und so. Und diese Tarnung war so glaubhaft, dass dann Investoren in dieses Tarn-Projekt eingestiegen sind oder einsteigen wollten. Und dass verschiedene Universitäten die Forschung daran gestartet haben und Universitäten auch angefangen haben, Tiefsee-Bergbau zu unterrichten. Also die haben angefangen, wirklich zu unterrichten, wie man Tiefsee-Bergbau macht. Also das war eine ziemlich wilde Zeit damals. Und fand ich einfach spannend, dass hier die CIA das erste Projekt finanziert hat. Und ja, zum Abschluss möchte ich euch noch was mitgeben. Und zwar wird DSM für die Energiewende oftmals als alternativlos dargestellt. Ich finde das immer schwierig, wenn jemand irgendwas als alternativlos darstellt, dann wäre ich erst mal sehr vorsichtig. Man muss auch hier immer wieder berücksichtigen. Und zwar wird ja auch oft zum Beispiel gesagt, ja, Lithium ist für die Energiewende total wichtig. Und dann frage ich mich immer sehr, warum denn? Also ich meine, Lithium brauchen wir für große Akkutechnologien, aber da gibt es genügend andere Technologien. Wofür brauchen wir denn Lithium? Wir brauchen das für Elektromobilität, aktuell zumindest. Wir brauchen das teilweise für stationäre Anlagen. Wir brauchen das für Consumer Electronics. Und es gibt Alternativen für stationäre Anwendungen. Es gibt auch Alternativen für EVs, für Consumer Electronics, werden wir es sehen. Aber dass wir Lithium jetzt wirklich für irgendwie Solarkraft oder Photovoltaikanlagen oder für Windkraftanlagen brauchen, stimmt erst mal per se nicht von der Aussage. Und genauso ist das hier eben. Erneuerbare Energien sind ein Bruchteil des prognostizierten Anstiegs an Mineral- und Metallbedarf, das hier indiziert wurde. Und die erneuerbaren Energieproduktionen hat zum Beispiel auch keinen wesentlich höheren oder größeren Bedarf an Metallen im Vergleich jetzt zur Produktion von fossiler Energie. PV auf Dächern zum Beispiel sorgt auch dafür, dass, also die haben einen besseren Fußabdruck, was das angeht, als zum Beispiel Kohlekraftwerk. Also ein Kohlekraftwerk von der Energieproduktion her hat einen schlechteren Materialbedarf als PV-Anlagen, also einen höheren Materialbedarf. Und Kobalt-Lizium sind vor allen Dingen eben, wie schon gesagt, für Elektroautos wichtig, nicht so sehr für Erneuerbare. Und Tantal ist bei Erneuerbaren eigentlich auch nicht so wirklich wichtig. Zum Beispiel die Antriebsbatterien von VW. Da wird angenommen, dass in 2030 etwa hier zehnmal so viel Alu-Nickel benötigt wird, wie für den Windkraftausbau von heute bis 2030 in Deutschland. Also in einem Jahr für 2030 ist die Schätzung, dass VW für seine Antriebsbatterien zehnmal so viel Alu-Nickel benötigt, wie von heute bis 2030 Deutschland für den Windkraftausbau braucht. Und das ist halt schon eine Norm. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das so vertrauenswürdig ist, aber es klang schon mal ganz gut. Und dann muss man auch überlegen, dass eben 85 Prozent der globalen Rohstoffförderung in der Hand von 150 Bergbauunternehmen liegt. Und ich glaube schon, dass wir das irgendwie alles ganz gut hinkriegen und dass wir da kreative und gute Lösungen finden. Ich glaube, dass viele Sachen, die als Heilmittel oder als heiliger Kral angepriesen werden, wie zum Beispiel Deepsea Mining oder aber auch Recycling, dass die vielleicht ein Teil der Lösung sind, aber dass es halt keine Magic Bullet gibt, die alle Probleme löst, ja. Und auch bei Deepsea Mining, mein abschließendes Resümee ist, dass es mir aktuell eigentlich, also ich war am Anfang so, ja, ich finde es eigentlich ganz cool, kann man Rohstoffe aus der Tiefsee irgendwie holen, kann man unseren Rohstoffbedarf damit decken. Und umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr dachte ich, ja, vielleicht ist es doch nicht so geil. Und vielleicht gibt es da doch irgendwie Umweltprobleme. Und bevor das halt nicht weiter erforscht ist und bevor wir die Risiken halt nicht abschätzen können und auch nicht wissen, was passiert da jetzt genau, wenn wir jetzt Abbau machen, ja. Ich bin schon dafür, dass man das weiter erforscht und dann eben guckt und dann eben auch eine gesamtgesellschaftliche Entscheidung trifft, ist es uns diese Kosten, diese Umweltkosten, diese externen Kosten wert, dass wir eben Deepsea Mining betreiben oder nicht. Und damit möchte ich dann auch nach dreieinhalb Stunden diese Podcast-Episode abschließen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dass ihr viel mitnehmen konntet, was Wissen angeht und Co., dass es kurzweilig war. Ich freue mich wie immer über Feedback, ja. Ich möchte hier auch nochmal ganz, ganz, ganz herzlich den Simon grüßen. Das ist einer meiner Ressourcen-FM-Ultras, der hier immer gerne zuhört und mir dann auch immer wieder Fragen stellt und Feedback gibt. Und ganz liebe Grüße gehen raus an den und auch an alle anderen, die hier regelmäßig reinschalten. Gebt mir gerne Feedback, gebt mir gerne Hinweise. Wenn ich irgendeinen Fehler gemacht habe, dann kläre ich das gerne auch in den Shownotes auf und gebt mir gerne auch Themenvorschläge und Co. Ich freue mich immer von euch zu hören und wünsche euch dann bis zum nächsten Mal noch eine gute Zeit. Ich weiß noch nicht, wann ich wieder dazukomme, aufzunehmen, aber Themenvorschläge sind hier auch gerne gesehen und wünsche euch einen schönen Morgen, Abend oder gute Nacht, je nachdem, wo ihr gerade seid. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, die wichtigste Ressource der Menschheit ist ein unsteter Geist. Bis zum nächsten Mal.